Dien Mayer Tod vor Morgengrauen Kriminalroman Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet Gelesen von Sven Philipp Donnerstag, 6. Juli Noch sieben Tage Noch schwer benebelt vom Alkohol schreckte er aus dem Schlaf hoch. Die Schmerzen an seinen Rippen waren das Erste, was er wahrnahm. Dann das geschwollene Auge, die geplatzte Oberlippe, den modrigen Mieftezelle, die Desinfektionsmittel, den säuerlichen Geruch seines Körpers, den salzigen Geschmack von Blut und abgestandenem Bier im Mund und die Erleichterung. Puzzlestücke des vergangenen Abends trieben durch seine Erinnerung. Die Provokation, die pikierten Gesichter, die Wut. Was waren sie doch für stinknormale, berechenbare Arschlöcher, diese kreuzbraven, ehrenden Stützen der Gesellschaft. Er wollte sich nicht bewegen, blieb auf der Seite liegen, die nicht schmerzte. Der Kater pochte in seinem Körper wie eine Krankheit. Draußen im Gang erklangen Schritte. Im Schloss der grauen Stahltür wurde ein Schlüssel umgedreht. Das schrille, metallische Geräusch fräste sich durch seinen Kopf. Dann stand der Uniformierte vor ihm. Dein Anwalt ist hier, sagte der Polizist. Langsam drehte er sich auf der Pritsche um, schlug ein Auge auf. Los! Eine Stimme, die jeden Respekt vermissen ließ. Ich hab keinen Anwalt. Seine Stimme klang sehr fern. Der Polizist trat einen Schritt vor, packte ihn am Kragen und zog ihn hoch. Na los jetzt! Ah, die Schmerzen in seinen Rippen. Er taumelte durch die Zellentür, durch den gefließten Gang ins Dienstzimmer. Der Uniformierte schritt voraus. Mit einem Schlüssel wies er den Weg in den kleinen Vorführraum. Wieder die Schmerzen, als er eintrat. Kemp saß da, hatte die Stirn gerunzelt, neben ihm sein Aktenkoffer. Er setzte sich auf einen dunkelblauen Stuhl und stützte den Kopf in beide Hände. Hinter sich hörte er den Polizisten die Tür schließen und sich entfernen. Du bist ein Stück Dreck von Herden, sagte Kemp. Er antwortete nicht. Was machst du nur aus deinem Leben? Bild auf eine Rolle. Die S-Laute kam nur gelispelt über die geschwollenen Lippen. Die Furchen auf Kemp's Stirn wurden noch tiefer. Er schüttelte den Kopf. Die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, Anzeige zu erstatten. Er wollte die Erleichterung auskosten. Es genießen, wie der Druck von ihm abfiel. Aber das alles entzog sich ihm. Kemp? Was zum Teufel hatte Kemp hier verloren? Sogar Zahnärzte können erkennen, wenn sie es mit einem Haufen Scheiße zu tun haben. Mein Gott, Van Herden, was ist los mit dir? Du wirfst dein Leben auf den Müll. Zahnärzte. Wie besoffen muss man sein, um sich mit fünf Zahnärzten anzulegen? Zwei waren Allgemeinmediziner. Kemp musterte Van Herden. Dann erhob sich der Anwalt. Er war ein großer Mann mit gepflegtem Äußeren, Sportjackett und grauer Hose. Dazu, wunderbar passend, der neutrale Farbton der Krawatte. Wo steht dein Wagen? Langsam stand er auf. Er nuschelte leicht. Für der Kneipe. Kemp öffnete die Tür und trat hinaus. Dann komm jetzt. Van Herden folgte ihm ins Dienstzimmer. Ein Sergeant schob seine Besitztümer über den Tresen. Eine Plastiktüte mit seiner schlanken Brieftasche und seinen Schlüsseln. Er nahm sie entgegen, ohne dem anderen in die Augen zu sehen. Ich nehme ihn mit, sagte Kemp. Der kommt wieder. Es war kalt, der Wind, strich durch seine dünne Jacke. Er widerstand dem Impuls, sie enger um sich zu schlagen. Kemp stieg in seinen großen Allrad-Geländewagen, beugte sich hinüber und öffnete die Beifahrertür. Langsam ging Van Herden um den Wagen herum, stieg ein, schloss die Tür und lehnte den Kopf dagegen. Kemp fuhr los. Welche Kneipe? Das Sportspub. Gegenüber von Panerottis. Was war los? Warum hast du mich rausgeholt? Weil du der gesamten Polizeidienststelle von Tableview erzählt hast, ich würde sie, samt den Zahnärzten, der ganzen Palette zwischen täglicher Beleidigung und Körperverletzung anklagen. Ah ja, schemenhaft erinnerte er sich an seine Tirade in der Dienststelle. Mein Anwalt. Mit spöttischem Unterton. Ich bin nicht dein Anwalt, Van Herden. Das geschwollene Auge schmerzte ihm, verging das Lachen. Warum hast du mich rausgeholt? Wütend wechselte Kemp den Gang. Das weiß kein Schwein. Van Herden drehte den Kopf zur Seite und betrachtete den Mann hinter dem Lenkrad. Du willst was von mir. Du schuldest mir noch was. Ich schulde dir gar nichts. Kemp hielt nach dem Papp Ausschau. Welcher Wagen gehört dir? Er zeigte auf den Corolla. Ich fahr dir nach. Ich brauch dich noch. Sauber und vorzeigbar. Wofür? Das kommt später. Er stieg aus, ging über die Straße, sperrte nicht ohne Probleme mit zitternder Hand die Tür auf und setzte sich in den Toyota. Der Motor stotterte, ächzte und sprang schließlich an. Er fuhr zur Köberg Road, bog nach Killenay auf die N7. Der Wind trieb plötzlich Regen über die Straße. Links nach Morningstar und wieder links in die Einfahrt zum Anwesen. Kemp's importierte amerikanischer Ford immer hinter ihm. Zwischen den Bäumen spähte er zum großen Haus. Dann bog er zum kleinen, weiß getünchten Gebäude ab und hielt an. Kemp kam neben ihm zum Stehen und öffnete das Fenster, wegen des Regens nur einen Spalt breit. Ich warte auf dich. Er duschte sich, ohne viel Begeisterung, ließ das heiße Wasser über den Körper laufen. Automatisch seiften die Hände den schmalen Streifen zwischen Schultern, Brustkorb und Bauch ein, nur mit Seife ohne Waschlappen. Vorsichtig strich er über die verletzten Rippen. Methodisch reinigte er dann den restlichen Körper. Lehnte mit dem Kopf gegen die Wand, um das Gleichgewicht zu halten, während er erst das eine, dann das andere Bein wusch. Drehte schließlich die Wasserhähne zu und nahm sich das fadenscheinige, verwaschene, weiße Handtuch vom Ständer. Früher oder später würde er sich ein neues Handtuch kaufen müssen. Er ließ das warme Wasser im Waschbecken laufen, hielt die Hände unter das dünne Rinnsaal und spritzte Wasser gegen den Spiegel, um den Wasserdamm fortzuspülen. Drückte einen Tropfen Rasiercreme in die linke Hand, tauchte den Rasierpinsel ein, ließ die Creme aufschäumen und rieb sich das Gesicht ein. Das Auge sah übel aus, rot und verquollen. Später würde es zu einem purpurfarbenen Blau werden. Der größte Teil des Schorfs auf der Lippe war weggewaschen, nur ein dünner, blutiger Schnitt war noch zu sehen. Er zog den Rasierer vom linken Ohr nach unten, über die Kante des Kiefers bis zum Hals. Dann begann er wieder oben, ohne sich anzusehen. Zog die Haut um den Mund straff, dann machte er sich an die rechte Seite. Spülte den Rasierer, säuberte das Waschbecken mit heißem Wasser und trocknete sich erneut ab, bürstete sich das Haar. Musste die Bürste säubern, die voller schwarzer Haare steckte. Musste neue Unterwäsche kaufen. Musste neue Händen kaufen, neue Socken. Hose und Jacke gingen noch. Scheiß auf die Krawatte. Im Zimmer war es dunkel und kalt. Regen schlug gegen die Fenster. Es war zehn Minuten nach elf Uhr morgens. Er ging hinaus. Camp öffnete ihm die Tür des Geländewagens. Das Schweigen hielt bis Milnerten. Wohin? In die Innenstadt. Du willst doch was. Eine unserer Assistentinnen hat eine eigene Kanzlei aufgemacht. Sie braucht Hilfe. Haha, du schuldest dir was. Camp schnaubte nur. Was war letzte Nacht los? Hm? Ich war betrunken. Was war letzte Nacht los, das anders war als sonst? In der Lagune gegenüber dem Golfplatz standen Pelikane und Fischten. Der Regen störte sie nicht. Sie waren so von ihrem beschissenen Geländewagen eingenommen. Und deshalb bist du auf sie losgegangen? Hm. Der Dicke hat zuerst zugeschlagen. Warum? Er wandte den Kopf ab. Ich verstehe dich nicht. Er räusperte sich. Du könntest ein ganz normales Leben führen. Aber du hast eine so beschissene Meinung von dir selbst. Die Industrieanlagen von Paden Island zogen vorüber. Was war los? Van Herden betrachtete den Regen. Die feinen Wassertropfen, die über die Windschutzscheibe schlierten. Er atmete tief ein, ein Seufzer, der die ganze Sinnlosigkeit verdeutlichte. Wenn du einem Kerl erzählst, dass dein Schwanz mit einem Geländewagen auch nicht länger wird, stellt er sich taub. Aber kaum ziehst du seine Frau mit rein. Oh Gott. Kurz spürte er wieder den Hass. Die Erleichterung. Den Augenblick der Erlösung. Die fünf Männer mittleren Alters. Ihre vor Wut verzerrten Gesichter. Die Schläge, die auf ihn niederprasselten. Bis es den drei Barkebern gelang, sie zu trennen. Sie sprachen nichts mehr, bis Kemp vor einem Gebäude an der Vorschau anhielt. Dritter Stock. Beneke. Und Partner. Sag Beneke, ich schick dich. Er nickte, öffnete die Wagentür und stieg aus. Kemp sah ihn nachdenklich an. Dann schloss Van Herden die Tür und betrat das Gebäude. Er ließ sich auf den Stuhl fallen. Seine Haltung war Ausdruck mangelnden Respekts. Kemp schickt mich. War alles, was er sagte. Sie hatte genickt. Sein geschwollenes Auge und die verletzte Lippe betrachtet, aber nicht weiter kommentiert. Ich denke, Sie und ich, wir können uns gegenseitig behilflich sein, Mr. Van Herden. Sie strich den Rock am Hintern glatt, bevor sie sich setzte. Mr. Und ihr rührender Versuch, eine Gemeinsamkeit herzustellen. Er kannte das, aber er sagte nichts. Er sah sie an. Er fragte sich, von wem sie ihre Nase und ihren Mund hatte. Die großen Augen und die kleinen Ohren. Die genetischen Würfel waren etwas seltsam gefallen. Beinahe hätte man sie als schön bezeichnen können. Sie hatte die Hände auf die Schreibtischfläche gelegt, die Finger ordentlich verschränkt. Mr. Kemp erzählte mir, sie verfügen über Erfahrung bei Ermittlungstätigkeiten. Sie sind im Moment aber nicht fest angestellt. Ich brauche die Hilfe eines guten Ermittlers. Norman Vincent Peale. Ihre Stimme war geschmeidig. Vermutlich war sie intelligent. Vermutlich würde es länger dauern als sonst bei den anderen Frauen, bis sie mit den Nerven am Ende war. Sie öffnete eine Schublade und nahm eine Akte heraus. Hat Kemp ihnen gesagt, dass ich ein ziemliches Wrack bin? Wie alt sind sie? Sie war lässig, sagte sie ohne zu zögern. Er blickte zu ihrem vierten Finger an der linken Hand. Kein Ring. Sind Sie verfügbar, Mr. von Herden? Kommt drauf an, was Sie wollen. Meine Mutter war Künstlerin, mein Vater Bergmann. Sie sahen zum ersten Mal an einem kalten Wintertag auf dem vom Frost überzogenen Rugbyfeld des Orlean Park. Sein gestreiftes Wal-Reef-Jersey hing in Fetzen an ihm herab. Langsam ging er zur Außenlinie, um sich ein neues Trikot zu holen, bewegte sich geschmeidig, schweißüberströmt. Schultern, Bauch und Rippen zeichneten sich deutlich ab und schimmerten schwach in der fahlen Nachmittagssonne. Sie hatte die Geschichte immer ganz genau erzählt, jedes Mal. Der blassblaue Himmel, das ausgebleichte grau-weiße Gras im Stadion, die kleine Studentengruppe, die ihre Mannschaft lauthals gegen die Bergleute unterstützte. Die purpurroten Narben der Spieler, leuchtende Farbflecken vor dem mattgrau der Holzbänke. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte hörte, schmückte ich sie mit weiteren Einzelheiten aus. Ihrer schlanken Gestalt, wie ich sie von einem Schwarz-Weiß-Foto aus jener Zeit kannte. Die Zigarette in der Hand, dunkles Haar, dunkle Augen, von gewisser tiefsinniger Schönheit. Wie sie ihn betrachtete. Die Linien seines Gesichts und seines Körpers, die so unwiderstehlich makellos waren, als könnte sie darin bereits alles genau vor sich sehen. Genau in sein Herz, sagte sie. In diesem Augenblick wusste sie zwei Dinge mit absoluter Gewissheit. Eines davon war, dass sie ihn malen wollte. Sie wartete nach dem Spiel draußen auf ihn, zwischen den Betreuern und Spielern der zweiten Mannschaft, bis er in Jackett und Krawatte, das Haar noch nass von der Dusche, herauskam. Und er erblickte sie im Licht der Dämmerung, spürte ihre Intensität, errötete und schritt auf sie zu, als wüsste er, dass sie ihn wollte. Sie hatte den Zettel in der Hand. Ruf mich an, sagte sie, als er vor ihr stand. Seine Kumpel umringten ihn, also gab sie ihm den gefalteten Zettel mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer und ging zurück zu dem Haus in der Thorn Street, wo sie zur Untermiete wohnte. Er rief spät abends an. Ich heiße Emilé. Ich bin Künstlerin, sagte sie. Ich möchte dich malen. Oh, Enttäuschung in seiner Stimme. Wie, malen? Dich. Warum? Weil du ein schöner Mann bist. Er lachte, glaubte ihr nicht und war verunsichert. Später hatte er ihr erzählt, dass ihm das neu war. Dass es ihm immer schwer gefallen sei, Mädchen zu bekommen, worauf sie antwortete, das liege daran, dass er sich dämlich anstelle mit Frauen. Ich weiß nicht, murmelte er schließlich. Als Bezahlung kannst du mich dann zum Essen ausführen. Erneut lachte mein Vater nur. Und kaum eine Woche später, sonntags, an einem kalten Wintermorgen, fuhr er mit seinem Morris Minor von seiner Unterkunft in Stilfontaine nach Potchefström. Sie, ausgerüstet mit Staffelei und Malutensilien, stieg ein und lotste ihn auf der Charlottenville Road hinaus in die Nähe des Bosskopfdarm. Wohin fahren wir? Ins Feld. Ins Feld? Sie nickte. Macht man das nicht in, ähm, einem Kunstsaal? Einem Atelier? Ja. Manchmal? Oh. Sie waren auf einem Feldweg abgebogen und hatten an einer kleinen Kuppe angehalten. Er half, ihr die Ausrüstung zu tragen. Sah zu, wie sie die Leinwand auf der Staffelei befestigte, den Kasten öffnete und die Pinsel reinigte. Du kannst dich jetzt ausziehen. Ich werde nicht alles ausziehen. Sie sah ihn nur schweigend an. Ich kenne noch nicht mal deinen Vornamen. Johann Kilian. Zieh dich jetzt aus. Er legte sein Hemd ab, dann die Schuhe. Das reicht, widersetzte er sich. Sie nickte. Was muss ich tun? Stell dich auf den Felsen. Er kletterte auf einen großen Felsblock. Nicht so steif. Entspann dich. Lass die Hände baumeln. Schau dort hinüber, zum Damm. Und dann begann sie zu malen. Er stellte ihr Fragen, aber sie antwortete nicht. Wies ihr nur einige Male an, stillzustehen. Sah von ihm zur Leinwand, mischte und trug Farben auf, bis er es aufgab, mit ihr zu reden. Nach einer Stunde oder noch länger erlaubte sie ihm eine Pause. Wieder stellte er Fragen. Er fuhr, dass sie die einzige Tochter einer Schauspielerin und eines Theaterdozenten in Pretoria war. Dunkel erinnerte er sich an die Namen aus Afrikansfilmen der 40er Jahre. Schließlich steckte sie sich eine Zigarette an und packte ihr Malzeug ein. Er zog sich an. Kann ich sehen, was du gezeichnet hast? Gemalt? Nein. Warum nicht? Du kannst es sehen, wenn es fertig ist. Sie fuhren nach Potchevstrum zurück und tranken in einem Café heiße Schokolade. Er stellte Fragen zu ihrer Kunst, sie fragte ihn nach seiner Arbeit. Und irgendwann, während des späten Nachmittags, an jenem Wintertag im westlichen Transvaal, sah er sie lange an und sagte dann, Ich werde dich heiraten. Sie nickte. Denn das war der zweite Punkt gewesen, dessen sie sich absolut sicher gewesen war bei ihrer ersten Begegnung. Die Anwältin sah auf ihren Ordner und atmete hörbar ein. Johannes Jakobus Smith wurde am 30. September letzten Jahres bei einem Einbruch in seinem Haus in der Moletta Street in Durbanville mit einer großkalibrigen Waffe tödlich verletzt. Der gesamte Inhalt seines begehbaren Safes ist verschwunden. Darunter befindet sich ein Testament, in dem er angeblich seinen gesamten Besitz seiner Lebensgefährtin Wilhelmina Johanna von S. vermacht hat. Wird dieses Testament nicht gefunden, fällt das Vermögen des verstorbenen Mr. Smith an den Staat. Wie groß ist das Vermögen? Nach allem, was bislang bekannt ist, etwas unter zwei Millionen. Er hatte es vermutet. Van Esses, ihre Klientin? Sie hat mit Mr. Smith elf Jahre zusammengelebt. Sie hat ihn bei seinen Geschäften unterstützt, ihm die Mahlzeiten zubereitet, das Haus sauber gehalten, sich um seine Wäsche gekümmert und auf sein Drängen hin ihr gemeinsames Kind abgetrieben. Er hat nie angeboten, sie zu heiraten. Er hielt nicht viel von der Ehe. Wo war sie am Abend des, ähm, 30? In Windhög. Er hat sie dorthin geschickt, geschäftlich. Sie kam am 1. Oktober zurück und fand ihn tot im Haus vor, in einen Küchenstuhl gefesselt. Er rutschte noch weiter auf seinem Stuhl nach unten. Und ich soll das Testament aufspüren? Sie nickte. Ich habe bereits alle Schlupflöcher, die das Gesetz lässt, ausgekundschaftet. Die abschließende Sitzung beim obersten Gerichtshof findet in einer Woche statt. Wenn wir bis dahin kein rechtsgültiges Dokument vorlegen können, wird Wilna van Esses keinen Cent bekommen. In einer Woche? Sie nickte. Es sind fast zehn Monate vergangen seit dem Mord. Die Anwältin nickte erneut. Ich nehme an, die Polizei hat nichts gefunden. Sie hat ihr Bestes getan. Er sah zu ihr, dann zu den beiden Diplomen an der Wand. Seine Rippen schmerzten. Er gab einen kurzen ordinären Laut von sich, teils vor Schmerzen, teils aus Ungläubigkeit. Seit eine Woche. Ich. Hat Ihnen Kemp das nicht gesagt? Für Wunder bin ich nicht mehr zuständig. Mr. van Es sind fast zehn Monate vergangen, seit der Mann umgebracht wurde. Sie verschwenden das Geld Ihrer Klientin. Aber das kümmert ja Anwälte nicht. Er sah, wie sie die Augen zusammenkniff. Auf einer ihrer Wangen erschien ein kleiner, roter, halbmondförmiger Fleck. Mein Berufsethos ist über alle Zweifel erhaben, Mr. van Herden. Nicht, wenn Sie bei Mrs. van Es den Eindruck erwecken, es bestehe noch Hoffnung, sagte er und wunderte sich, wie sie sich unter Kontrolle hatte. Miss van Es ist über die Bedeutung dieses Schrittes eingehend unterrichtet worden. Ich habe sie auf die mögliche Zwecklosigkeit dieses Unterfangens hingewiesen. Aber sie ist bereit, sie zu bezahlen, weil es ihre letzte Chance ist. Die einzige Möglichkeit, die ihr noch bleibt. Es sei denn, Sie wissen nicht, was Sie zu tun haben, Mr. van Herden. Es gibt auch andere, die über die gleichen Fähigkeiten verfügen wie Sie. Der Halbmond glänzte nun leuchtend rot. Ihre Stimme aber blieb gemessen und kontrolliert. Und die nichts lieber tun würden, als gemeinsam mit Ihnen das Geld der Miss van Es einzustecken, sagte er und fragte sich, ob der Fleck noch röter werden konnte. Zu seiner Überraschung lächelte sie. Es interessiert mich wirklich nicht, wie Sie sich Ihre Schrammen zugezogen haben. Mit ihrer manikürten Hand deutete sie auf sein Gesicht. Aber langsam verstehe ich den Grund dafür. Die halbmondförmige Rötung verblasste langsam. Enttäuscht dachte er einen Moment lang nach. Was war noch im Safe? Das weiß sie nicht. Das weiß sie nicht? Sie schläft elf Jahre lang mit ihm und sie weiß nicht, was er in seinem Safe aufbewahrt? Wissen Sie, was sich im Kleiderschrank Ihrer Frau befindet, Mr. van Herden? Wie heißen Sie? Sie zögerte. Hope. Hope? Meine Eltern waren irgendwie romantisch veranlagt. Er ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen. Hope. Benneke. Er betrachtete sie. Fragte sich, wie eine Frau, die dreißig Jahre alt war, mit einem Namen wie Hope leben konnte. Er besah sich ihr kurzes Haar. Wie das eines Mannes. Flüchtig überlegte er, an welchen Gesichtszügen die Götter des Antlitzes bei ihr herumgefummelt hatten. Ein altes Spiel, an das er sich nur noch dunkel erinnerte. Ich bin nicht verheiratet, Hope. Das überrascht mich nicht. Wie heißen Sie mit Vornamen? Mir gefällt das Mr. ganz gut. Wollen Sie sich auf die Herausforderung einlassen, Mr. van Herden? Wilner van Aes befand sich irgendwo in der unbestimmten Spanne zwischen Jung und Alt. Eine Frau mittleren Alters, ohne scharfe Kanten, klein und rundlich. Und sie sprach mit leiser Stimme, als sie im Wohnzimmer ihres Hauses in Durbanville saßen, während sie ihm und der Anwältin von Jan Smith erzählte. Sie hatte ihn als Mr. van Herden unseren Ermittler vorgestellt, unseren, als würde er ihnen gehören. Er hatte um Kaffee gebeten, als ihnen etwas zu trinken angeboten wurde. Steif und förmlich saßen sie im Wohnzimmer, allesamt einander fremd. Ich weiß, es ist nahezu unmöglich, das Testament noch rechtzeitig zu finden, sagte van Aes entschuldigend. Er sah zur Anwältin, die mit ausdrucksloser Miene seinem Blick begegnete. Er nickte. Aber Sie sind sich sicher, dass es das Dokument wirklich gibt? Hope Beneke atmete ein, als wollte sie Widerspruch einlegen. Ja, Jan hat es eines Abends mit nach Hause gebracht. Sie zeigte in Richtung Küche. Wir haben am Tisch gesessen und er hat mir jeden Punkt erklärt. Es war kein besonders langes Schriftstück. Und der Tenor lautete, dass Sie alles erben würden? Ja. Wer hat das Testament aufgesetzt? Er hat es selbst verfasst. Es war seine Handschrift. Hat es jemand beglaubigt? Er hat es von der Polizeidienststelle hier in Durbanville beglaubigen lassen. Zwei der Beamten haben es unterschrieben. Und es gab nur dieses eine Exemplar. Ja, antwortete Willner von S. resigniert. Und es ist Ihnen nicht seltsam vorgekommen, dass er bei der Abfassung des Testaments keinen Anwalt zur Rate gezogen hat? Jan war so. Wie? Sehr für sich. Die Worte hingen in der Luft. Von Herden sagte nichts. Er wartete, dass sie fortfuhr. Ich glaube, er hat anderen Menschen nicht sonderlich vertraut. Ah. Er... Wir haben ein einfaches Leben geführt. Es gab die Arbeit und unser Zuhause. Manchmal hat er dieses Haus als sein Versteck bezeichnet. Er hatte keine Freunde. Womit hat er sein Geld verdient? Mit alten Möbeln. Was andere Antiquitäten nennen. Er sagte, in Südafrika gibt es eigentlich keine Antiquitäten. Das Land sei dafür noch zu jung. Wir waren Großhändler. Wir haben die Möbel aufgetrieben und Händler beliefert. Manchmal auch direkt an Sammler verkauft. Was war Ihre Aufgabe dabei? Vor etwa zwölf Jahren habe ich für ihn zu arbeiten begonnen. Als eine Art Sekretärin. Er fuhr durch die Gegend, suchte nach Möbeln auf dem Land, auf den Farmen. Ich hielt das Büro besetzt. Nach sechs Monaten... Wo ist das Büro? Hier in der Wellington Street. Hinter dem Pick'n'Pay Supermarkt. In einem kleinen alten Haus. Es gab keinen Safe im Büro? Nein. Nach sechs Monaten? Erinnerte er sie? Ich fand mich schnell zurecht. Er war im Nordkap, als jemand aus Swellendam anrief. Es ging um eine Jungmannskars, eine Garderobe, wenn ich mich recht erinnere, 19. Jahrhundert. Ein schönes Stück mit Intasien. Jedenfalls rief ich ihn an. Er sagte, ich müsse sie mir ansehen. Ich bin hingefahren und habe sie unglaublich billig erstanden. Er war beeindruckt, als er zurückkehrte. Und dann habe ich mehr und mehr gemacht. Wer war dann im Büro? Anfangs haben wir uns abgewechselt. Zum Schluss war nur noch er im Büro. Das hat Ihnen nichts ausgemacht? Es hat mir gefallen. Wann sind Sie zusammengezogen? Van S. zögerte. Miss Van S. Hope Benekke beugte sich vor. Kurz suchte sie nach den richtigen Worten. Mr. Van Herden muss leider Fragen stellen, die vielleicht nicht immer angenehm sind. Aber es ist enorm wichtig, dass er so viele Informationen wie möglich erhält. Van S. nickte. Natürlich. Es ist nur, ich bin es nicht gewohnt, über unsere Beziehung zu sprechen. Jan war immer... Er sagte immer, das geht die anderen nichts an, weil sie sich dann nur das Maul zerreißen. Sie bemerkte, dass er auf eine Antwort wartete. Also das war etwa ein Jahr, nachdem wir begonnen hatten, gemeinsam im Geschäft zu arbeiten. Elf Jahre. Eine Feststellung. Ja. Hier in diesem Haus. Ja. Und Sie haben niemals den Safe betreten? Nein. Er starrte sie nur an. Van S. machte eine hilflose Handbewegung. So war es eben. Wenn Jan Schmidt unter anderen Umständen ums Leben gekommen wäre, wie hätten Sie dann das Testament aus dem Safe geholt? Ich kannte die Kombination. Er wartete. Jan hat sie auf mein Geburtsdatum eingestellt, nachdem er mir das Testament gezeigt hat. Er hat alle wichtigen Unterlagen im Safe aufbewahrt. Ich weiß nicht, was sonst noch drin war, weil alles verschwunden ist. Darf ich ihn sehen? Den Safe? Sie nickte und stand auf. Wortlos folgten er und Hope Beneke ihr durch den Gang. Zwischen dem Bad und dem Schlafzimmer war rechts die große Stahltür des Safees zu erkennen, darin eingesetzt der Mechanismus mit dem Kombinationsschloss. Die Tür stand offen. Van S. betätigte den Lichtschalter an der Wand. Eine Neonröhre flackerte auf und leuchtete dann grell. Sie trat hinein. Ich denke, er hat ihn nachträglich einbauen lassen, nachdem er das Haus gekauft hat. Sie denken. Er hat es nie erwähnt. Und Sie haben nie gefragt. Sie schüttelte den Kopf. Er besah sich das Innere des Safees. An allen Seiten standen Holzregale. Sie waren leer. Sie haben keine Ahnung, was hier drin war? Wieder schüttelte sie den Kopf. Im engen Raum wirkte sie klein neben ihm. Sie sind nie vorbeigekommen, wenn er drin zu tun hatte? Er hat die Tür geschlossen. Und die Geheimniskrämerei hat sie nie gestört. Mit einem fast kindlichen Gesichtsausdruck sah sie ihn an. Sie kannten ihn nicht, Mr. van Rensburg. Van Herden. Entschuldigen Sie mich. Er sah die Frau erröten. Gewöhnlich kann ich mir Namen sehr gut merken. Er nickte. Jan Smith war ein Mensch, der sehr zurückgezogen gelebt hat. Haben Sie hier sauber gemacht, nachdem, ja, nachdem die Polizei fertig war? Er drehte sich um und ging, vorbei an Hope Benekel, die auf der Schwelle stand, zurück ins Wohnzimmer. Die Frauen folgten. Sie setzten sich wieder. Sie waren die Erste, die am Tatort war? Die Anwältin hob die Hände. Könnten wir nicht eine kleine Pause einlegen? Van S. nickte. Van Herden sagte nichts. Ich hätte gern einen Tee, sagte Beneke, wenn es nicht zu große Umstände macht. Sie ließ der anderen Frau ein warmes Lächeln zukommen. Gern, antwortete Willner van S. und ging in die Küche. Etwas mehr Mitgefühl würde nicht schaden, Mr. van Herden. Nennen Sie mich einfach Van Herden. Sie sah ihn an. Er lehnte sich auf dem Stuhl zurück. Die Schmerzen um das Auge waren mittlerweile stärker als in den Rippen. Der Kater pochte dumpf im Schädel. Sieben Tage, da bleibt nicht viel Zeit für Mitgefühl, Hope. Dass er sie mit ihrem Vornamen ansprach, ärgerte sie. Das gefiel ihm. Ich glaube nicht, dass sie sich Zeit oder Schwierigkeiten ersparen, wenn sie kein Mitgefühl zeigen. Er zuckte mit den Schultern. Sie klingen gerade so, als würde sie zum Verdächtigenkreis gehören. Er schwieg kurz, dann fragte er bedächtig, müde. Wie lange sind Sie schon Anwältin? Fast vier Jahre. Und mit wie vielen Mordfällen hatten Sie in diesem Zeitraum zu tun? Ich verstehe nicht, was das mit Ihrem mangelnden Taktgefühl zu tun hat. Warum, glauben Sie, hat Camp mich empfohlen? Weil ich so ein liebenswerter Bursche bin? Was? Ich weiß, was ich tue, Benicke. Ich weiß, was ich tue. Jahrelang hing das Gemälde meines Vaters an der Wand gegenüber ihrem Doppelbett. Der geschmeidige Körper des Bergmanns mit seinem kupferroten Haar und dem muskulösen Oberkörper. Im Hintergrund ein Höhenzug im vom Winter ausgebleichten westlichen Transvaal. Das Gemälde war das Symbol ihres einzigartigen Zusammentreffens, ihrer ungewöhnlichen Romanze, ihrer Liebe auf den ersten Blick, die es in jenen Tagen ganz offensichtlich häufiger gegeben hatte als heute. Ich erzähle Emiles und Johans Liebesgeschichte nicht, weil sie einen amüsanten Prolog zu meiner eigenen Geschichte abgibt, sondern weil sie zu den wichtigen Faktoren gehört, die mein Leben bestimmt haben. Denn im Schatten dieser ihrer Liebe habe ich den Großteil meines Lebens damit verbracht, ebenfalls diesen Augenblick zu finden und ebenfalls dieselbe unmittelbare Gewissheit der Liebe zu entdecken, was schließlich zu meinem Niedergang führte. Mein Vater war ein ehrenwerter Mann. Wie enttäuscht würde er sein, wenn er wüsste, was aus seinem erwachsenen Sohn geworden ist. Dies und sein Körper bildeten wahrscheinlich das Fundament, auf dem die Ehe meiner Eltern gebaut war. Denn sie hatten nichts gemeinsam. Selbst nach ihrer Heirat drei Jahre später lebten sie in dem Bergmannshaus in Stilfontaine in getrennten Welten. Ich muss zugeben, dass ich mich an die ersten vier oder fünf Jahre meines Lebens kaum erinnere. Ich weiß nur, dass meine Mutter, die Künstlerin, immer von ihren Künstlerfreunden umgeben war, von Malern, Bildhauern, Schauspielern, Musikern, seltsamen Leuten, die aus Johannesburg und Pretoria zu Besuch kamen, gelegentlich das dritte Schlafzimmer zum Bersten füllten und an manchen Wochenenden sogar im Wohnzimmer nächtigten. Sie führte die Unterhaltung an, hatte eine Zigarette in der Hand, ein aufgeschlagenes Buch in Reichweite, Musik kam von zerkratzten Schallplatten, vor allem Schubert, aber auch Beethoven und Haydn. Mozart, sagte sie, besitze nicht genügend Leidenschaft. Dem Haushalt oder dem Kochen konnte sie nichts abgewinnen. Aber es gab immer eine Mahlzeit für meinen Vater. Oft genug ein exotisches Gericht, das einer ihrer Freunde zubereitet hatte. Und er, er war eine Gestalt am Rande. Der Mann, der mit seinem Helm und dem Henkelmann von der Schicht nach Hause kam und zum Rugby-Training ging. Oder im Sommer zum Joggen. Er war ein Fitness-Fanatiker. Jahre bevor es in Mode kam. Er nahm Jahr für Jahr am Comrades-Ultramarathon teil und an anderen mittlerweile vergessenen Marathon-Veranstaltungen. Er war ein stiller Mann, dessen Leben sich um seine Liebe zu ihr und seiner Liebe zum Sport drehte. Und später um seine Liebe zu mir. Am 27. Januar 1960 wurde ich vom Schicksal in diesen Haushalt geworfen. Ein Junge mit den dunklen Zügen seiner Mutter und der Wortkarkheit seines Vaters. Es war sein Vorschlag, dass sie mich Sattopäck nennen sollten. Er war ein großer Bewunderer des tschechischen Leichtathleten Emil Sattopäck und vielleicht spielte es auch eine Rolle, dass er den gleichen Vornamen trug, auch wenn sich die Schreibweise leicht unterschied. Für meine Mutter klang Sattopäck anders, exotisch, bohemhaft. Keiner der beiden, die ganz gewöhnliche Namen besaßen, konnte sich vorstellen, was das für einen Jungen bedeutete, der in einer Bergbaustadt aufwuchs. Dabei hinterließ weniger der mitleidlose Spott der anderen Kinder seine Namen. Doch keiner der beiden sah vorher, welchen Ärger und welche Wut sich im Lauf des Lebens aufstaute, wenn man bei jedem Formular, das auszufüllen war, seinen Namen buchstabieren musste. Wenn andere die Augenbrauen hochzogen und ihr unvermeidliches Wiebitte folgen ließen, wenn man sich vorstellte. Es gab nur zwei Ereignisse in meinen ersten sechs Lebensjahren, die mich immer begleiten sollten. Das erste war, als ich die Schönheit der Frauen entdeckte. Dies hatte sehr vielfältige, facettenreiche Auswirkungen und Sie müssen es ertragen, wenn ich hier von der Chronologie und dem Erzählfluss abweiche. Aber es war ein Thema, das mich faszinierte, verzauberte und letztendlich zu dem Puzzle beitrug, das meine Psyche darstellt. Die genauen Einzelheiten dieses denkwürdigen Ereignisses habe ich längst vergessen. Ich glaube, ich war knapp sechs Jahre alt. Wahrscheinlich spielte ich im Wohnzimmer des Bergmannshauses mit meinen Spielsachen, um mich herum die Erwachsenen, der weitläufige Künstlerkreis meiner Mutter, als ich aufsah und eine ihrer Freundinnen, eine Schauspielerin, anblickte. Und in diesem Moment erkannte ich ihre Schönheit, unbestimmt, vage nur. Doch in dem festen Wissen, dass sie schön war, dass die Vorstellung ihrer Gesichtszüge, ihres Körpers einen überwältigte. Ich muss zugeben, ich kann mich nicht mehr an ihr Gesicht erinnern, nur noch daran, dass sie klein und schlank gewesen war und wahrscheinlich braunes Haar gehabt hatte. Es war die erste von vielen ähnlichen Erfahrungen, von denen jede Einzelne ein Meilenstein meiner wachsenden Bewunderung und meines besinnlichen Nachdenkens über die Schönheit der Frauen war. Natürlich bestand die Gefahr, dass man darüber seine Objektivität verlor. Denn schließlich bewundern alle Männer schöne Frauen. Ich allerdings glaubte, dass mein Faible für die Schönheit, die Art und Weise, wie sie mich beeindruckte, weiterging, als es gewöhnlich der Fall ist. Vielleicht dachte ich damals, als ich noch über die nötige Energie und den Hunger nach Reflexion verfügte, vielleicht war dies das Einzige, was ich von den künstlerischen Genen meiner Mutter vererbt bekommen hatte. Verzaubert zu sein von der Figur, den Formen, den einzelnen Bestandteilen, die das Gesamtbild einer Frau ergeben. So wie der Körper meines Vaters sie verzaubert hatte. Der Unterschied war nur, sie wollte sie malen, wie sie so oft die Gesichter und Gesten anderer Menschen gemalt hatte. Ich aber gab mich immer damit zufrieden, sie zu betrachten und darüber nachsinnen zu können. Über die Ungerechtigkeit der Götter zu grübeln, die ihre Schönheit so willkürlich verteilten. Über den Teufel des hohen Alters, der die Schönheit wieder wegnehmen konnte, sodass nur die dadurch geformte Persönlichkeit zurückblieb. Über den Einfluss staunenswerter Schönheit auf den Charakter der Frau. Über die sonderbaren Eigenheiten der Schönheit, die vielen wundervollen Facetten von Nase, Mund und Kinn, Wangenknochen und Augen. Und ich dachte über den Humor der Götter nach, deren Verschlagenheit und Boshaftigkeit, wenn sie einer Frau einen vollkommenen Körper verliehen, sich beim eigentlichen Epizentrum der Schönheit, dem Gesicht, aber zurückhielten. Oder wenn sie ein köstliches Gesicht mit einem hässlichen Körper verbanden. Oder allem ein kleines, unvollkommenes Detail anfügten, das dann plötzlich frei im Niemandsland hing. Oh, und das Talent der Frauen, mittels Kleidung und Farbe, Lippenstift und Bürste und der kleinen Gesten der Hände und Finger den Geiz der Natur zu überlisten und ein verbessertes, verlockenderes Produkt entstehen zu lassen. Von diesem Augenblick an, in jenem Wohnzimmer in Stilfontein, war ich ein Sklave der Schönheit. Das zweite, unvergessliche Ereignis während meiner ersten sechs Lebensjahre begann mit einem Erdbeben. Ich kehrte aus Windhög zurück und Jan sollte mich eigentlich am Flughafen abholen. Doch er war nicht da. Ich rief zu Hause an, aber es ging niemand ran. Nachdem ich ungefähr zwei Stunden gewartet hatte, nahm ich ein Taxi. Es war schon spät, so gegen zehn Uhr abends. Im Haus war alles dunkel. Ich machte mir Sorgen, weil er sonst immer früh nach Hause kam. Und immer brannte in der Küche das Licht. Ich öffnete also die Haustür und ging rein. Und dann sah ich ihn. Hier in der Küche. Es war das Erste, was ich sah. Ich wusste sofort, dass er tot war. Alles war voller Blut. Sein Kopf hing nach unten auf die Brust. Sie hatten ihn an einen Stuhl gefesselt, einen der Küchenstühle. Ich habe sie alle verkauft. Ich konnte sie nicht mehr behalten. Seine Arme waren mit Draht auf den Rücken gebunden. Das hat mir die Polizei erzählt. Ich konnte nicht weitergehen. Ich stand nur auf der Schwelle und dann rannte ich zu den Nachbarn. Sie riefen die Polizei. Ich stand unter Schock. Sie riefen auch einen Arzt. Ihrer Stimme entnahm er, dass sie die Geschichte bereits mehr als einmal erzählt hatte. Es fehlte jede Intonation. Ergebnis der Wiederholung und unterdrückter Traumata. Später bat die Polizei, sie sich das Haus anzusehen. Ja. Sie wollten vieles wissen. Wie die Mörder in das Haus eingedrungen sind. Was gestohlen wurde. Konnten sie ihnen helfen? Man weiß nicht, wie sie ins Haus gelangen konnten. Die Polizei vermutet, sie haben ihm aufgelauert, als er nach Hause kam. Die Nachbarn aber haben nichts bemerkt. Was ist aus dem Haus verschwunden? Nur der Inhalt des Safes. Seine Brieftasche? Der Fernseher? Stereoanlage? Nichts. Nur der Inhalt des Safes. Wie lange waren Sie in Windhög? Ich war die ganze Woche in Namibia. Die meiste Zeit auf dem Land. Nur der Flug ging nach Windhög. Wie lange war er schon tot, als Sie zurückkamen? Man sagte mir, es sei in der Nacht zuvor geschehen, vor meiner Rückkehr. Sie haben ihn an jenem Tag nicht angerufen. Nein, aber zwei Tage zuvor von Gubabis aus, um ihm zu sagen, was ich gefunden habe. Wie hat er geklungen? Wie immer. Er telefonierte nicht gern. Das Gespräch wurde fast ausschließlich von mir bestritten. Ich wollte sicher gehen, dass die Preise, die ich bot, stimmten. Und ich gab ihm die Adressen für den Laster. Er hat nichts gesagt, was Ihnen auffällig, sonderbar erschien? Nein. Laster? Welcher Laster? Er gehört nicht uns. Money Meiring Transport aus Cools River holten einmal im Monat die Möbel ab. Wir nannten ihnen die Adressen und gaben ihnen die Schecks mit, die sie den Verkäufern aushändigten. Dann schickten sie jemanden mit einem Laster los. Wer wusste, dass sie die ganze Woche weg waren? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich nur Jan. Haben Sie eine Putzfrau, einen Gärtner? Nein, ich... Wir haben alles selbst gemacht. Eine Reinigungskraft im Büro. Und das hat die Polizei auch alles gefragt. Vielleicht wusste jemand, dass ich die Woche über fort war, aber wir hatten keine Angestellten. Außerdem wollten sie wissen, ob ich regelmäßig die Stadt verließ. Ich war oft weg, aber immer an anderen Tagen. Manchmal nur für ein, zwei Tage, manchmal auch für zwei Wochen. Und dann kümmerte sich Jan Smith selbst um die Wäsche und putzte das Haus. Es gab nicht viel zu putzen. Und in der Wellington Street gibt es eine Wäscherei mit Bügelservice. Wer wusste noch vom Safe? Nur Jan und ich. Keine Freunde, Familienmitglieder? Nein. Mrs. Van S. Ist Ihnen irgendjemand bekannt, der möglicherweise auf ihn gewartet und ihn ermordet haben könnte? Irgendjemand, der möglicherweise vom Safe gewusst hatte? Sie schüttelte den Kopf und plötzlich, wie aus dem Nichts, liefen ihr lautlos Tränen über die Wange. Hey, Sie kenne ich doch, sagte Mavis Petersen als von Herden das unansehnliche Backsteingebäude des Morddezernats in der Kesselsway Road Belleville betrat. Er hatte seine Rückkehr mit gemischten Gefühlen entgegengesehen. Wie viele Jahre waren vergangen, seit er genau durch diese Türen das Gebäude verlassen hatte? Es hatte sich kaum etwas verändert. Der gleiche modrige, trübselige Geruch, die gleichen Fliesen auf dem Boden, die gleiche Amtsstubeneinrichtung, die gleiche Mavis. Älter, aber genauso herzlich. Hallo, Mavis. Aber das ist doch der Käpt'n, sagte Mavis und klatschte in die Hände. Das bin ich nicht mehr, Mavis. Und schau dir das Auge an. Was haben Sie angestellt? Wie lange ist es schon her? Was machen Sie jetzt so, Käpt'n? So wenig wie möglich, antwortete er. Er fühlte sich unwohl, war nicht vorbereitet auf diesen Empfang und wollte die Frau nicht mit seiner Verbitterung behelligen. Ist Tonio Grady da? Ich kann es noch gar nicht glauben, Käpt'n. Sie haben abgenommen. Ja, der Inspektor ist da. Er ist jetzt im zweiten Stock. Soll ich Sie melden? Nein, danke, Mavis. Ich gehe einfach zu ihm hoch. Er schritt an ihrem Schreibtisch vorbei ins Innere des Gebäudes. Erinnerungen hämmerten an die Tür zu seinem Gedächtnis. Er hätte nicht hierher kommen sollen, ging es ihm durch den Kopf. Er hätte sich mit O'Grady woanders treffen sollen. Polizeibeamte saßen an ihren Büros, gingen an ihm vorüber, fremde Gesichter, die er niemals zuvor gesehen hatte. Er ging die Treppe zum obersten Stock hinauf, passierte die Teeküche, entdeckte dort jemanden, ließ sich den Weg beschreiben. Und dann stand er vor O'Grady's Büro. Der Kerl hinter dem Schreibtisch blickte auf, als er hörte, wie jemand gegen den Türrahmen klopfte. Hallo, Nougat. O'Grady blinzelte. Oh Gott. Nein, trotzdem danke. Er ging zum Schreibtisch, streckte die Hand aus. O'Grady wuchtete sich halb aus dem Stuhl, reichte ihm die Hand, setzte sich wieder. Noch immer stand ihm der Mund halb offen. Van Herden zog einen importierten Nougatriegel aus seiner Jackentasche. Isst du die noch? O'Grady blickte den Riegel noch nicht einmal an. Ich kann's einfach nicht glauben. Er legte die Süßigkeit auf den Schreibtisch. Oh Gott, Van Herden, das ist Jahre her. Es ist, als würde man ein Gespenst sehen. Er setzte sich auf einen der grauen Strahlstühle. Aber ich nehme an, Gespenster bekommen keine blauen Augen, fuhr O'Grady fort und griff sich das Nougat. Was ist das? Ein Bestechungsversuch? So könntest du's nennen. Der dickleibige Mann fummelte an der Zellophanverpackung. Wo hast du gesteckt? Wir reden schon gar nicht mehr über dich, weißt du das? Ich war eine Weile in Gauteng, erfand er. Bei der Polizei? Nein. Oh Gott, warte, bis ich das den anderen erzähle. Also was ist mit deinem Auge passiert? Er zuckte mit den Schultern. Kleiner Unfall. Ich brauche deine Hilfe, Tony. Er wollte das Gespräch so kurz wie möglich halten. O'Grady biss vom Nougat ab. Du weißt ziemlich gut, wie du die bekommen kannst. Du warst für den Smith-Fall zuständig, letzten September. Johannes Jakobus Smith wurde in seinem Haus ermordet. Begehbarer Safe. Du bist jetzt also Privatdetektiv? Na, sowas ähnliches. Oh Gott, von Herden, das ist doch ein beschissenes Leben. Warum kommst du nicht wieder zu uns? Er atmete tief ein, musste die Angst und die Wut unterdrücken. Erinnerst du dich an den Fall? O'Grady starrte ihn lange an, nur seine Kiefer bewegten sich, während er das Nougat mampfte. Er knifft die Augen zusammen. Er sieht genauso aus wie immer, dachte von Herden. Kein bisschen fetter, kein bisschen dünner. Noch immer der klobige Polizist, der seinen scharfen Verstand hinter seiner schillernden Persönlichkeit und seinem schweren Körper versteckte. Und welches Interesse hast du daran? Seine Lebensgefährtin verhandelt nach einem Testament, das im Safe gewesen ist. Und du sollst es finden. Ja. Er schüttelte den Kopf. Ein Privatschwängel, heilige Scheiße. Du warst mal gut. Van Herden atmete tief durch. Das Testament, sagte er. O'Grady sah ihn über den Nougatriegel hinweg an. Ach, das Testament. Er legte die Süßigkeit auf den Schreibtisch und schob sie zur Seite. Weißt du, das war das Einzige, das irgendwie nicht passte. Er lehnte sich zurück, faltete die Arme über den Bauch. Dieses verdammte Testament. Moment. Zunächst war ich mir sicher, dass sie es war oder jemand angeheuert hat. Es hätte verdammt gut gepasst. Schmidt hatte keine Freunde, keine Geschäftspartner, keine Angestellten. Aber sie kamen rein, folterten ihn, bis er ihnen die Kombination verriet, räumten den Safe aus und brachten ihn um. Sonst nahmen sie nichts mit. Das war ein Insiderjob. Und sie war die Einzige, die sich auskannte, sagte sie jedenfalls. Folterten ihn? Verbrannten ihm mit einem Schweißbrenner die Haut. Die Arme, Schultern, Brustkorb, Eier. Im Allgemeinen nennt man sowas Mord. Wusste sie davon? Wir haben es weder ihr noch der Presse erzählt. Wir haben uns bedeckt gehalten. Ich wollte sehen, ob sie sich vielleicht verrät. Sie sagt, sie kennt die Kombination, Nugert. Der Schweißbrenner könnte nur Show gewesen sein, um den Verdacht von ihr abzulenken. Welche Mordwaffe? Nun, das ist der zweite seltsame Punkt. Bei der ballistischen Untersuchung kam heraus, dass es eine M16 war. Die Armeewaffe der Yankees. Von denen gibt's nicht mehr so viele, oder? Van Herden schüttelte bedächtig den Kopf. Nur ein Schuss? Ja. Wie bei einer Exekution. In den Hinterkopf. Weil er ihre Gesichter gesehen hatte. Oder sie kannte. Wer weiß das heutzutage schon. Vielleicht haben sie ihn auch nur aus Spaß erschossen. Wie viele, glaubst du, waren es? Das wissen wir nicht. Keine Fingerabdrücke drinnen, keine Fußspuren draußen. Keine Zeugen in der Nachbarschaft. Smith war ein großgewachsener Mann, noch gut in Form. Es muss mehr als einer gewesen sein. Die Forensik? O'Grady beugte sich vor und zog das Nougat wieder zu sich heran. Nichts. Gar nichts. Keine Abdrücke, keine Haare, keine Hautfetzen. Nur ein beschissenes Stück Papier. Im Safe. Wir haben ein Stück Papier gefunden, etwa so groß wie zwei Streichholzschachteln. Die cleveren Jungs in Pretoria sagten, es gehöre zu einer Banderole, womit man Geldstapel umwickelt. Du weißt schon, 10.000 in 50er-Scheinen sowas. Van Herden zog die Augenbrauen hoch. Aber das Komische ist, der Art und dem ganzen Mist nach sind sie sich ziemlich sicher, dass es sich um Dollar gehandelt hat. US-Dollar. Scheiße, sagte Van Herden. Ganz meine Meinung. Aber es kommt noch besser. Es war das Einzige, was ich hatte, also habe ich über den Körnel die in Pretoria ziemlich unter Druck gesetzt. Die Forensik hat dort einen Geldexperten, Klasen oder so ähnlich. Der setzte sich wieder an seine Bücher und sein Mikroskop und meinte, der Papierfetzen lasse auf altes Geld schließen. Die Amerikaner umwickeln ihr Geld heute nicht mehr so. Aber früher haben sie das getan, in den 70ern und Anfang der 80er. Van Herden ließ sich die Information durch den Kopf gehen. Und du hast Willner von Esther nach gefragt? Ja, und die übliche Antwort zu hören bekommen. Sie weiß nichts. Hat niemals Dollar als Bezahlung für die Furz alten Möbel eingesteckt, hat niemals damit gezahlt. Weiß noch nicht einmal, wie so ein verdammter Dollarschein aussieht. Ich meine, Scheiße. Die Frau lebt ein Jahrzehnt oder noch länger mit dem Mann zusammen und benimmt sich wie diese drei Affen. Hört nichts, sieht nichts, sagt nichts. Und jedes Mal, wenn ich ein paar direkte Fragen stellen wollte, fiel ihre kleine sexy Anwältin wie eine Sumoringerin über mich her. O'Grady nahm einen frustrierten Bissen vom Nougat und sank in seinen Schreibtischdessel zurück. Und keine amerikanischen Kunden oder Freunde. Das war eine Feststellung. Er kannte die Antwort bereits. Der fette Polizist sprach mit vollem Mund, trotzdem gelang es ihm, jedes Wort klar und deutlich zu artikulieren. Keinen einzigen, verstehst du? Mit dem Gewehr und den Dollar würde es einfach Sinn ergeben, dass da irgendwie Denkis mit im Spiel sind. Ihre Anwältin sagt, sie sei unschuldig. Ist sie deine neue Arbeitgeberin? Nur zur Zeit. Dann versuch wenigstens, sie ins Bett zu bekommen, denn das ist alles, was bei ihr zu holen ist. Das ist eine Sackgasse. Ich meine, welches Motiv sollte Wilna von Esser haben? Ohne das Testament bekommt sie anscheinend überhaupt nichts. Es sei denn, es gab eine Abmachung, dass sie die Hälfte der Beute erhält. In ein oder vielleicht zwei Jahren, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Vielleicht. Und neben ihr gab es keine weiteren Verdächtigen? Nein, niemanden. Es war an der Zeit, zu Kreuze zu kriechen. Ich würde sie gern die Akte sehen, Nougat. Und Grady starrte ihn an. Ich weiß, du bist ein guter Polizist, Nougat. Ich muss mir den Tathergang vergegenwärtigen. Mitnehmen kannst du sie aber nicht. Du wirst sie hier lesen müssen. Das Erdbeben weckte mich. Es war spät nachts, als die dumpfen, rollenden Donner aus den Tiefen der Erde die Fenster erzittern und das Wellblechdach auf dem Bergmannshaus knarren ließen. Ich weinte. Mein Vater kam und tröstete mich, nahm mich in der Dunkelheit in die Arme und sagte, es sei nur die Erde, die sich in eine bequemere Position schiebe. Ich war wieder eingeschlafen, als etwa eine Stunde später das Telefon klingelte, um ihn zu holen. Den Rest der Geschichte erfuhr ich von meiner Mutter, die sie aus den offiziellen Verlautbarungen, den Erzählungen von den Kollegen meines Vaters und ihrer eigenen Fantasie zusammensetzte. Er führte eine der Rettungsmannschaften an. Sie sollten die 14 Männer herausholen, die einen Kilometer unter Tage eingeschlossen waren, nachdem einer der Stollen eingebrochen war. Es war heiß und stickig dort unten. Andere Rettungsmannschaften waren bereits an der Arbeit, als sie eintrafen und im ratternden, schwankenden Förderkorb mit ihren Schaufeln und Keilhauen ihren Verbandskästen und Wasserflaschen in den Schacht einfuhren. Keiner trug den vorgeschriebenen Helm, er wäre nur hinderlich gewesen. Alle, Schwarze wie Weiße, krempelten den oberen Teil ihres Overworlds nach unten und arbeiteten mit nacktem Oberkörper. Sie schimmerten im grellen Schein der elektrischen Grubenlampen, die manche Stellen hell erleuchteten, andere in tiefe Schatten rückten. Der rhythmische Singsang der Schwarzen gab das Arbeitstempo vor. Die Hauer, die Ausbringer, Seite an Seite nun. Die sonst so rigide Trennung zwischen den Hautfarben und den einzelnen Berufen war plötzlich vergessen. Denn vier der eingeschlossenen Männer waren Weiße und zehn Schwarze. Stunde um Stunde in der ewigen Finsternis, um einen Berg zu versetzen. Oben hatten sich die Verwandten der weißen Männer eingefunden, warteten auf Neuigkeiten, wie immer unterstützt von der Gemeinschaft, von Freunden und Kollegen, sowie den Familienangehörigen der Rettungsmannschaften, die sich ebenfalls in Gefahr befanden. Meine Mutter malte in diesen Stunden. Blechern ertönten Schuberts Lieder aus der Musiktruhe. Ruhig und gefasst, denn sie hielt meinen Vater für unverwundbar. Ich wusste nichts von der Spannung, die eine ganze Stadt gefangen hielt. Kurz bevor seine Mannschaft am Ende der Schicht an die Oberfläche zurückkehren sollte, hörten sie gedämpfte Hilferufe. Erschöpftes Stöhnen, Schmerzens- und Angstschreie. Und er ermutigte sie durchzuhalten. Die dünne Kante des Kals kratzte Felsen und Geröll und Erde fort, um einen schmalen Durchgang zu graben. Kein Gedanke mehr daran, sich Ruhe zu gönnen. Im Adrenalinhoch des Erfolgs, der zum Greifen nahe lag. Emilé von Herden war ganz vorn. Sein geschmeidiger Körper schöpfte Kraft aus seinem lebenslangen Training, um die Eingeschlossenen zu erreichen. Seine Mannschaft war zu der schmalen Öffnung durchgebrochen, die die Überlebenden mit bloßen Händen und blutenden Finger gegraben hatten. Die Nachricht, dass unten Stimmen zu hören waren, verbreitete sich schnell über Tage. Die in der kleinen Kantine versammelten Menschen klatschten in die Hände und weinten. Und dann bebte die Erde erneut. Er hatte die ersten drei mit seinen kräftigen, senigen Armen herausgezogen und sie auf die Holz- und Leinwandtragen gepackt. Der vierte steckte bis zur Brust hin fest, ein schwarzer mit zerschmetterten Beinen, der die Schmerzen mit übermenschlichen Kräften unterdrückte. Nur der Schweiß lief in Strömen. Sein Oberkörper zitterte. Emilé von Herden scharrte wie besessen, wühlte mit den Fingern in der Erde, in der die Beine des Mannes steckten. Eine Schaufel wäre zu groß und zu unhandlich gewesen. Dann schob sich die Erde abermals in eine bequemere Position. Er gehörte zu den vierundzwanzig Männern, die drei Tage später in Decken gewickelt aus dem Schacht geborgen wurden. Meine Mutter weinte nur, als im Leichenschauhaus die Decke zurückgeschlagen wurde und sie sah, was eine Tonne Gestein mit dem schönen Körper ihres Ehemanns angerichtet hatte. Van Herden war nicht der Mann, den sie erwartet hatte. Kemp hatte ihr erzählt, er sei ein ehemaliger Polizist. Was soll ich Ihnen sagen, er ist ein wenig anders, aber ein verdammt guter Ermittler. Sie müssen nur standhaft bei ihm bleiben. Weiß Gott, sie brauchte einen guten Ermittler. Sie hatte nicht gewusst, was sie erwarten sollte. Anders, vielleicht mit Ohrring und Pferdeschwanz, aber nicht diese Spannung, wie er mit Willner von S. geredet hatte. Spannung war nicht das richtige Wort, der Umgang mit ihm war schwierig, wie mit Sprengstoff. Sie hatten sich auf 2000 Rand pro Woche geeinigt, im Voraus. Sie würde die Summe zunächst aus ihrer eigenen Tasche zu zahlen haben, falls Van Herden nichts fand. Viel zu viel Geld. Selbst wenn Willner von S. es später in Raten abstotterte. Geld, das sich die Kanzlei nicht leisten konnte. Sie würde mit Camp telefonieren müssen. Sie griff zum Hörer. Er stand in der Tür. Ich muss noch mal mit Van S. reden. Er lehnte am Türrahmen. Schlanker Körper, blaues Auge, leck mich am Arschhaltung. Einen braunen Umschlag in der Hand. Sie bemerkte, dass sie die Hand zum Hörer ausgestreckt zusammenschreckte. Und er hat es gesehen. Ihre Abneigung gegenüber diesem Mann war noch nicht sehr weit gediehen, aber sie war im Wachsen begriffen, wie ein austreibender Same. Das müssen wir erst besprechen, sagte sie. Und vielleicht sollten sie das nächste Mal in Betracht ziehen, anzuklopfen, bevor sie eintreten. Warum müssen wir das besprechen? Er setzte sich erneut auf den Stuhl ihr gegenüber. Diesmal aber beugte er sich vor. Seine Körpersprache zeugte von Feindseligkeit. Sie holte tief Luft, zwang sich zur Geduld und Standhaftigkeit. Wilner van Es hat allein als Mensch ein Anrecht auf unsere Anteilnahme und unseren Respekt. Darüber hinaus hat sie in den letzten neun Monaten Dinge durchgemacht, wie sie die meisten von uns ihr ganzes Leben nicht erfahren. Auch wenn wir nur wenig Zeit hatten, fand ich ihr Verhalten heute Morgen ihr gegenüber bestürzend und unerträglich. Er saß auf dem Bürostuhl, hatte den Blick auf den braunen Umschlag gerichtet, mit dem er rhythmisch gegen seinen Daumennagel klopfte. Sie sind nur zu zweit? Zwei Frauen? Was? Die Kanzlei? Anwältinnen? Er sah auf und wies mit einer unbestimmten Handbewegung auf das Büro. Ja, sie verstand weder, warum er ablenkte, noch worauf er hinaus wollte. Warum? fragte er. Ich verstehe nicht, was das mit ihrer Gefühllosigkeit zu tun hat. Darauf komme ich gleich, Hope. Ist es Absicht, dass nur Frauen in dieser Kanzlei beschäftigt sind? Ja. Warum? Weil das Rechtssystem fest in Männerhand ist. Aber dort draußen gibt es Tausende von Frauen, die ein Recht darauf haben, dass man ihnen mit Verständnis und Anteilnahme begegnet, wenn sie angeklagt sind oder sich scheiden lassen wollen. Oder nach einem Testament suchen. Sie sind eine Idealistin, sagte er. Sie nicht. Eine Feststellung. Und das ist der Unterschied zwischen uns Biden Hope. Sie glauben, sie könnten sich durch ihre Frauengruppen, durch ihre Frauenkanzlei, durch ihre regelmäßigen Beiträge zu Straßenkinderhilfsfonds und der Mission das Gewissen reinwaschen. Sie glauben, sie und ihresgleichen seien schon per se gute Menschen, nur wenn sie in ihren teuren BMW steigen und zum Fitness- und zum Tennisclub fahren. Und dabei sind sie so verdammt selbstzufrieden mit sich und der Welt. Weil sie glauben, jeder sei von Grund auf ein guter Mensch. Aber ich will ihnen was sagen, wir sind schlechte Menschen. Sie, ich, wir alle. Er öffnete den Umschlag, nahm zwei Postkarten große Fotos heraus und schleuderte sie ihr über den Schreibtisch. Haben sie die schon zu Gesicht bekommen? Der verstorbene Johannes Jakobus Smith und seinen eigenen Küchenstuhl gefesselt. Erfüllt sie das mit Anteilnahme und Verständnis? Oder welche politisch korrekten Begriffe wollen sie mir hier noch auftischen? Jemand hat das mit ihm angestellt, hat ihn mit Draht gefesselt und mit einem Schweißbrenner traktiert, bis er sich nur noch wünschen konnte, sie würden ihn erschießen. Irgendjemand, irgendwelche Leute und ihr unberührbarer Engel Wilner van Es steckt mitten in dieser Scheiße. Der fette Inspektor Tony O'Grady vom Morddezernat glaubt, sie sei daran beteiligt, weil viele kleine Dinge nicht zusammenpassen wollen. Und was Morde betrifft, gibt ihm die Statistik Recht. Gewöhnlich ist es der Ehemann, die Ehefrau, die oder der Geliebte. Vielleicht hat er Recht, vielleicht hat er Unrecht. Aber wenn er Recht haben sollte, was ist dann mit ihrem Idealismus, hm? Sie sah von den Fotos auf, blass. Und sie wollen meine Vorstellungen wie eine Seifenblase zerplatzen lassen. Sind Sie jemals einem Mörder begegnet, Hope? Sie haben ihr Ziel erreicht. Oder jemandem, der Kinder missbraucht? Wir, und dann zögerte er ganz kurz, bevor er fortfuhr, sprach dann einfach weiter und war selbst ein wenig darüber überrascht. Ich habe einen Vergewaltiger festgenommen, der es auf Kinder abgesehen hatte. Ein sanfter, gnubbliger alter Mann, 59 Jahre alt, der aussah wie das perfekte Dubel des Nikolaus. Der insgesamt 17 kleine Mädchen zwischen 4 und 9 Jahren mit Wilson's Toffee in seinen Wagen gelockt und hinauf nach Konstantierberg. Sie haben Ihr Ziel erreicht, sagte sie leise. Er ließ sich in seinen Bürostuhl zurückfallen. Dann lassen Sie mich verdammt nochmal meine Arbeit erledigen. Der Nordwestwind blies draußen die Dunkelheit gegen die Fensterscheiben, während drinnen Wilner van Es redete und mit Worten nach Jan Smith suchte und die verschränkten Hände in ihrem Schoß niemals ganz zur Ruhe kamen. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, ob ich ihn kannte. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich war, ihn zu kennen. Aber es hat mich nicht gestört. Ich habe ihn geliebt. Er war, es war, als hätte er eine Wunde, als hätte er... Manchmal, wenn ich nachts neben ihm lag, dachte ich, er sei wie ein Hund, der zu oft und zu brutal geschlagen worden war. Mir ging vieles durch den Kopf. Manchmal dachte ich, vielleicht hat er irgendwo noch eine Frau und Kinder. Denn als ich schwanger war, da sah er regelrecht verängstigt aus. Ich dachte, er hat vielleicht eine Frau und Kinder, die ihn verlassen haben. Oder dass er ein Weise war. Vielleicht gab es auch etwas anderes. Aber er war durch irgendetwas so schwer verletzt worden, dass er es anderen nicht zeigen konnte. So viel wusste ich. Aber ich habe ihn nie danach gefragt. Ich weiß nichts über ihn. Ich weiß nicht, wo er aufgewachsen ist. Ich weiß nicht, was mit seinem Vater und seiner Mutter geschehen ist. Und ich weiß nicht, wie er mit dem Geschäft begonnen hat. Aber ich weiß, dass er mich auf seine Weise geliebt hat. Er war freundlich und gut zu mir. Und manchmal lachten wir zusammen. Nicht oft, aber hin und wieder. Über andere Leute. Ich wusste, er mochte keine selbstgefälligen Menschen. Und solche, die mit ihrem Geld angeben. Wahrscheinlich hat er schwere Zeiten durchmachen müssen. Er ist immer sehr sorgsam, sehr vorsichtig mit seinem Geld umgegangen. Ich glaube, er hatte Angst vor anderen Menschen. Vielleicht war er auch schüchtern. Es gab keine Freunde. Nur uns beide. Mehr brauchten wir nicht. Nur der Wind und der Regen, die gegen das Fenster schlugen. Sie sah auf, blickte zu Hope Benecke. Es gab oft diese Momente, in denen ich fragen wollte. In denen ich ihm sagen wollte, er könne es mir erzählen. Dass ich ihn immer lieben werde. Ganz egal, wie groß der Schmerz sei. Es gab Momente, in denen ich fragen wollte, weil ich so fürchterlich neugierig war, weil ich ihn kennen wollte. Ich glaube, das lag daran, weil ich ihn einordnen wollte. Das machen wir mit allen Menschen. Ordnen sie irgendwo in unserem Kopf ein, damit wir wissen, was wir ihnen das nächste Mal sagen oder was wir ihnen geben sollten. Das macht das Leben etwas leichter. Aber ich habe ihn nicht gefragt. Denn wenn ich gefragt hätte, dann hätte ich ihn vielleicht verloren. Sie sah zu von Herden. Ich hatte nichts. Manchmal fragte ich mich, ob sein Vater auch getrunken hat und seine Mutter auch geschieden war und er vielleicht auch aus zerrütteten Verhältnissen stammte. So wie ich. Aber wir hatten uns. Und mehr brauchten wir nicht. Deshalb habe ich nicht gefragt. Noch nicht einmal, als ich schwanger war und er sagte, wir müssten etwas dagegen tun, weil Kinder das Böse dieser Welt nicht verdient hätten und wir sie davor nicht beschützen könnten. Damals habe ich ihn nicht gefragt, weil ich wusste, dass er geschlagen worden war. Wie ein Hund. Zu oft. Also ließ ich abtreiben. Und dabei auch gleich einen Eingriff vornehmen, damit ich nie wieder schwanger werden konnte. Weil ich wusste, dass wir nur uns beide brauchten. Und dann wischte sie den Tropfen von der Nasenspitze und sah auf ihre Hände. Und er wusste nicht, was er sagen sollte und wusste, dass er seine anderen Fragen nicht mehr anbringen konnte. Das Haus war eine Grabkammer. Ich denke, wir müssen los, sagte die Anwältin schließlich und erhob sich. Sie ging zu Van Es und legte der Frau eine Hand auf die Schulter. Sie liefen nebeneinander durch den Regen über die Straße zu ihren Autos. Als sie den Schlüssel in die Tür ihres BMW steckte, stand Van Herden neben ihr. Wenn wir das Testament nicht finden, bekommt sie nichts? Nichts, sagte Hope Benicke. Er nickte nur. Dann ging er zu seinem Toyota, während der Regen auf ihn niederprasselte. Während die Zwiebeln, die Pfefferkörner und Nelken vor sich hin köchelten, griff er zum Telefonhörer. Ich koche, sagte er, als sie sich meldete. Um wie viel Uhr? fragte sie und er versuchte die Überraschung in ihrer Stimme zu überhören. Er sah auf die Uhr. Um zehn. Gut. Erwiderte sie. Er legte den Hörer auf. Sie würde sich freuen, wusste er. Sie würde sich ihre Gedanken machen, aber keine Fragen stellen. Er kehrte zum Gasherd in der Küche zurück, dem einzigen Raum in dem kleinen Haus, der keinerlei Anzeichen von Vernachlässigung aufwies. Das Wasser war verkocht. Er schüttelte einige Zimtstangen in die Handfläche und gab sie zu den übrigen Zutaten in den Edelstahltopf. Dann fügte er nach Augenmaß Olivenöl hinzu und stellte die Flamme kleiner. Die Zwiebeln mussten langsam bräunen. Er zog das Schneidebrett zu sich, teilte die Lammkeulen in kleine Stücke und gab auch sie hinein, rieb frischen Ingwer und warf ihn mit zwei Kardamonsamen zu dem Eintopf, rührte alles um, drehte die Flamme noch kleiner, sah auf die Uhr und setzte den Deckel auf. Er breitete die weiße Tischdecke über den Tisch, legte das Besteck aus, stellte das Salz, die Pfeffermühle und den Kerzenleuchter mit weißen Kerzen darauf. Er konnte sich nicht erinnern, wann er sie zum letzten Mal angezündet hatte. Zurück zur Arbeitsplatte. Er öffnete zwei Dosen mit italienischen Tomaten, die er frisch zubereiteten, schon immer vorgezogen hatte, hackte sie klein, nahm eine kleine grüne Chilischote aus dem Kühlschrank, spülte sie unter fließendem Wasser, schnitt sie sehr fein und mischte sie unter die Tomaten. Er schellte die Kartoffeln, gab sie in eine Schale, drehte den Heißwasserhahn auf, ließ den Ausguss volllaufen, gab Spülmittel hinzu, spülte das Messer und das Schneidebrett, entkorkte eine Flasche Rotwein. Irgendwas war in diesem Safe gewesen, wovon jemand gewusst hatte. In einem zweiten Topf gab er kleine Karotten mit einem Schuss Orangensaft, dazu einen Teelöffel braunen Zucker, eine wenig geriebene Orangenschale, später noch etwas Butter. Alles andere ergab keinen Sinn, weil sonst aus dem Haus nichts fehlte, keine Schränke aufgebrochen, keine Laken zerwühlt, keinen Fernseher mitgenommen. Jan Schmidt, der einsame Wolf mit seiner Geliebten, der Mann ohne Vergangenheit, ohne Freunde. Er sah auf seiner Uhr. Das Fleisch war 30 Minuten drin. Er hob den Deckel ab, gab die Tomatenschi, die passte in den Topf, setzte den Deckel wieder auf. Er schaltete den Wasserkocher an, gab Basmati Reis in einen weiteren Topf, wartete, bis das Wasser kochte, goss es zum Reis. Entzündete die Gasflamme, setzte den Topf auf, sah auf die Uhr. Er vergewisserte sich, dass die Eingangstür unverschlossen war, zündete die Kerzen an. Sie würde bald hier sein. Jan Schmidt, wo zum Teufel hat die ganze Sache angefangen? Der Orangensaft war verkocht, er gab einen Esslöffel Butter zu. Er ging ins Schlafzimmer, holte seinen Notizblock aus der Jackentasche, setzte sich auf den fadenscheinigen Lehnstuhl im zu kleinen Wohnzimmer, ging die Notizen durch, die er sich gemacht hatte, als er diesen Nachmittag einen Blick in O'Grady's Akte werfen durfte. Scheiße. Er starrte die Personalausweisnummer an. 56 11 23 51 27 001 Am 23. November 1956 hatte Jan Schmidts Leben begonnen. Wo? Die Tür ging auf. Sie brachte eine Windböe und einen tropfenden Regenschirm mit. Sie lächelte ihn an, klappte den Regenschirm zusammen und lehnte ihn an die Tür. Sie hatte ein Tuch um das Haar gebunden, legte den Regenmantel ab, Er stand auf, nahm ihn entgegen und warf ihn über den Arm eines Sessels. Riecht köstlich, sagte sie. Der Sessel wird nass. Sie legte den Regenmantel auf den kleinen Beistelltisch. Er nickte. Tomateneintopf, sagte er, ging in die Küche und holte den Rotwein, schenkte zwei Gläser ein, reichte ihr eines. Sie zog einen Stuhl vom Tisch weg und setzte sich. Du arbeitest wieder? sagte sie. Er nickte. Sie nippte am Wein, stellte das Glas ab, löste das Tuch, nahm es ab, schüttelte ihr Haar. Er ging in die Küche, hob den Deckel vom Eintopf, gab die Kartoffeln hinzu, etwas frisch gemahlenen schwarzem Pfeffer, einen Teelöffel Zucker, eine Messerspitze Salz, schmeckte ab, gab noch etwas Zucker hinein, stellte die Flamme unter den Karotten aus. Er kehrte zum Tisch zurück und setzte sich ihr gegenüber. Eine unmögliche Aufgabe, sagte er. Ich suche ein Testament. Sam Spade, sagte sie und ihre Augen lachten. Er schnaubte. Ich bin so froh, sagte sie. Es ist so lange her. Es gibt keinen Grund dazu, sagte er leise. Sie sah ihn voller Mitgefühl an. Erzähl mir, sagte sie und lehnte sich auf dem Stuhl zurück, von dem Testament. Die Kerzen schimmerten dunkelrot im Weinglas, als sie danach griff. Hoppenäke zündete im Badezimmer 13 Kerzen an, ohne sie zu zählen. Die Kerzen waren bunt, grün und blau und weiß und gelb. Eine war eine Duftkerze. Alle waren klein und stummelig. Sie liebte Kerzenlicht, deren Schein das kleine, weiß gefließte Bad im Stadthaus in Millneton erträglicher machte. Ihr momentanes Domizil mit zwei Zimmern. Einer zum Wohnbereich in offenen Küche und weißen Melaminschränken. Eine vorübergehende Bleibe, bis die Kanzlei richtig Geld abwarf. Bis sie sich etwas mit Meerblick leisten konnte. Ein weißes Haus mit grünem Dach und einer Holzverander. Von der man in den Atlantik und seine Sonnenuntergänge hinaussehen konnte. Ein Haus mit einer großen Küche, um Freunde zu empfangen. Und Eichenschränken und einem Bücherregal, das eine ganze Wand im Wohnzimmer einnehmen würde. Sie goss Badeöl hinzu, rührte mit den Händen das Wasser um, während sie sich über die Wanne beugte und sich ihre kleinen Brüste mit den Schultermuskeln bewegten. Ihr Haus am Meer würde eine riesige Wanne haben, in der man sich räkeln konnte. Sie drehte den Wasserhahn zu und stieg langsam in das warme Wasser, lauschte einen Augenblick, versuchte den Regen draußen zu hören, um den Wasserdampf und die Wärme und Wohligkeit des Bades noch mehr auskosten zu können. Sie trocknete sich die Hände an einem weißen Handtuch und ergriff das Buch, das auf dem Klodeckel lag. London. Edward Rutherford. Ein wunderbarer Schmöker. Sie schlug es beim Lesezeichen auf, das für die Bibliothekswoche warb. Frauengruppen. Fitness- und Tennisclub. Konnte kein besonders guter Privatdetektiv sein, wenn er sie so oberflächlich und falsch einschätzte. Sie gehörte nicht zu denen, die Mitglied in einem Fitnessclub waren. Sie ging zum Joggen. Wenn wir das Testament nicht finden, bekommt sie nichts. Als hätte sie ihm das nicht schon im Büro bei ihrem ersten Treffen gesagt. Als wäre Wilner von S. erst an diesem Abend zu ihm durchgedrungen. Wir sind schlechte Menschen. Ein seltsamer Mann. Sie konzentrierte sich auf das Buch. Das war köstlich, sagte sie und legte Gabel und Messer ordentlich auf den Teller. Er nickte nur. Das Fleisch war für seinen Geschmack nicht zart genug gewesen. Es fehlte ihm ein Übung. Hast du dich wieder geprügelt? Jetzt erst erwähnte sie sein Auge. Ja. Mein Gott, antwortete sie, warum? Er zuckte mit den Schultern, teilte den letzten Rest Rotwein auf die beiden Gläser auf. Wie viel Vorschuss hast du von ihr bekommen? 2000. Du musst dir was zum Anziehen kaufen. Er nickte und nahm einen Schluck. Und neue Schuhe. Er sah die Nachsicht in ihrem Blick, die Fürsorge, die Sorgen. Ja, sagte er. Und du musst häufiger ausgehen. Wohin? Mit jemandem, für jemanden aus. Es gibt so viele junge attraktive Nein, sagte er. Wie heißt sie? Wer? Die Anwältin. Hope Benneke. Ist sie hübsch? Was spielt das für eine Rolle? Frag er nur. Sie stellte ihr leeres Glas ab und erhob sich langsam. Ich muss nach Hause. Er schob seinen Stuhl zurück, griff mit ausgestrecktem Arm nach ihrem Regenmantel, half ihr hinein, nahm ihren Regenschirm zur Hand. Danke, Seth. War mir eine Freude. Gute Nacht. Er öffnete ihr die Tür. Nacht, Ma. Freitag, 7. Juli. Noch sechs Tage. Als ich neun oder acht oder zehn Jahre alt war, irgendwann in diesen weder Fisch- noch Fleischjahren, aus denen kaum Erinnerungen haften bleiben, nahm ich auf dem steinharten Spielfeld der Steelfontaine Primary School an einem Rugby-Spiel teil. Während der üblichen Rangelei zwischen den kleinen Jungs bekam ich einen Schlag ab, worauf meine Nase blutete. Der Schiedsrichter, einer der Lehrer, glaube ich, kam auf mich zu. Na, na, mein Junge, Männer weinen doch nicht, sagte er tröstend. Nein, ganz deutlich hörte ich die Stimme meiner Mutter. Weine, mein Kind, weine so viel du willst. Männer dürfen weinen, richtige Männer dürfen weinen. Das war typisch für sie. Zumindest erscheint es mir so, wenn ich zurückdenke. Typisch für sie, für den Menschen, der sie war und wie sie mich zu erziehen versuchte. Nämlich anders. Anders, als es in Stilfontaine üblich war. Anders, als seine Bewohner und deren Ansichten und wie sie die Dinge angingen. Es ist schwierig, den Seelenzustand einer Bergbaustadt zu beschreiben. Man muss verallgemeinern. Die jungen Afrikaner mit niedrigem Bildungsstand und hohem Einkommen ergaben ein explosives Bevölkerungsgemisch. Sie lebten auf der Überholspur, verdienten viel und gaben viel aus für schnelle Autos, Motorräder und Frauen. Ihr Alkoholkonsum, ihr Charakter, alles passte sich der Geschwindigkeit an, mit der der plötzliche Tod in den dunklen Tiefen der Erde über sie hereinbrechen konnte. Und dazwischen eingebettet die kulturelle Oase von Johann von Herden. Die Bergbaugesellschaft wies ihr, uns, ein kleineres Haus in Stilfontaine zu. Ich weiß nicht, warum sie nicht nach Pretoria zog. Ihre Eltern und ihre Freunde lebten dort. Ich vermute, sie wollte in der Nähe meines Vaters sein, seines Grabes auf dem grauen Friedhof im windumtosten Brachland an der Nebenstraße nach Clarksdorp. Es fehlte uns nicht an Geld. Lebensversicherungen waren damals unter den Afrikanern groß in Mode und mein Vater war über den Tod hinaus versorgt. Das Einkommen aber kam zum Teil auch von meiner Mutter, deren Bilder sich langsam, aber stetig zu verkaufen begannen. Jedes Jahr stiegen ein wenig die Preise für ihre Arbeiten. Jedes Jahr veranstaltete sie in einer größeren, bedeutenderen Galerie eine Ausstellung. Vielleicht beruhte ihre Entscheidung, in Stilfontaine zu bleiben, teilweise auch auf dem Wunsch, den Hauptströmungen der Kunst fern zu bleiben. Sie hasste die Selbstgefälligkeit der sogenannten Kunstliebhaber und der Kritiker. Daneben gab es die künstlerischen Typen. Seltsame Leute, die meinten, ausgefallene Kleidung und sonderbare Haartracht würden bereits reichen, um Zugang zum innersten Zirkel der Kunst zu erlangen. Die meinten, sie müssten dazu nur bohemhaftes und kulturbeflissenes Gebaren an den Tag legen. Sie konnte sie nicht ausstehen. Daher waren wir in Stilfontaine allein. Es gab einige Freunde in der Stadt, Dr. Decord, unseren Hausarzt und dessen Frau. Die Van der Wards, die Bilderrahmen verkauften. Und einige Leute aus Johannesburg und Podgevström, die manchmal am Wochenende zu Besuch kamen. Ruhige, ereignislose Jahre, in denen ich langsam älter wurde, bis ich 16 war. Meine Mutter hatte keine anderen Männer in ihrem Leben. Es sah man von den Ehemännern ihrer Freundinnen ab und den Schwulen in der Kunstszene wie Toni Maserakis, den griechischen Bildhauer aus Krukerstorp, der gelegentlich vorbeikam. Als ich 9 oder 10 war, äußerte er im Vorbeigehen, dass sie einen gut aussehenden Sohn habe. Vergiss es, Toni, sagte sie sehr entschieden. Er musste es sich zu Herzen genommen haben, denn sie blieben noch jahrelang Freunde. Sie war eine junge Witwe, noch keine 30 Jahre alt und schön, eine leidenschaftliche Frau. Würde sie für den Rest ihres Lebens allein bleiben? Ich dachte nie darüber nach, bis ich die 20 erreicht hatte und dann, wenn ich darüber nachdachte, immer mit Gewissensbissen. Denn schließlich war sie meine Mutter und ich war Afrikan da. Ich weiß nicht, ob sie gelegentlich Befriedigung suchte und schon gar nicht, ob sie sie fand. Falls dem so war, geschah es mit größtmöglicher Diskretion und wahrscheinlich mit der strikten Anweisung an ihren oder ihre Partner, keine langfristige Beziehung einzugehen. Nein, danke. Vielleicht an den Wochenenden, an denen sie zu den Ausstellungen am Kap in Durban oder Johannesburg fuhr und ich zu Hause blieb. Aber nichts deutete darauf hin. Die Frage lautete natürlich, ob bei dem Jungen, den seine Mutter von klein auf Z genannt hatte, Narben zurückblieben, nachdem er ohne Vater, ohne männliches Rollenvorbild aufwuchs. Ich hätte dies nur allzu gern als Ausrede gebrauchen wollen, als Teil einer noch größeren Ausrede für die unwiderstehliche Welle, die mich schließlich in den Abgrund spülte, als bequeme psychologische Ausflucht für mein Leben, das den Bach runterging. Aber ich glaube, das ist nicht möglich. Meine Mutter erzog mich mit Gelassenheit und Geduld, behandelte mich mit Respekt und Verständnis und Strenge, liebte mich, bestrafte mich und sorgte für mich, auch wenn unser Essen, wenn keine Freunde zu Besuch waren, hauptsächlich aus Brot und Obst bestand. Sie spielte Beethoven, Schubert, Haydn und Bach, Johann Sebastian und seltener Karl Philipp Emanuel, ohne mir ihre Musik aufzuzwingen. Und später, als ich Bachmann-Törner Overdrive und Black Sabbath hören wollte, hielt sie sich mit ihrem Geschmack zurück. Ich nahm an, sie wusste, welche Musikrichtung mich langfristig begleiten würde. Es waren sichere Jahre, bis ich 16 wurde, bis ich Mozart und Bücher und Essen und Sex entdeckte und den langen Abend des Gesetzes kennenlernte. Er war wach, lange bevor der Wecker um fünf Uhr klingelte. Er lag in der Dunkelheit, starrte an die Decke und wartete auf das elektronische Piepen. Er schaltete das Gerät aus, schwang die Beine aus dem Bett, überprüfte die Schmerzen an seinem Körper. Die Rippen taten etwas weniger weh, das Auge pochte noch. Im Lauf des Morgens würde es sich purpurrot verfärben. Es war nicht sein erstes. Er ging in die Küche. Das Tongeschirr war ordentlich im Abtropfständer gestapelt. Er setzte den Kessel auf. Die Kälte drang durch den alten, abgetragenen Polizeitrainingsanzug. Er schüttete Instantkaffee in eine Tasse, wartete, bis das Wasser kochte, goss es über die Körnchen, gab Milch zu, ging in den Wohn- und Essbereich, stellte den Kaffee auf einen kleinen Tisch, suchte nach der CD, die er hören wollte. Ein Klarinettenkonzert. Drückte auf die Knöpfe an der tragbaren Stereoanlage, setzte die Kopfhörer auf, ließ sich nieder, nahm einen Schluck, stellte die Lautstärke nach. Seit dem vergangenen Tag hatte er gewusst, dass er über Nature nachdenken musste. Seit dem Augenblick im Büro der Anwältin. Wir, Nature und ich, haben einen Vergewaltiger festgenommen, der es auf Kinder abgesehen hatte, hatte er sagen wollen. Dies alles erinnerte ihn so sehr an das, was er früher einmal getan hatte. Es war das erste Mal. Das erste Mal seit seinem Abschied. Das erste Mal, dass er wieder nach einem Mörder suchte. Deswegen würde er an Nature denken müssen, ganz normal. Er musste nur vorsichtig sein. Er konnte an Nature denken, an alles, was Nature ihm beigebracht hatte. Er musste nur innerhalb dieser Grenzen bleiben. Dann würde ihm nichts geschehen. Jetzt die Parameter festlegen. Dann konnte er weitermachen. Jan Schmidt. Schau dir die Sache von allen Seiten an. Nature mit seiner tiefen Bassstimme. Dem hüpfenden Adamsapfel. Nature, der kein Wort herausbrachte, als es darum ging, sein Leben zu retten. Mordfälle von Herden sind wie mein verdammter Plastikpol. Auch wenn alles blau und frisch aussieht und die Sonne auf dem Wasser glitzert. Irgendwo gibt's immer ein beschissenes Leck. Wenn wir überall suchen, finden wir es auch. Er schrieb in sein Notizbuch. Erstens, Nachbarn. Dann lehnte er sich zurück, dachte nach, schrieb. Zweitens, Many-My-Ring-Transport. Drittens, Artefirma. Fragezeichen. Viertens, Firmenregister, Referenzen. Fragezeichen. Fünftens, Meldestelle. Fragezeichen. Er lehnte sich zurück und trank etwas Kaffee. Welche Seiten gab es noch zu betrachten? Sechstens, Stammkunden, wichtige Kunden. Fragezeichen. Siebtens, Bank. Fragezeichen. Das war alles, was er hatte. Er kaute auf seinem Stift, trank einen Schluck Kaffee, legte den Stift weg, schloss die Augen. Es war nicht so schlimm gewesen. Er konnte Nachel außen vor lassen. Er lauschte der Musik. Kurz vor der Pokadrai-Kreuzung bemerkte er die Seitenwände der großen Laster. MMT war in großen, dunkelroten Lettern darauf geschrieben, durchbohrt von einem Pfeil, der Tempo suggerieren sollte. Er bog ab und fuhr durch Wasser und Schlammpfützen zu dem kleinen Gebäude, dessen Schild es als Büro-Empfang auswies. Die dunklen Wolken hingen tief, bald würde es regnen. Er stieg aus. Der Wind war heute noch kälter. In den Bergen würde es wahrscheinlich schneien. Eine Frau saß hinter einem Computer und telefonierte. Der Laster sollte mittlerweile angekommen sein, Dennis. Sie sind hier rechtzeitig losgefahren. Aber du weißt ja, wie das ist, im Tunnel. Vielleicht hat ihn auch ein verdammter Verkehrspolizist rausgewunken. Sie war blond und übergewichtig, lächelte van Herden an. Einer ihrer Zähne war mit ihrem scharlachroten Lippenstift verschmiert. Sie hörte einen Moment lang zu, dann sprach sie wieder. Okay, Dennis, ruf mich an, wenn er bis zwölf nicht da ist, okay? Bis dann. Sie wandte sich van Herden zu. Sind Sie gegen eine Tür gelaufen oder ist Ihr Ehemann zu früh nach Hause gekommen? Ist Manny da? Wenn er da wäre, würde mich das ziemlich beunruhigen. Sie ließ den Blick zur Decke schweifen. Er wartete. Manny war mein Schwiegervater, Süßer. Ist seit drei Jahren unter der Erde. Gott sei seiner Seele gnädig. Sie wollen meinen Mann sprechen, Danny, oder kann ich ihn irgendwie behilflich sein? Das unausgesprochene Angebot klang beiläufig wie aus jahrelanger Gewohnheit. Ich beschäftige mich mit dem Mord an Jan Schmidt. Ich würde gern mit jemandem sprechen, der ihn kannte. Sie musterte ihn von oben bis unten. Für einen Polizisten sind Sie zu dünn. Dann drehte sie sich um und rief in die offenstehende Tür hinter ihr, Danny! Dann wieder zu Van Herden. Haben Sie schon was rausgefunden? Nein, ich bin kein. Was? sagte Danny Meiring, als er sichtlich genervt den Raum betrat. Dann erblickte er Van Herden. Polizei, sagte die Frau und deutete mit einem rot lackierten Fingernagel auf Van Herden. Es geht um Jan Schmidt. Meiring war klein und stämmig. Sein feister Nacken versuchte sich über den Kragen des sauberen Overalls zu wölben. Er streckte ihm die Hand entgegen. Meiring, Van Herden, ich würde gern einige Fragen stellen. Als der fette Ihre verbockt, die kleinen Augen standen eng zusammen, darüber ein aggressives Stirnrunzeln. Van Herden schüttelte verständnislos den Kopf. Der irische Bulle, O'Hagan oder so, ist er nicht weitergekommen? Es dämmerte ihm. O'Grady, ja genau. Ich bin nicht von der Polizei. Ich betreibe private Ermittlungen für Smiths Freundin, Mrs. Van S. Ach, wie gut kannten Sie ihn? Kaum. Wie war Ihr Umgang miteinander? Wir hatten eigentlich keinen. Sie faxten ihre Aufträge an Valerie und an Weihnachten schickte ich eine Flasche Whisky an seine Ladenadresse. Bekam dafür aber nie mehr als eine Teetasse. Er war nicht unbedingt eine Plaudertasche. Wie lange war er schon Ihr Kunde? Das weiß ich nicht. Valerie? Die Frau hatte ihre Unterhaltung aufmerksam gelauscht. Oh, seit Jahren. Ziemlich lange bereits. Er war schon ein alter Kunde von Parmani. Fünf Jahre? Zehn? Ja, zehn vielleicht. Vielleicht sogar noch länger. Sie haben keine Unterlagen. Nichts mehr aus der Zeit. Entschuldigend. Gab es irgendwelche seltsamen Vorfälle bei ihren Geschäftsbeziehungen? Das hat der Ihre auch schon gefragt, antwortete Danny Meiring. Wollte wissen, ob Smith in seinen alten Schränken vielleicht Gras geschmuggelt hat oder Diamanten. Aber woher sollen wir das wissen? Wir haben sie aufgeladen und abgeliefert. Das ist unser Job. Irgendwelche festen Adressen oder Bestimmungsorte? Nein, wir haben sein Zeug überall im Land abgeholt und auch wieder abgeladen, bis auf die großen Antiquitäten Läden in Durban und im Transval. Wie hat er gezahlt? Was meinen sie damit, wie hat er gezahlt? Per Scheck? In Bar? Monatlich per Scheck? sagte Valerie Meiring. Was zum Teufel hat das damit zu tun? fragte ihr Mann. Er hielt seinen neutralen Tonfall bei. Im Safe waren vielleicht amerikanische Dollar. Wie das? fragte Meiring. Zahlte er pünktlich, regelmäßig? Immer, sagte Valerie. Wenn nur jeder so zahlen würde. Van Heerten seufzte. Danke, sagte er und ging zur Tür. Er wartete lange vor der Auskunft zur Meldestelle in Belleville, bis er an die Reihe kam und die dunkelhäutige Frau müde aufblickte, um sich seine Frage anzuhören. Er erzählte ihr, er sei von einer Anwaltskanzlei, Beneke und Partner. Er benötige dringend den Geburtsschein eines Johannes Jakobus Schmidt. Personalausweis Nummer. Sie müssen an Schalter C 30 Rand zahlen, Sir, und das Formular ausfüllen. Es dauert dann sechs bis acht Wochen, bis das Formular von Pretoria bearbeitet wird. Ich habe keine sechs Wochen Zeit. Der oberste Gerichtshof wird in sechs Tagen über Smitts Testament entscheiden. Sonderfälle werden im zweiten Stock behandelt, Sir. Sie müssen persönlich vorstellig werden, wenn es schneller gehen soll. Zimmer 209. Aber ist es möglich? Wenn es sich um einen Sonderfall handelt. Danke. Er füllte das Formular aus, stellte sich eine Dreiviertelstunde lang in die Schlange am Schalter C, zahlte 30 Rand und ging mit dem Formular und der Einzahlungsquittung die Treppe zum zweiten Stock hinauf. In Zimmer 209 saß ein Schwarzer hinter dem Schreibtisch, auf dem in ordentlichen Stapeln Ordner lagen. Kann ich Ihnen helfen? In der Hoffnung, die Antwort wäre negativ. Er erzählte ihm seine Geschichte. Hm, sagte der Mann. Van Herden wartete. Pretoria hat viel zu tun, sagte der Mann. Es handelt sich hier um einen Notfall, sagte Van Herden. Hm, es gibt viele Notfälle, sagte der andere. Kann ich sonst noch irgendetwas tun, irgendjemanden anrufen? Hm, nein, nur mich. Wie lange wird es dauern? Hm, eine Woche, zehn Tage. Ich hab nicht so viel Zeit. Im Allgemeinen, Sir, dauert es sechs bis acht Wochen. Das hörte ich schon unten. Dann gab der andere einen tiefen Seufzer von sich. Es würde etwas nützen, wenn sie eine richterliche Verfügung vorlegen könnten. Oder wenn es ein gerichtliches Ermittlungsverfahren wäre. Wie lange würde es dann dauern? Einen Tag. Oder nicht ganz. Praetorian nimmt richterliche Verfügungen sehr ernst. Aha. Der Mann seufzt erneut. Geben Sie mir schon mal die Einzelheiten. Mal sehen, was sich machen lässt. Hope Beneke war nicht in ihrem Büro. Sie ist bei einem Geschäftsessen, sagte die Rezeptionistin. Wo? Ich denke, sie will aber nicht gestört werden, Sir. Er betrachtete die wunderbar frisierte Frau mittleren Alters. Ich bin Van Herden. Keine Reaktion. Wenn sie zurückkommt, dann sagen sie ihr, dass ich da war. Sagen sie ihr, ich wollte sie dringend wegen der Smithsache sprechen, für die wir nur noch sechs Tage Zeit haben. Dass sie mir aber nicht mitteilen wollten, wo sie sich aufhält. Sagen sie ihr, ich gehe jetzt etwas essen und weiß nicht, wann ich zurück bin. Aber wenn wenn ihre Angestellten auf den Smithfall scheißen, bin ich gern bereit, mein eigenes kleines Häufchen daneben zu setzen. Die Frau zog langsam einen Terminkalender zu sich. Sie ist im Long Street Café. Er ging hinaus. Es regnete. Er fluchte leise. Er würde in der Long Street keinen Parkplatz bekommen. Früher oder später würde er sie einen Schirm kaufen müssen. Einen Tisch ließ einen Blick über die Menge schweifen und hielt nach Hope Beneke Ausschau. Er sah sie hinten an der Wand sitzen, ging auf sie zu, seine nassen Schuhe hinterließen Spuren auf dem Boden. Eine andere Frau saß bei ihr. Beide waren vorgebeugt, steckten die Köpfe zusammen, in ihr Gespräch vertieft. Hope verwirrt sah sie auf. Ihre Augen weiteten sich leicht vernerden. Wir müssen eine richterliche Verfügung beschaffen. Ich begann sie, sie, sie blickte zur Frau ihr gegenüber. Auch Van Herden sah zu ihr. Sie war ausnehmend attraktiv, wunderschön. Das ist Cara Anne Rousseau, eine Klientin. Hallo, sagte die Frau und streckte eine schlanke Hand aus. Van Herden, sagte er, schüttelte ihr die Hand, sah aber zu Beneke. Sie müssen sofort ins Büro, ich brauche die Informationen für die Meldestelle und das dauert sechs bis acht Wochen. Sie blickte ihn an. Er sah die Mondsicheln auf ihrer Wange aufgehen und sich langsam rot verfärben. Entschuldige mich einen Augenblick Cara Anne, sagte Hope und stand auf. Sie ging zur Tür, dann hinaus auf den Bürgersteig. Er folgte ihr, zunehmend gereizter, was das dumpfe Gefühl in seinem Kopf verstärkte. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich hier bin? Spielt das eine Rolle? Wissen Sie, wer Cara Anne Rousseau ist? Es interessiert mich nicht, wer sie ist. Ich habe noch sechs Tage Zeit, um das Erbe ihrer Klientin zu retten. Sie ist die Vorsitzende des konzerneigenen Sozialfonds der National Purse. Und ich verbiete Ihnen, so mit mir zu reden. Wahrscheinlich sehen Sie schon die Geldscheine von Naspers flattern, was Hope? Erinnern Sie sich noch an eine gewisse Wilna von Es? Nein, sagte Hope Beneke. Die Mondsicheln glühten nun wie rote Ampeln. Sie haben nicht das Recht, nicht das geringste Recht anzunehmen, dass ich manche Personen anderen bevorzuge. Wilna von Es ist nicht meine einzige Klientin. Sie ist aber meine einzige Klientin. Nein, Van Herden, ich bin Ihre einzige Klientin und im Moment bin ich mit Ihnen nicht besonders zufrieden. Er konnte sich nicht mehr länger beherrschen. Das ist mir egal. Er drehte sich um und schritt in den Regen hinaus, blieb dann mitten auf der Long Street stehen und sah zu ihr zurück. Suchen Sie sich einen anderen, den Sie verarschen können. Und dann fiel ihm noch ein Und was für ein beschissener Vorname ist Karan überhaupt? Er ging die zwei Straßen Züge zu seinem Auto. Auf den Regen achtete er nicht mehr. Er warf die nassen Kleidungsstücke in eine Ecke des Badezimmers und ging nackt ins Schlafzimmer. Er öffnete den Schrank und suchte wütend nach Jeans, einem Hemd und einem Pullover. Er hatte es nicht nötig, dachte er zum wiederholten Mal. Lieber würde er hungern. Er ließ sich nicht verarschen, nicht von ihr, nicht von Kemp, nicht von einem Haufen fetter Zahnärzte. Das hatte er nicht nötig. Es war ihm egal. Wen interessierte es schon, wenn es Geld dafür gab, nur um sich verarschen lassen zu müssen? Wen interessierte überhaupt irgendetwas? Niemanden. Genau. Ihn auch nicht. Er war frei. Frei von den Abhängigkeiten, an die andere Menschen gebunden waren. Vom unablässigen Streben nach Nichts. Von der endlosen Anhäufung von Statussymbolen. Der leeren, sinnlosen Vorort-Existenz. Er stand über allem. War frei von den großen und kleinen Betrügereien, den Lügen und Täuschungen, Irreführungen, dem Misstrauen, den Spielchen. Scheiß auf sie. Bald würde er zu ihrem Büro fahren und das, was von ihrem beschissenen Vorschuss noch übrig war, der gelackten Rezeptionistin auf ihren ebenso gelackten Empfangstisch knallen und ihr sagen, sie solle Hopenecke mitteilen, dass er das Geld nicht bräuchte, weil er frei war. Er schnürte seine Turnschuhe und stand auf. Im Haus war es düster, trotz des frühen Nachmittags. Kalt. Sein Haus war kalt im Winter. Eines Tages würde er sich einen Heizstrahler anschaffen müssen. Einen offenen Kamin bauen lassen. Er ging durch das zu kleine Wohnzimmer zur Tür. Er wollte sich in Tableview einen Drink gönnen. Scheiß auf sie. Sie waren noch alle gleich. An einem Tag ist Wilner von Es die wichtigste Klientin überhaupt, weil nur noch sieben Tage Zeit sind. Und ach, wir müssen der armen Frau helfen, weil sie sich doch ihr Leben lang für diesen Mann aufgearbeitet hat, als hätte sie keine andere Wahl gehabt, und am nächsten Tag ist es Caroline von Monaco oder wer auch immer, die Vorsitzende der Nationalen Pressevereinigung oder wie das beschissene Ding auch heißen mochte, und alles, was Hope Beneckel sah und hörte, waren klingende Münzen. So machten sie es alle. Ihre Loyalität galt immer nur für die nächsten 24 Stunden. Er drauf. Anwälte, Blutsauger, Parasiten. Das Telefon klingelte. Er zögerte. Wahrscheinlich Hope Beneckel. Tut mir leid, Vanherden. Kommen Sie zurück, Vanherden. Bin eine dumme Kuh Vanherden. Scheiß auf sie. Scheiß auf alle anderen. Das Telefon hörte nicht auf zu klingeln. Er zischte durch die Zähne, steckte den Schlüssel ins Schloss, öffnete und ging zum Telefon. Ja? sagte er, bereit auf sie loszugehen. Mr. Vanherden? Ja. Eine unbekannte Stimme. Nge Wehmer, staatliche Meldestelle. Oh. Pretoria sagt, ihre Personalausweis Nummer ist falsch. Pretoria? Ich habe mit Engelszungen geredet, meinte, es handelt sich um einen Notfall, aber ihre Personalausweis Nummer ist falsch. Sie gehört jemand anderem, einer Mrs. Ziegler. Er zog sein Notizbuch zu sich heran, schlug es auf und las Nge Wehmer die Nummer vor. Genau die habe ich ihnen geschickt, aber sie ist falsch. Scheiße. Was? Entschuldigung, sagte Vanherden, aber das ist nicht möglich. Das sagt der Computer und der irrt sich nie. Aha, er dachte nach. Er hatte die Nummer aus O'Grady's Akte. Jetzt würde er nach dem Personalausweis suchen müssen. Nicht schlecht, was? sagte Nge Wehmer. Was? Ich sagte nicht schlecht. Zwei Stunden und 37 Minuten, nachdem wir ihre Anfrage bekommen haben. Nicht schlecht für Schwarze, die nach afrikanischen Zeitvorstellungen arbeiten. Und Nge Wehmer kicherte leise vor sich hin. Hopeneke hörte Camp am Telefon seufzen. Wollen Sie, dass ich nochmal mit ihm rede? Nein, danke, es reicht. Er ist labil. Nein, warten Sie. Sind Sie ihm gegenüber standhaft geblieben? Ja, das war ich. Offensichtlich hat er Probleme mit Frauen in Führungspositionen. Er hat mit allen in Führungspositionen Probleme. Gibt es einen anderen? Camp lachte. Im Telefonbuch gibt es ganze Heerscharen von Privatdetektiven. Und die sind alle ganz heiß darauf, für Hausfrauen Bilder vom heimlichen Getotel ihrer Ehemänner mit deren Sekretärinnen zu knipsen. Aber bei einer Sache wie dieser sind die völlig überfordert. Es muss doch jemanden geben. Vanherden ist der Beste. Was genau hat er für sie bislang gemacht? Dieses und jenes? Dieses und jenes? Er ist gut Hope. Ihm entgeht nicht viel. Sie brauchen ihn. Nein, antwortete sie. Ich werde mich mal umhören. Das würde mich freuen. Sie verabschiedete sich und legte den Hörer auf. Sofort klingerte das Telefon erneut. Eine Mrs. Joan von Herden will sie sprechen, sagte die Rezeptionistin. Sie hat keinen Termin. Die Künstlerin? Das weiß ich nicht. Bitten Sie sie herein. Der Tag war bislang wie ein Bild von Dali gewesen, dachte sie. Überall warteten surrealistische Überraschungen auf sie. Die Tür ging auf. Die Frau, die eintrat, war klein und schlank, attraktiv. Ende fünfzig oder Anfang sechzig. Sie trug ihr Alter mit Anmut. Hope erkannte sie und stand auf. Das ist wirklich eine Ehre, Mrs. van Herden, sagte sie. Ich bin Hope Benneke. Hallo. Nehmen Sie doch bitte Platz. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nein, danke. Ich bewundere ihre Werke sehr. Natürlich kann ich mir noch keines leisten, aber eines Tages, das sehr nett von Ihnen Miss Benneke. Nennen Sie mich bitte Hope. Joanne. Dann kamen Sie zur Sache. Was kann ich für Sie tun? Ich bin wegen Satopäck hier, aber sagen Sie ihm das bitte nicht. Hope nickte, sie wartete auf weitere Informationen. Es ist nicht einfach, mit ihm zusammen zu arbeiten. Ich bin hier, weil ich sie bitten wollte, geduldig zu sein. Kenne ich ihn? Johann von Herden runzelte die Stirn. Er hat mir letzten Abend erzählt, dass er für sie arbeitet. Er sucht nach einem Testament. Von Herden? Ja. Sie kennen ihn? Er ist mein Sohn, sagte Johann von Herden. Hope sank in ihren Schreibtisch Sessel zurück. Von Herden ist Ihr Sohn? Sie nickte. Großer Gott, sagte Hope. Und dann sah sie die Ähnlichkeit in den Augen. Deren dunkelbraune Farbe, die eindringliche Intensität. Satopek? Johann lächelte. Mein verstorbener Mann und ich hielten ihn vor 40 Jahren für einen wunderbaren Namen. Mir war nicht bewusst, er macht darüber nicht viel Aufhebens. Ich denke, es ist für ihn eine Frage der Ehre. Er will die Verbindung nicht nutzen, sie missbrauchen. Das war mir nicht bewusst. Es fiel ihr noch immer schwer, diese beiden Menschen, Mutter und Sohn, in Einklang zu bringen. Hier die berühmte Künstlerin, gut aussehend, distinguiert, dort dort ihr missratener Sohn. Er hat schwere Zeiten hinter sich, Ich er ich denke, er arbeitet nicht mehr für mich. Oh, Enttäuschung. Heute Mittag hat er er sie suchte nach einer höflichen Umschreibung. Sie empfand große Sympathie für die Frau. Es ist schwierig, mit ihm zu kommunizieren. Ich weiß. Er hat gekündigt nämlich an. Das wusste ich nicht. Ich wollte sie vorbereiten. Haupt machte eine Handbewegung, eine Geste der Hilflosigkeit. Ich bin nicht hier, um mich für ihn zu entschuldigen. Ich dachte nur, wenn ich ihnen erklären würde. Das brauchen sie nicht. Sie beugte sich etwas vor und fuhr mit weicher Stimme fort. Er ist mein einziges Kind. Ich muss für ihn tun, was ich kann. Er ist ohne Vater aufgewachsen. Er war ein wunderbares Kind. Ich dachte, ich hätte es geschafft, auch als Alleinerziehende. John, Sie müssen nicht. Doch, Hope, sie klang entschieden. Es war meine, unsere Entscheidung, ihn auf die Welt zu bringen. Ich muss mich meiner Verantwortung stellen. Ich muss die Fehler, die ich begangen habe, wieder gut machen. Ich dachte, ich könnte ihm Mutter und Vater zugleich sein, wenn ich mich nur genügend anstrenge. Aber das war ein Irrtum. Ich will Ihnen sagen, wie er war. Er war ein gut aussehender Junge, fröhlich, lachte gern, die Welt war für ihn ein wunderbarer Ort, das Leben eine Entdeckungsreise. Von der dunklen Seite des Lebens wusste er nichts. Ich habe ihm nichts davon erzählt. Das hätte ich tun sollen. Denn als er sie entdeckte, war ich nicht da, um ihm helfen zu können. Dadurch hat sich alles verändert. Es schwang kein Selbstmitleid in ihrer Stimme, nur gefasste Nachdenklichkeit. Er hat einen weichen Kern. Den hat er noch immer. Bei der Polizei haben sie ihn damit aufgezogen. Er sei zu weich für die Arbeit. Und das gefiel ihm. Wie es uns allen gefällt, wenn wir anders sind. Und dann, ich war so froh, als er an die Universität ging. Er war so glücklich, so enthusiastisch. Und ich war so stolz auf ihn und wusste, sein Vater wäre es ebenfalls gewesen. Doch das Leben geht manchmal seltsame Wege. Er kehrte zur Polizei zurück, sein Mentor wurde direkt vor seinen Augen erschossen und er glaubt, es sei sein Fehler gewesen. Damit änderte sich alles. Ich hatte ihn nicht auf Dinge wie den Tod und die menschliche Fehlbarkeit vorbereitet. Davon bin ich überzeugt, wenn er wieder an sich glauben könnte, wenn er noch einmal eine Chance bekommen würde. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie wollte ihr die Hand reichen. Johann, dieser Anwalt Kemp, er sieht immer so mürrisch aus, aber ich glaube, hat ein weiches Herz. Er weiß, dass mein Kind nicht schlecht ist. Es gab andere, aber die ließen ihm kaum eine Chance. Und ich weiß nicht, wie viele Chancen er noch bekommt. Diese Sache mit dem Testament, Seth schafft das. Es ist so wichtig für ihn. Ich will nichts entschuldigen. Ich weiß. Er darf nicht erfahren, dass ich hier war. Das wird gehen Sie bitte ran. Ja, es muss dringend sein. Normalerweise werde ich nicht gestört. Sie nahm ab. Ich bin gerade in einer Besprechung, Marie. Mr. van Herden ist wieder da, Hope. Er sucht nach einem Personalausweis. Sie schloss die Augen. Der Tag konnte nicht schlimmer werden. Sagen Sie ihm, er soll bleiben, wo er ist. Erlauben Sie ihm auf keinen Fall ins Büro zu kommen. In Ordnung, Hope. Ich komme. Sehr sachte legte sie den Hörer auf. Satopek ist an der Rezeption. Verdammt, entfuhr es Johann von Herden. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Sie stand auf, ging zur Tür, öffnete sie vorsichtig. Im Gang war niemand zu sehen. Sie schloss die Tür hinter sich und schritt zum Empfangsbereich, wo er ungeduldig wartete. Er trug trockene Sachen, wie sie sah, Jeans, Turnschuhe. Er sah sie kommen. Ich suche Smits Personalausweis. Den hat Wilner von S. Soll ich sie anrufen? Ich fahre hin, ich will den Laden sehen. Er sah sie nicht an. Er starrte auf das Piet Grobler Gemälde an der Wand. Eines ihrer Lieblingsbilder. Mann mit Schreibblock verzerrt eine Aprikosenstulle. Darf ich fragen, warum sie das Dokument brauchen? Das Morddezernat hat die falsche Personalausweis Nummer. Ich will mir die richtige besorgen. Wird uns das weiterbringen? Er sah an ihr vorbei. Ich werde erfahren, wo er geboren wurde, wer seine Eltern waren, sein Leben Vorfahren es. Ein Anfang. Ich gehe jetzt. Gut. Und dann, als er sich umwandte, fügte sie leise einem Impuls folgend hinzu, Satopek. Er blieb an der Glastür stehen. Dieser verdammte Camp. Hörte sie ihn sagen, dann war er verschwunden. Zum ersten Mal seit dem Mittagessen lächelte sie. Der Tag konnte nicht. Die Rezeptionistin hielt ihr den Telefonhörer hin. Cara Anne Rousseau ist am Apparat. Sie nahm den Anruf an Ort und Stelle entgegen. Hallo? Hallo Hope. Ich hätte gern die Telefonnummer von deinem Privatdetektiv. Von Van Herden? Ja, der heute ins Restaurant kam. Er ist im Moment völlig ausgebucht. Nein, nicht für einen Job. Nein? Er ist sehr, sehr sexy, Hope. Hast du das nicht bemerkt? Meine Mutter dachte, es wäre Natchels Tod gewesen, der mein Leben so durcheinander gebracht hatte. Alle dachten, es wäre Natchels Tod gewesen. Warum addieren die Menschen, wenn sie über das Leben anderer nachdenken, immer nur einige große Zahlen, um zu einem Urteil zu gelangen? Wenn sie jedoch ihr eigenes Leben aufrechnen, dann sind sie durchaus bereit, mit tausend Zahlen zu jonglieren, sie zu multiplizieren, zu addieren, zu subtrahieren, bis die Bilanz frisiert ist und ihnen das Endergebnis in den Kram passt. Machte ich mich dessen ebenfalls schuldig? Ich wusste es nicht. Ich hatte versucht, die unwichtigen Zahlen aus der Gleichung herauszulassen und den negativen Beiträgen den gleichen Stellenwert zuzuweisen. Aber können wir jemals vertrauenswürdige Ich will es versuchen. Ich war 15 Jahre alt, als sie mich eines Abends ins Wohnzimmer rief und mir mitteilte, sie müsse sich mit mir ernsthaft unterhalten. Auf dem Beistelltisch hatte sie eine Flasche Whisky und zwei Gläser stehen, in denen sie jeweils einen Schluck eingoss. Ich trinke das Zeug nicht, Ma. Die sind beide für mich, Seth. Ich möchte mit dir über Sex unangenehm ist, aber es ist nötig. Aber Ma, ich weiß, dass du über Sex Bescheid weißt, ich habe auch alles von meinen Schulfreundinnen gehört, bevor meine Mutter mit mir darüber gesprochen hat. Ma, ich möchte nur, dass du die richtige, dass du auch die andere Seite zu hören bekommst. Und dann kippte sie den ersten Whisky. Die Menschheit ist alt, Millionen von Jahren. Und was wir sind, das wurde nicht erst gestern geschaffen. Wir wurden geformt und geprägt und gestaltet, als wir noch unzivilisiert und in kleinen Gruppen durch die Savannen in Afrika und Europa zogen, nach Nahrung suchten und Steinbeile benutzten und Tier heute als Kleidung trugen. Als noch nicht sicher war, dass wir die Spezies sind, die gewinnen würde, war alles auf und schwängerten so viele Frauen wie möglich, damit der Genpuls sich vergrößerte und außerdem hätten sie ja morgen bereits Löwenfutter sein können. Und die Frauen hatten ihre Gruppe zusammenzuhalten und waren darauf bedacht, den stärksten, schnellsten, cleversten Mann zu verführen, damit sie überleben konnten. Diese Instinkte sind noch immer in uns, Zed. Sie sind in uns, auch wenn wir uns ihrer nicht mehr bewusst sind, weil wir uns selbst nicht mehr kennen. Doch dafür kann niemand was, denn das Problem ist, wir brauchen sie nicht mehr. Wir haben gewonnen. Wir stehen an der Spitze der Nahrungskette und wir sind viel zu viele, so dass es keine Rolle spielen würde, wenn sich die Hälfte von uns nicht mehr fortpflanzt. Sie kippte den zweiten Whisky. Das Problem ist nur, die Situation hat sich geändert, aber unsere Natur nicht. Niemand hat unseren Instinkten gesagt, dass wir gewonnen haben. Und irgendwann in nächster Zeit werden deine Hormone die Oberhand gewinnen und du wirst den Wunsch verspüren, deinen Samen zu verbreiten. Ma! Nein, Seth, ich weiß, du masturbierst, aber lass dir auch gleich gesagt sein, dass daran nichts Falsches ist. Ma, ich wundhalten und mir zuhören. Dein Großvater von Herden hat deinem Vater gesagt, dass er durch das Masturbieren blind würde. Und dein Vater hat mir erzählt, er habe jeden Morgen im Schulheim ganz langsam die Augen aufgeschlagen, weil er sich solch große Sorgen gemacht hat. Ich will nicht, dass du solchen Schwachsinn zu hören bekommst. Zu masturbieren ist normal und gesund und richtet keinen Schaden an. Niemand wird dadurch schwanger, niemand wird dadurch zu etwas gezwungen. Wenn es dir hilft, dann mach damit weiter. Worüber ich mit dir heute Abend zu reden habe, ist der richtige Sex. Denn mein Kind, deine Instinkte wissen nicht, dass wir gewonnen haben. Du trägst zwei, drei, zehn Millionen Jahre an Überlebenswillen in dir, der bald an deine Tür klopfen wird. Und wenn du ihm die Tür öffnest, will ich nicht, dass dir ein Fremder gegenüber steht. Sie schenkte sich nach. Ma, pass mit dem Zeug auf. Sie hatte genickt. Du weißt, dass ich das nie trinke, Set. Heute Abend ist das anders. Ich habe nur eine Möglichkeit, das alles richtig zu machen und wenn ich die Nerven verliere, fällt mir das sehr schwer. So. Ich muss deshalb ein Zuckerstückchen vor die Nase gehängt. Es macht Spaß von dem Augenblick an, an dem wir daran denken. Über das Vorspiel und die sich erhitzende Leidenschaft und alles, was dazwischen ist. Bis hin zum Orgasmus. Es ist toll und wunderbar und intensiv ein göttliches Verlangen. Eine unglaubliche Verzauberung, die über uns kommen kann und jeden anderen Gedanken verdrängt. Und wenn du die uralte Natur und die Köstlichkeit und das Verlangen zusammen nimmst, dann ist Sex stärker als jeder andere Instinkt, den wir besitzen sind. Ein weiterer Schluck. Und dann hat die Natur ein weiteres Ass im Ärmel. Sie macht uns gegenüber dem anderen schön. Ab dem 15., 16., 17. Lebensjahr gibt sie uns einen Körper, der für das andere Geschlecht unwiderstehlich ist, der den anderen wie ein unglaublich starker Magnet anzieht. All diese Faktoren kommen zusammen. Das Problem mit dem Sex, mein Sohn, ist das, was dabei herauskommt. Er macht nicht nur Spaß, er macht auch Babys. Und Babys verursachen Probleme. Wenn du nicht bereit bist für sie, ich möchte dich heute Abend nur um drei Dinge bitten, Sitt. Denk nach, bevor du mit einer Frau Sex hast. Denk nach, ob du mit dir ein Baby haben willst. Denn ein Baby bedeutet, dass du dein Leben lang an sie gefesselt bist. Denk darüber nach. Stell dir vor, wie du mitten in der Nacht aufstehen und die Flasche geben musst. Oder wie du wach liegst und dir Sorgen machst. Woher das Geld für das Geld für Lebensmittel und Kleidung und ein anständiges Haus kommen soll. Denk darüber nach, ob du diese Verantwortung für den Rest deines Lebens auf dich nehmen willst. Ob du neben der Frau aufwachen willst, wenn du sie ohne Make-up siehst. Wenn ihr Haar nicht frisiert ist, wenn ihr Atemschal, wenn ihr Körper nicht mehr schlang und jung und hübsch ist. Denk darüber nach, mein Kind, ob du sie liebst. Die Natur denkt nicht darüber nach, ob du sie liebst, wenn du sie das erste Mal nimmst. Die Natur gibt dir nur die augenblickliche Liebe, wie das Aufflackern eines Blitzes. Aber wenn du deinen Samen gesät hast, ist diese augenblickliche Liebe verschwunden. Frag dich selbst, ob du sie wirklich liebst. Denn ich kann dir nur eines sagen. Sex mit jemandem, den man liebt, ist tausendmal besser als mit jemandem, den man nicht liebt. In ihrer Stimme lag eine Sehnsucht, die ich in diesem Moment nicht hören wollte. Ich aber nie vergessen würde. Das erste Adoleszente Erhaschen ihrer Liebe und ihrer Beziehung zu meinem Vater. So, das Zweite, warum ich dich bitten möchte, ist, dass du nie eine Frau dazu zwingst. Es gibt Männer, die dir erzählen werden, dass sich jede Frau im Geheime danach sehnt, genommen zu werden. Aber lass dir sagen, das ist Unsinn. Frauen sind nicht so. Ganz egal, wie stark dein Verlangen ist, das darfst du nie, nie tun. Und das Dritte ist, dass du die Frau eines anderen in Ruhe lässt. In den drei Wochen, die auf dieses Gespräch folgten, legte ich nicht mehr Hand an meinen Körper. So schämte ich mich dafür, dass meine Mutter davon wusste. Und danach nahm die Natur ihren Lauf. Und wie es bei wahrscheinlich allen jungen Männern der Fall ist, erinnerte ich mich vor allem an einen Teil ihrer Botschaft. Ich muss dir sagen, dass Sex großartig ist. Alles Übrige musste ich auf die harte Tour lernen. Es gab drei Frauen, die bei meinem sexuellen Erwachen eine Rolle spielten. Marna Esbach war meine erste Freundin. Baby Maneweg war unsere Nachbarin. Und Bette Wandrak war die Dritte. Sie sollte ihnen ja bekannt sein. Ich war in der neunten Klasse, im Winter 1975, als ich mich mit dem wundervollen Überschwang der Pubertät in Marna Esbach verliebte. Meine erste Liebe. Es war, als hätte ich sie eines Morgens zum ersten Mal gesehen. Ihr schwarzes Haar und ihre grünen Augen und den hübschen, lachenden Mund. Und sie erfüllte meine Gedanken und meine Träume. Erregte meine Fantasien, in denen ich ein ums andere Mal heroische Taten vollbrachte und sie vor dem Tod errettete. Ich brauchte drei Monate, bis ich sie fragte, ob sie mit mir ausgehen wollte. Nach dem üblichen Teenager-Geplänkel, in dem es galt herauszufinden, ob sie mich mochte. In dem heimliche Botschaften ausgetauscht wurden, die mein Interesse bezeugten. Wir sahen uns Filme im Leber, in Clarksdorf an. Meine Mutter lud uns dort gehorsam ab und holte uns wieder, nachdem wir im Steakhouse, das in das Kino grenzte, Milchshakes getrunken hatten. Meine Mutter mochte sie. Alle mochten sie. Zum ersten Mal küsste ich Marna bei einer Garagenparty in Stilfontein, zum langsamen Rhythmus von Gene Rockwards Hard. Eine Art stilles, taumelndes Vorspiel, das mein Freund Gunter Krause ganz unromantisch als Schwanzwackeln beschrieben hatte. Ich erinnere mich an ihr überwältigendes Parfum, an ihren weichen Mund und an meine Benommenheit, als ich zum ersten Mal eine Frauenzunge in meinem Mund kostete, der Vorgeschmack auf verborgene, göttliche Möglichkeiten. Wir knutschten mit der ungezügelten Leidenschaft und Hingabe von Pionieren, vor ihrem Haus, am Gartentor, auf Partys und manchmal, wenn sich die Gelegenheit dazu bot, im Wohnzimmer meiner Mutter oder ihrer Eltern. Es gab vorsichtige, natürliche Fortschritte, die sich über Wochen und Monate hinzogen. Im November ließ ich versuchsweise meine Hand über die Wölbung ihres Busens gleiten. Mein Herz raste vor Angst, sie könnte etwas dagegen haben. In der sorglosen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, als sich ihre Familie bei einem Barbecue in Potschdam aufwählt, knöpfte ich ihr im Wohnzimmer ihrer Eltern die Bluse auf, streichelte zum ersten Mal ihre kleinen Brüste und spürte, wie ihre Brustwarzen in meinem Mund steif wurden. Und im Februar erreichten meine unerfahrenen und täppischen Finger den heiligen Gral. Und wir beide erschauerten angesichts der Größe des Akts, unseres Wagemuts und der überwältigenden Lust. Zwei Wochen später teilte ich ihr mit, dass meine Mutter zu einem Opernabend nach Pretoria fuhr und ich allein zu Hause sein würde. Mana sah mich lange an. Glaubst du, wir sollen es machen? Ja, sagte ich. Das Verlangen loderte bereits. Ich auch. In den Tagen, die darauf folgten, erzählte ich Weltrekorde im Masturbieren. Die Erwartung und Vorfreude waren so berauschend, dass meine gesamte Existenz davon bestimmt wurde. In Gedanken spielte ich den großen Moment immer wieder durch und in meiner Fantasie war er vollkommen. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ich zählte die Tage und Stunden, zu mehr war ich nicht mehr in der Lage, bevor ich mich mit kaum verholender Ungeduld und der großen Lüge, ich würde mich ordentlich benehmen, am Tor von Mutter verabschiedete. Mana verspätete sich und ich glaubte, ich müsste verrückt werden. Sie sah ein wenig blass aus. Wir müssen es nicht tun, log ich erneut. Schon gut, ich habe nur ein wenig Angst. Ich auch, sagte ich, meine letzte Lüge an diesem Abend. Wir tranken Kaffee, redeten mit wenig Begeisterung über Schulfreunde und Hausaufgaben und schließlich umarmte ich sie sanft und begann sie langsam zu küssen. Es dauerte eine Stunde oder noch länger, bis sie sich entspannte und aus dem verängstigten Mädchen die warme, einladende Mana wurde, die ich kannte. Bis ihr Atem immer schneller wurde und sie steigerte zu einem wundervollen Galopp der Lust und ihr Herzschlag, Sicht und fast hörbar gegen ihre kleinen Brüste hämmerte. Vorsichtig zog ich sie Stück für Stück aus, bis sie schließlich wunderschön und blass und breit auf der riesigen Couch im Wohnzimmer meiner Mutter lag. Und plötzlich war die Zeit gekommen, mich meiner Kleidung zu entledigen. Ich stand auf und zog mich hastig aus, drehte mich zu ihr um und sah sie dort liegen. Und die Zeit der Erwartung und Fantasien war wie eine unwiderstehliche Welle. Mein gesamter Körper stand in Flammen und eindrucksvoll ergoss ich mich über den Wohnzimmerteppich meiner Mutter. Er ging zum Eingang des Gebäudes. Durbanville Antikmöbel stand auf einem leicht verwitterten Brett an der Wand geschrieben. Darunter die Klingel neben dem Sicherheitsstahltor. Bitte klingeln. Er drückte und hörte drinnen einen weichen musikalischen Ton, ein fast fröhliches Ding Dong. Er hörte Schritte auf dem Holzboden. Dann öffnete sie die Tür. Mr. von Rendsburg, sagte sie wenig überrascht. Van Herden, antwortete er. Oh, sagte sie und schloss das Sicherheitstor auf. Normalerweise kann ich mir Namen gut merken. Kommen Sie rein. Sie schritt vor ihm durch den Gang. In den Räumen links und rechts standen Möbel. Elegante Stücke, ausnahmslos aus Holz. Tische und Schränke und Kommoden. Ihr Büro lag im kleinsten Raum des Gebäudes. Ihr Schreibtisch war neueren Datums, das Holz der Stühle aber schimmerte im Glanz des alten Firnes. Alles war peinlich genau geordnet. Setzen Sie sich bitte. Ich bin nur gekommen, um Sie zu fragen, ob Sie Smiths Mr. Smiths Personalausweis haben. Den habe ich, sagte sie und öffnete hinter der Tür einen Melaminschrank. Er zog sein Notizbuch heraus und blätterte zur Seite, auf der er sich die Nummer notiert hatte. Sie nahm eine Pappschachtel heraus und stellte sie auf den Schreibtisch, hob den Deckel hoch und legte ihn mit einer knappen, sparsamen Bewegung neben die Schachtel. Sie sah ihn nicht an. Sie mied den Blickkontakt. Weil er es wusste, dachte er. Weil sie ihm ihr Geheimnis mitteilen musste. Deshalb konnte sie sich seinen Namen nicht merken. Ein Abwehrmechanismus. Sie reichte ihm den Ausweis. Es handelte sich um einen der alten, noch mit blauem Einband. Er schlug ihn auf. Jan Smiths Foto. Ein jüngeres Gesicht, als das verzerrte Antlitz, das er auf dem nachträglich bearbeiteten Polizeifoto zu Gesicht bekommen hatte. Er legte den Finger unter die Nummer und ging sie Ziffer für Ziffer durch. Die Nummer, die er sich notiert hatte, war richtig. Er seufzte. Die Meldestelle sagt, seine Nummer gehört jemand anderem. Einer Mrs. Ziegler. Mrs. Ziegler? Wiederholte Wilner von S. tonlos. Ja. Was hat das zu bedeuten? Zwei allein. Entweder ist ihnen ein Fehler unterlaufen, was sehr wahrscheinlich ist, oder der Personalausweis wurde gefälscht. Gefälscht? In ihrer Stimme schwang Angst mit. Das kann doch nicht sein. Was sind das für andere Dokumente in der Schachtel? Apathisch betrachtete sie die Schachtel, als hätte sie eine neue Dimension angenommen. Die Eintragung des Geschäfts und die Verträge zu den Gebäuden. Darf ich die sehen? Widerstrebend schob sie ihm die Schachtel hin. Er nahm den Inhalt heraus. Durbanville Antikmöbel. 1983 als Personengesellschaft registriert. 1984 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung registriert. Eine zweite Eintragung? Die Übertragungsurkunde für das Geschäftsgebäude von 1983. Die Übertragungsurkunde für das Wohnhaus ebenfalls von 1983. Die Gebäude waren nicht mit Hypotheken belastet, sagte er. Oh, antwortete sie. Sind sie abbezahlt? Das nehme ich an. Beide? Ich, ja, ich denke schon. Die Geschäftsbücher, Gelddinge, wer war dafür zuständig? Jan hat sich darum gekümmert. Und der Rechnungsprüfer. Hatten sie Einsicht in die Vorgänge? Ja, ich habe bei der monatlichen Bilanzerstellung geholfen. Sind die Unterlagen da? Ja, alles ist hier. Ihr Blick schweifte zum weißen Schrank hinter ihr. Darf ich sie sehen? Sie nickte und stand auf. Sie wirkte etwas geistesabwesend gegen ihm durch den Kopf. Wieder öffnete sie die Schranktür. Weiter diesmal. Hier sind sie, sagte sie. Er reckte den Hals. Rechnungsbücher und Akten standen, ordentlich aufgereiht, auf zwei Regalbrettern. Alle waren mit einem Filzstift mit den Jahreszahlen seit 1983 beschriftet. Darf ich den ersten packen sehen, bis 86 vielleicht? Vorsichtig nahm sie die Rechnungsbücher heraus und reichte sie ihm. Er schlug das erste auf. Handgeschriebene Zahlenkolonnen in den schmalen, blauen und roten Zeilen. Er konzentrierte sich, versuchte ihren Sinn zu entschlüsseln. Datumseinträge und Summen. Die Beträge waren klein, Zehner, einige Hunderter, aber alles irgendwie chaotisch. Er gab es auf. Können Sie mir erklären, wie das hier funktioniert? Sie nickte und nahm einen langen, gelben Stift, benutzte ihn als Zeigegerät. Das hier sind die Passiver, das die Aktiver. Es, Stopp, unterbrach er sie. Also das sind die Einnahmen, das Geld, das er bekommen hat. Ja. Und das, das Geld, das er ausgegeben hat. Ja. Und wo ist der Kontostand? Sie blätterte um, deutete mit dem Stift. Im August 1983 wies die Bilanz einen Betrag von minus 1.122,35 aus. Ist das der Betrag, den er auf der Bank hatte? Das weiß ich nicht. Warum wissen Sie das nicht? Dieser Betrag zeigt nur, dass das Geschäft 1.122,35 mehr ausgegeben als eingenommen hat. Der eigentliche Kontostand konnte höher oder niedriger sein, je nachdem, was vorher auf dem Konto war. Geduldig wie zu einem Kind. Einen Moment, sagte er. Er hatte sich noch nie dämlich mit Zahlen angestellt, er hatte sich nur nicht dafür interessiert. Das ist also nicht der Kontostand, nur die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Ja. Wo sehe ich den Kontostand? Der ist hier nicht aufgeführt. Dazu brauchen Sie die Kontoauszüge. Sie stand auf, holte noch mehr Ordner aus dem Schrank. Hatten Sie eine Buchhalterausbildung? Nein, sagte Wilner von S. Ich musste es erst lernen. Jan hat es mir gezeigt. Und der Rechnungsprüfer. Es ist nicht schwierig. Wenn man es erstmal kapiert hat. Sie blätterte und suchte. Hier der Kontoauszug für August 1983. Er folgte dem Stift, mit dem sie auf eine Summe deutete. 13.877 Rand 65. Er hatte Geld auf der Bank, das Geschäft aber machte miese. Sie blätterte in den Kontoauszügen. Hier. Der Eröffnungsbetrag im Bankauszug lautet auf 15.000 Rand. Die Zahlen mit dem Minuszeichen davor sind die Beträge, die er ausgezahlt hat. Wenn Sie die mit den Beträgen im Rechnungsbuch vergleichen, sehen Sie, dass sie mit den Passiver übereinstimmen. Und die anderen Zahlen sind die Einnahmen, die in der Bilanz als aktiver verbucht sind. Die Differenz zwischen den beiden beträgt genau 1.122 Rand 35. Ziehen Sie diese Summe von 15.000 Rand ab und Sie erhalten 13.877 Rand 65. Ah. Er zog das Rechnungsbuch zu sich. Blätterte zum September 1983. Die Bilanz wies Minus 817 Rand 44 aus. Im Oktober Minus 674 Rand 87. Im November Minus 404 Rand 65. Im Dezember Plus 312 Rand 5. Im Dezember 1983 hat er zum ersten Mal Gewinn erzielt. Dezember ist immer ein guter Monat. Er nahm das Rechnungsbuch und die Bankauszüge für das Folgejahr zur Hand und ging sie mit seinem neu erworbenen Wissen durch. Er machte sich Notizen. Der Teufel steckte im Detail. Sein Credo, das immer wieder Nagels Zorn erregt hatte. Wilna van Es saß ihm gegenüber, die Hände auf dem Tisch gefaltet, schwieg. Kurz dachte er daran, was der Frau durch den Kopf gehen mochte. Später bot sie ihm Tee an, den er dankbar annahm. Sie stand auf. Er blätterte weiter. Ein Geschäft, das langsam wuchs. Die Preise für die Schränke, Tische, Stühle und Sessel, Himmelbetten und Kopfbretter stiegen stetig. Das mikroökonomische Bild einer Epoche. 1991 wurde das Rechnungsbuchsystem auf Computerausdrucke umgestellt. Er musste mit Wilna van Es Hilfe alles von neuem entziffern lernen. Die Gebäude, es gibt keine Dokumente über ihren Erwerb? Das weiß ich nicht. Könnten Sie das herausfinden? Ich werde bei der Bank nachfragen. Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. Was sagt Ihnen das alles? Fragte sie und deutete auf die Zahlen, die vor ihm ausgebreitet lagen. Das weiß ich noch nicht. Es gibt da etwas. Vielleicht auch nicht. Aber ich will erst sicher gehen. Es gibt etwas? Wieder die Angst in ihrer Stimme, in ihrem Blick. Ich will erst sicher gehen. Kann ich den Personalausweis mitnehmen? Ja. Antwortete sie, wenn gleich zögernd. Auf dem Weg zu Mitchells Plain befand er sich in den ersten, noch zahlkraften Ausläufern der seltsamen Euphorie, die sich einstellte, wenn er im Begriff war, einen Durchbruch zu erzielen. Wobei das Ziel noch hinter Dunst und Wolken verborgen lag. Daten waren in seinem Kopf, in seinem Notizbuch gespeichert. Die Zahlenreihen in seinem Ermittlungsbuch aber bildeten noch keine ausgeglichene Bilanz. Eine Theorie. Irgendwo inmitten der Ziffernfolgen und der Jahreszahlen und der von Wilner von S. gelieferten Informationen lag die Wahrheit verborgen. Sein Herz schlug höher. In seinem Kopf schwirrte dies und das. Er fühlte sich so leicht wie Luft. Scheiße, scheiße, scheiße. Es war wie in alten Zeiten. Was passierte hier mit ihm? War es so einfach? Entlassung, Befreiung, Freiheit? Auf den alten Pfaden, ausgestattet mit dem Kompass seines Wissens über Verfahrensabläufe, Anweisungen und seiner Instinkte und Natchels bohrender Stimme im Hinterkopf? Wahrscheinlich nicht. Denkt darüber nicht nach. Wie ein Bergsteiger. Blick nicht nach unten. Wollte er überhaupt nach oben? Wollte er heraus aus dem sicheren, stinkenden Dreck seines Lebens? Orlando Aaronses Haus hatte hier vor fünf, sechs Jahren gestanden. Die Dinge veränderten sich. Ein Schutzwall, darauf Stacheldraht. Fort Mitchells Plank. Er hielt am Tor an und stieg aus. Hinter dem Tor kam ein Mann auf ihn zu. An seinem Gürtel hing im Halfter eine riesige Pistole. Was? Ich möchte zu Orlando. Wer bist du? Kein Respekt mehr. Van Herden. SAPS? fragte er. Früher mal. Warte. SAPS. Die südafrikanische Polizei. Die Leute hier waren schon immer mit der Gabe gesegnet, einen Bullen riechen zu können, sogar, wenn man nicht mehr dazugehörte. Auch, wenn man nicht wie ein Polizist aussah. Er betrachtete die aufwändigen Schutzvorkehrungen an den einbruchssicheren Fenstern. Schlachtfeld Mitchells Plain. Heutzutage gab es Gangs und die Pagat, People Against Gangsters and Drugs, und die chinesische Mafia, die kolumbianischen und nigerianischen Kartelle, die russische Mafia, Solospieler und eine Buchstabensuppe aus diversen Splittergruppen. Kein Wunder, dass die Polizei nicht mehr hinterherkam. Zu seiner Zeit hat er es nur Banden gegeben. Verschreckte Teenager und abgehalfterte Knastbrüder. Der Mann kam zurück. Öffnete das Tor. Fahr den Wagen lieber rein. Er fuhr hinein. Stieg aus. Komm, sagte der mit der Pistole an der Hüfte. Willst du mich nicht durchsuchen? Orlando meint, das sei nicht nötig. Du triffst auf zwei Metern in Entfernung noch nicht mal die Tür zum Scheißhaus. Immer nett, wenn sich andere an einen erinnern. Erst durch den Eingang, dann das wie ein Büro eingerichtete Wohnzimmer. Die Heimarbeit des organisierten Verbrechens. In einer Ecke saßen drei weitere Leibwächter, an einem großen Tisch Orlando. Älter, als er ihn in Erinnerung hatte. An den Schläfen grau geworden. Sah wie ein Schuldirektor aus. Gefiel sich noch immer in maßgeschneiderten, cremefarbenen Dreiteilern. Fahr mir her, denn, begrüßte Orlando ihn, ohne die geringste Überraschung zu zeigen. Orlando? Du willst was von mir. Die Fußtruppen in der Ecke waren mit Papierkram beschäftigt. Hatten die Ohren gespitzt, bereit, jederzeit einzugreifen. Er holte den Personalausweis aus der Tasche und reichte ihn Orlando. Setz dich, sagte Orlando und winkte ihn zu einem Stuhl. Er öffnete das Büchlein, setzte seine Lesebrille auf, die ihm an einer Kette um den Hals hing, zog die Lampe näher, schaltete sie an, hielt das Büchlein unter das Licht. Ich mache keine Personalausweise mehr. Was machst du jetzt, Orlando? Du bist nicht mehr bei der Polizei von Herden. Er grinste kurz. Er hatte so verdammt recht. Orlando klappte das Büchlein zu. Er ist alt und stammt nicht von mir. Aber er ist gefälscht. Orlando nickte. Gute Arbeit. Könnte Niewood gewesen sein. Wer ist Niewood? Orlando legte den Personalausweis auf den Tisch und schnippte ihn von Herden zu. Von Herden, du kommst dir unangekündigt vorbei, als würde ich dir was schulden. Du bist seit fünf, sechs Jahren nicht mehr bei der Polizei. Und nach allem, was man hört, bist du ganz unten angekommen und gehst langsam unter. Was kannst du mir bieten, wenn du von mir was haben willst? Kann dir gar nichts bieten. Orlando starrte ihn an. Ein Mann mit hellbrauner Haut und den Gesichtszügen eines Rosa, Ergebnis der Verbindung seines angeblichen Vaters, eines weißen Winzers, und seiner Mutter, einer Hausangestellten. Du warst immer ehrlich, von Herden. Das muss man dir lassen. Triffst immer ein Schwarzer, solange du keine Waffe in der Hand hältst. Du kannst mich mal, Orlando. Die Leibwächter an der Ecke hielten inne. Orlando faltete vor sich die Hände, Am kleinen Finger trug er jeweils einen Goldring. Du lässt dich wegen Nature immer noch aus der Fassung bringen, von Herden. Du weißt verdammt noch mal nichts über Nature, Orlando. Seine Stimme klang schrill, seine Hände zitterten. Er war auf die Stuhlkante vorgerutscht. Orlando legte das Kinn auf seine verschränkten Hände. Seine schwarzen Augen schimmerten. Entspann dich, sagte er ruhig. Die Leibwächter hielten den Atem an. Beruhige dich. Du kannst ja nicht ausrasten. Nicht jetzt, nicht hier. Langsam zog sich die rote Flutwelle zurück. Tief durchatmen. Er spülte seinen Herzschlag langsamer, langsamer. Du musst loslassen, von Herden, sprach Orlando mit sanfter Stimme. Wir alle machen Fehler. Langsam durchatmen. Wer ist Niewood? Orlandos Augen und Hände rührten sich lange nicht. Er dachte nach. Charles Niewood. Ein Bure. Weißer Abschaum. Sitzt seit zehn Jahren ein. Hat sogar Mandelas Geburtstagsamnestie verpasst. Ein Fälscher. Einer der Besten. Ein Tier, aber ein Künstler. Aber er wurde nachlässig. Zu viel Arbeit, zu viel Geld, zu viel Gras, zu viele Frauen. Wollte ein Vermögen machen. Stellte 20 Randscheine im Wert von sechs Millionen ohne Wasserzeichen her und versenkte den Drucker im Lee-Speak-River mit einem Loch im Kopf, um sich auch noch dessen Anteil unter den Nagel zu reißen. Deshalb bekamen sie ihn wegen des Geldes und wegen Mordes dran. Die Leibwächter begannen wieder, die Papiere hin und her zu schieben. Und das ist seine Arbeit? Hm, sieht so aus. Er war der König der blauen Personalausweise. Die Blauen waren leichter zu fälschen. Die 70er und frühen 80er waren gute Jahre. Noch eine Frage, Orlando. Ich höre. Wir haben 1983. Ich habe Dollar. Amerikanische. Viele Dollar. Ich möchte ein Haus kaufen und ganz legal ein Geschäft aufziehen. Ich brauche Rand. Was mache ich? Für wen arbeitest du, Van Herden? Eine Anwaltskanzlei. Camp? Er schüttelte den Kopf. Du bist jetzt also ein Privatdetektiv für einen Anwalt? Freiberuflich, Orlando. Das ist doch schlimmer als Schweinescheiße, Van Herden. Warum gehst du nicht zur Polizei zurück? Wir brauchen eine starke Opposition. Er ignorierte ihn. Dollar im Jahr 1983. Das ist lange her. Ich weiß. Ich war 83 ein kleiner Ganova. Für einen Dollar bekamst du 30 oder 50 Cent. Aber wenn du Namen haben willst, da kann ich dir nicht helfen. Van Herden stand auf. Danke dir, Orlando. Sind da noch immer Dollar mit im Spiel? Das weiß ich nicht. Naja, vielleicht. Vielleicht. Dollar sind jetzt viel wert. Er nickte. Du schuldest mir was, Van Herden. Baby Manewick Jedes Mal, wenn ich von einem neuen Film höre, in dem furchtlose amerikanische Helden uns alle vor einem Virus, einem Meteoriten oder feindseligen Aliens retten, die die Menschheit bedrohen, wundere ich mich, warum alle so entschieden die sehr viel interessanteren, kleinen, aber lebensverändernden Machenschaften ignorieren, die sich in den Vorstädten, die sich in den Vorstädten abspielen. Die Liebesaffäre mit Marna Espark überstand unseren ersten tollpatschigen und unvollendeten sexuellen Versuch nicht. Es gab kein plötzliches, dramatisches Ende. Unsere Beziehung kühlte sich nur allmählich ab. Dazu trug meine Enttäuschung über meine Leistung bei und ihre Scham, weil es ihr nicht möglich gewesen war, ihren Frust zu verbergen. Mit 16, 17 allerdings heilen Körper und Seelen verblüffend schnell. Und wir blieben befreundet, auch als sie im Juli unserer Abschlussklasse eine Beziehung zum Klassensprecher Lawrence Kemper einging. Seitdem fragte ich mich immer wieder, ob sie und Lawrence es erfolgreich bewerkstelligt hatten und er sich die Trophäe ihrer Jungfräulichkeit sichern und ihr Vertrauen in die Männer wiederherstellen konnte. Ich dagegen ging während der Schulzeit keine feste Beziehung mehr ein, nur hin und wieder etwas verschärftes Petting. Dies lag daran, dass Baby Marneweg den Pfad meiner sexuellen und später auch beruflichen Ausbildung kreuzte. Sie und ihr Ehemann wohnten im Haus hinter dem Unseren. Er war ein großer, starker Bergmann, wie 90 Prozent der männlichen Einwohner von Stilfontaine ein Schichtarbeiter, ein Rohdiamant, der seine Samstage und Sonntage mit dem Einbau einer 3-Liter-V6-Maschine in einen Ford Anglia verbrachte. Er musste dazu das gesamte Armaturenbrett und das Getriebe nach hinten versetzen und die Antriebs- und Kadernwellen verlängern, was den ursprünglichen Beweggrund für sein Vorhaben, andere Anglia-Fahrer an Ampeln unangenehm zu überraschen, sinnlos machte. Denn ein Blick durch die Scheibe genügte und jeder Idiot hätte sofort erkannt, dass Burt Marnewigs Wagen keine Normalausführung war. Nach der Legende, die man sich in der Vorstadt erzählte, hatte er Baby mit seinen Fäusten gewonnen, damals in Bass Valley, diesem brodelnden Vorort von Johannesburg, als er sie einem stämmigen Schotten weggenommen hatte. Sie soll auf der Veranda ihres Hauses gestanden und den beiden Männern zugesehen haben, die, blutend und schnaubend wie zwei Stiere, ihre genetische Überlegenheit unter Beweis stellten, um sie zu gewinnen. Weil Baby Marnewig eine gutaussehende Frau war, groß und schlank, mit dichtem rotem Haar und einem vollen, breiten Mund und beachtlichen Brüsten. Es waren ihre kleinen, schmalen Augen, die ihr einen Anflug von Schlampenhaftigkeit verliehen, dem, wie ich annahm, Männern nicht widerstehen konnten. Vielleicht, weil dadurch der Eindruck entstand, dass sie manche Dinge nicht so genau nahm, was vielleicht ihre wahre Natur widerspiegelte. Jahrelang hatte ich die Nachbarn hinter uns kaum wahrgenommen. Warum sind Nachbarn, die hinter einem wohnen, immer um so vieles mysteriöser? Der hohe Holzzaun zwischen den beiden Häusern hatte wahrscheinlich das Seine dazu beigetragen. Aber für einen sexuell erwachten Teenager war der Anblick von Baby Marnewig in ihrem Samstagsoutfit im Einkaufszentrum unvergesslich. Mein Interesse wuchs, angeregt von vagen Gerüchten und der Offenheit, mit der sie ihre Sexualität zur Schau stellte. In den ersten Frühlingstagen meines letzten Schuljahres, an einem wunderbaren, warmen Nachmittag, spähte ich, gelangweilt, marnalos und neugierig durch einen dünnen Spalt im stetig und zunehmend verwitternden Zaun. Nicht zum ersten Mal, aber es war doch ein Zufall, ein opportunistischer Augenblick meines Wunschdenkens. Und dort, im hinteren Garten der Marnewegs, lag Baby auf einer Luftmatratze, nackt und von Sonnenöl glänzend. Dunkle Brillengläser bedeckten ihre schmalen Augen, und ihre verspielte Hand mit den ruhigen Fingern und lackierten Fingernägeln streichelte das Paradies zwischen ihren Beinen. Ach, welch süßer Schock! Ich stand nur da, zu erschreckt, um mich noch rühren zu können, zu erschreckt zum Atmen, schwindelig, aller Sinne beraubt, Geie, bis über beide Ohren, Entdecker der Freuden des Voyeurismus, Auserwählter der Götter, der gerade zum richtigen Zeitpunkt dorthin gestellt worden war. Ich weiß nicht, wie lange Baby Marneweg bis zum Orgasmus brauchte. Zwanzig Minuten? Länger? Für mich verging die Zeit wie im Flug. Ich konnte nicht genug kriegen. Bis sie sich schließlich selbst befriedigte, durch den offenen Mund ein tiefes, dumpfes Stöhnen ausstieß und Beine und Bauch himmlisch zitterten und bebten. Dann stand sie langsam auf und verschwand im Haus. Lange starrte ich noch auf die Matratze, hoffte, sie würde zurückkehren. Erst um einiges später wurde mir bewusst, dass mir dies nicht beschieden sein würde und so ging ich in mein Zimmer und überließ mich meinen überwältigenden Gelüsten. Wieder und wieder und immer wieder. Am nächsten Nachmittag stand ich erneut an meinem Guckloch im Zaun, bereit, die wundervolle, einseitige Beziehung zu Baby Marneweg wieder aufzunehmen. Sie masturbierte nicht jeden Nachmittag in ihrem Garten. Sie lag nicht jeden Tag ölig und nackt in der Sonne. Zu meiner großen Enttäuschung hielt sie sich an keine feste Tageszeit. Es war ein Spiel des Zufalls. Ein Spiel des sehnsüchtigen, visuellen Diebstahls. Manchmal fragte ich mich, ob sie es am Morgen tat, wenn ich in der Schule war. Ich überlegte sogar, einige Tage krank zu sein, um meiner Vermutung auf die Probe zu stellen. Doch gelegentlich, einmal in der Woche, manchmal auch alle zwei Wochen, wurde meine Gier mit dem verzaubernden Anblick belohnt. Ich entwickelte Fantasien, ganz klar. Ich würde hinübergehen. Über den Zaunklettern erschien mir als zu würdelos. Mich neben sie stellen und ihr sagen, Ab jetzt musst du deine Finger nicht mehr bemühen, Baby. Dann würde ich mich ausziehen und sie würde mich mit einem Ja, Ja, Ja willkommen heißen. Und nachdem ich sie auf der Luftmatratze in unbekannte sinnliche Höhen entführt hätte, würden wir nebeneinander liegen und darüber reden, wie wir abhauen und für immer und weit weg glücklich sein wollten. Das war Fantasie Nummer eins mit einigen Variationen des Themas. Wie anders und wesentlich interessanter aber war, verglichen mit diesen Fantasien die Wirklichkeit. Die erbärmliche, lebensverändernde Wirklichkeit. Stoßzeit, stockender Verkehr ab der Mitchells Plain. Er nahm die N7, hatte es eilig, nach Hause zu kommen, musste noch mit Wilner von S. telefonieren. Er war fasziniert von der Welt, in der er lebte. Er und Camp und er und Orlando und wer wem etwas schuldig war. Die Mechanismen gesellschaftlicher und beruflicher Beziehungen. Das elfte Gebot, sei du derjenige, dem andere etwas schuldig sind. Camp, du bist ein Stück Dreck, Van Herden. O'Grady, Oh Gott, Van Herden, das ist doch ein beschissenes Leben. Warum kommst du nicht wieder zu uns, Orlando? Du bist ganz unten angekommen und gehst langsam unter. Das ist doch schlimmer als Schweinescheiße, Van Herden. Warum gehst du nicht zur Polizei zurück? Das war der allgemeine Konsens über sein Leben. Aber sie wussten nichts, sie verstanden nichts. Es mangelte ihnen an Einsicht. Sie hatten absolut keine Vorstellung von seinem Strafmaß. Er, zu lebenslänglich verurteilt, musste es absetzen. Und dann, in einem kurzen Augenblick der Euphorie, die sich bei seinen Ermittlungen eingestellt hatte, meinte er tatsächlich, davon träumen zu dürfen, dass er entlassen werde, dass er Amnestie erhalten könnte. Wie absurd. Scheiße. Wie ein Gefangener, der träumte, er sei draußen und dann am Morgen wieder an seiner Zelle erwachte. Er bog zu einer Tankstelle ab, entdeckte eine Telefonzelle, rief Wilner van Es an. Die Bank sagt, es waren nie Hypotheken auf den Gebäuden. Ich habe die Übertragungsurkunden und die Briefe der Anwälte gefunden, aber ich verstehe sie nicht ganz. Wer waren die Notare? Einen Moment bitte. Er wartete, sah die Frau vor sich, die zum Melaminschrank in ihrem Büro ging und die Dokumente holte. Merv de Villers und Partner. Er kannte sie nicht. Können Sie die Dokumente an Hope faxen? Ja, sagte Wilner van Es. Danke. Der Personalausweis, haben Sie irgendwas herausgefunden? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Es war Hope Benekes Aufgabe, die schlechten Nachrichten zu überbringen. Er war nur die angeheuerte Hilfskraft. Oh. Nachdenklich. Besorgt. Auf Wiedersehen, sagte er, weil er das alles jetzt nicht hören wollte. Er blätterte durch sein Notizbuch, fand Hope Benekes Nummer, warf eine weitere Münze ein und wählte. Sie ist in der Sprechstunde, sagte die Rezeptionistin. Wie eine Ärztin, verdammt nochmal, dachte er. Richten Sie ihr bitte aus, Wilner van Es, wird ihr die Übertragungsurkunden von Jan Smits beiden Gebäuden durchfaxen. Ich möchte wissen, ob darauf Hypotheken lasteten. Sie kann mich zu Hause anrufen. Als er aus dem Wagen stieg und zum Himmel hochblickte, sah er die Sonne hinter der nächsten Kaltfront untergehen, die vom Meer hereinzog. Die Wolkenmassen waren schwer und schwarz und überwältigend. Langsam und vorsichtig sortierte er in der großen Bratpfanne den Knoblauch und die Petersilie, deren aromatischer Duft den ganzen Raum erfüllte. Er sog den Geruch ein. Freudig und mit dem vagen, kurzlebigen Gefühl der Überraschung, dass er es noch konnte. Aus den kleinen Lautsprechern ertönte Verdi, La Traviata, Musik zum Kochen. Jan Smits war nicht Jan Smits. Gut. Irgendwann während oder noch vor dem Jahr des Herrn 1983 kam der ehemals unter dem Namen X bekannte Mann an amerikanische Dollar. Illegal. So illegal, dass er eine neue Identität brauchte, um ein neues Leben beginnen zu können. Als Johannes Jakobus Schmidt. Ein Leben mit Antikmöbeln. Ein Leben innerhalb des Gesetzes. Eine zurückgezogene, heimliche Existenz. Lediglich eine Vermutung. Er öffnete die Thunfischdose, goss den Saft vorsichtig in den Abfluss des Ausgussbeckens. Du verkaufst eine Hand voll deiner Dollar auf dem Schwarzmarkt, um das Haus und das Geschäftsgebäude zu erwerben und die ersten Möbelstücke anzuschaffen. Das Geschäft läuft gut, du brauchst deine übrigen Dollar nicht. Du baust für sie einen begehbaren Safe oder lässt ihn bauen? Wie viel war noch übrig? Viel, wenn du einen begehbaren Safe brauchst. Oder musst du noch was anderes im Safe unterbringen? Amerika, der Ursprung des Drogenhandels, die Quelle der Dollar. Musstest du den Safe bauen, um darin kleine weiße Päckchen mit Heroin oder Kokain unterzubringen? Ordentlich auf den Regalen aufgereiht, neben den Dollar, Einzelhändler, Großhändler, Mittelsmann, Waffenhandel. Eine weitere verlässliche Quelle für große Summen an Dollar. 1982 oder 83, die florierenden Jahre des staatlichen Rüstungskonzerns Armscore und seinen tausend obskuren Zweigniederlassungen, während das übrige Afrika von terroristischen Akronymen und einem unstillbaren Hunger nach Waffen geprägt war. Der begehbare Safe war wahrscheinlich nicht groß genug. Vielleicht doch keine Waffen. Warum? Wenn das Geschäft mit den Antiquitäten gut lief, warum hast du dann die verräterischen Beweise nicht einfach verbrannt? Er gab den Thunfisch zum Knoblauch und zu Petersilie. Er hackte die Walnüsse, gab sie ebenfalls zu, schaltete den Wasserkocher an. 15 Jahre später starb Jans Schmidt, der ehemals als X bekannt gewesen war. Fini. Amerikanisches Sturmgewehr. Ein Schuss, wie bei einer Exekution, in den Hinterkopf. War der ehemalige Besitzer der Dollar zurückgekehrt? Ein erneuter Versuch, die kleinen weißen Päckchen zu verkaufen? Was war schiefgelaufen? Setz die kleinen Mosaiksteinchen zusammen von Herden. Mach dir ein Bild im Kopf, entwickle eine Story, strick eine Theorie, passe jedem neuen Fragment an, stell Spekulationen an. Nature. Im Pastatopf kochte das Wasser, zünde das Gas an, warte, bis es erneut aufkocht. Die Spaghetti sind fertig, zerteile die Butter, schneide die Zitrone in Hälften, reibt den Parmesan, fertig. Jans mit allein zu Haus. Es klopft an der Tür, eröffnet. Hallo X, schon lange nicht mehr gesehen, ich bin gekommen, um mit dir ein wenig über meine Dollar zu plaudern. Er hörte etwas, trotz der Musik, ein Klopfen an der Tür. Seine Mutter klopfte nicht, sie kam einfach rein. Er ging zur Tür, öffnete sie. Hope Benneke. Dachte, ich schau mal vorbei, ich wohne in Millnerten. Die ersten nervösen Windschauer der Kaltfront bliesen ihr kurzes Haar in alle Richtungen, in der Hand einer Aktentasche. Kommen Sie rein, sagte er, er wollte sie nicht bei sich zu Hause haben. Es wird regnen, sagte sie, als er die Tür hinter ihr schloss. Ja, antwortete er. Er fühlte sich nicht wohl, es kam sonst niemand hierher außer seiner Mutter. Er stellte die Lautstärke der Musik leiser, meine Güte, was riecht hier so köstlich, fragte sie, stellte die Aktentasche auf den Boden und öffnete sie. Er sagte nichts. Sie nahm Dokumente heraus und sah zum Gasherd. Ich wusste nicht, dass sie kochen können. Nur Pasta. Es lag etwas in ihrer Stimme. Woher wussten sie, wo ich wohne? Ich habe Camp angerufen. Ich habe erst hier angerufen, aber es ging niemand ran. Mitgefühl in ihrer Stimme, eine Geduld, die bislang nicht vorhanden gewesen war. Das kam ihm bekannt vor. Die Reaktion von Menschen, die es wussten, die den öffentlichen Teil von Van Herdens Geschichte kannten. Camp. Camp hat er es ihr erzählt. Scheiß Camp, der nichts für sich behalten konnte. Er brauchte ihr Mitgefühl nicht. Camp. Sogar Camp lag völlig falsch. Und jetzt auch sie. Sie reichte ihm die Blätter. Marie sagt, sie wollten wissen, ob die Gebäude mit Hypotheken belastet waren. Ja. Er spürte, wie unwohl ihm war, dass sie sich im Stehen unterhielten. Er wollte nicht, dass sie sich setzte. Er wollte, dass sie ging. Es sieht nicht so aus. Das sind die Notaranda-Konten und die Formschreiben, die Notare versenden, wenn Immobilien auf einen neuen Eigentümer übertragen werden. Um zu bestätigen, dass die Grundbucheintragung vorgenommen wurde. Wären Hypotheken aufgenommen worden, wären sie im Notaranda-Konto verzeichnet. Dort würden sie die noch ausstehenden Beträge finden oder einen eventuellen Überschuss, falls die Darlehenssumme höher war als der Kaufpreis. Er startete die Dokumente an, er verstand nur die Hälfte. Aber von alledem finden sie hier nichts. Deshalb denke ich, gab es keine Hypotheken. Aha. Er sah sich die Auszüge der Notaranda-Konten an. Der Kaufpreis belief sich auf 43.000 Rand für das Geschäftsgebäude, 52.000 Rand für das Wohnhaus. Das Wasser im Topf kochte mit einer zischenden Explosion über. Er drehte die Flamme niedriger. Es ist wohl jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, sagte sie. Wahrscheinlich erwarten Sie Gäste. Nein, sagte er. Ja, er hätte Ja sagen sollen. Haben Sie etwas über den Personalausweis herausgefunden? Er stand im Niemandsland seiner Küche, hob unbehaglich zwischen den Stühlen. Scheiße. Sie müssen sich setzen. Sie nickte, setzte ein schmales Lächeln auf, strich ihren Rockblatt, setzte sich auf den grauen Sessel mit den durchgescheuerten Armlehnen und sah ihn erwartungsvoll und voller Anteilnahme an. Smith ist nicht Smith, sagte er. Sie wartete. Der Personalausweis ist gefälscht. Ihre Augen weiteten sich leicht. Professionelle Arbeit, vermutlich die Arbeit eines Charles Newwood, wahrscheinlich in den späten Siebzigern, frühen Achtzigern ausgeführt. Jetzt würde er ihr die ganze Geschichte erzählen müssen. Sie saß da, wartete, ihre Aufmerksamkeit ganz auf ihn gerichtet. Es gibt noch mehr, sagte er, ich habe eine Theorie. Ihr Nicken war kaum zu erkennen, sie wartete, beeindruckt. Langsam atmete er tief ein. Er erzählte ihr von seinem Tag der Reihe nach, Meldestelle, ein Gewebemers Anruf, sein Besuch bei Van S., die Buchhaltung, Daten und Summen, Orlando. Erschaffte ihr einen Überblick, erklärte ihr den Gedankensprung, der auf einem Fetzen Papier beruhte, der vor mehr als 15 Jahren einen Packen Dollarscheine sauber gebündelt hatte, stellte die Verbindung zum begehbaren Safe her, den Zeitablauf. Alles hatte 1983 stattgefunden. Der Barerwerb der beiden Gebäude, die 15.000 Rand, die die finanzielle Grundlage für das Geschäft bildeten. Er wusste, dass sie ihn ansah, weshalb er an ihr vorbeiblickte, zur Tür starrte, während er ihr seine Theorie darlegte. Wow, sagte sie, als er fertig war. Er sah, wie sie sich mit den Fingern durch ihr kurzes Haar strich. Jemand hat davon gewusst, sagte er. Alles deutet darauf hin. Jemand suchte ihn in einer ganz bestimmten Absicht auf. Jemand mit einer M16 und einem Schweißbrenner. Das gehört sonst nicht zur Ausrüstung, wenn man ein Haus ausraubt. Zumindest mussten sie es gewusst haben, dass John Smith in der einen oder anderen Form ein Vermögen bei sich aufbewahrte und ein gewisses Maß an Überzeugungskraft nötig sein würde, um es ihm wegzunehmen. Jemand, der ihn aus seinem früheren Leben kannte. Sie nickte. Eine Windböe ließ Regen gegen die Fensterscheibe prasseln. Das heißt, John Smith wusste, wo man einen gefälschten Personalausweis bekam. Er wusste, wie man heiße Dollar loswurde. Er baute sich nicht aus Sicherheitsgründen ein Safe, sondern um darin etwas zu verstecken. Und das heißt, hat oder dass sie lügt. Aber das glaube ich nicht. Er lehnte sich gegen den Küchenschrank und verschränkte die Arme. Sie sind sehr gut, sagte sie. Seine Arme verkrampften sich. Es ist nur eine Theorie. Es ist eine gute Theorie, sagte sie. Er zuckte mit den Schultern. Das ist alles, was wir haben. Und morgen? Er hatte sich über den morgigen Tag noch keine Gedanken gemacht. Ich weiß es nicht. Die Dollar sind der Schlüssel. Ich versuche herauszufinden, wer 1983 den Schwarzmarkt für Währungen kontrolliert hat und wer die wichtigsten Drogenhändler waren. Vielleicht hatte das Geld in Amerika gestohlen. Oder es stammt aus Waffenlieferungen. Er weiß das schon in unserem beschissenen Staat. Er fragte sich, ob sie wieder auf seine Sprache reagieren würde. Sie muss jetzt keinen Kaffee anbieten. Ich werde nachhaken. Es gab da ein paar Stellen, ein paar Leute. Kann ich irgendwas für sie tun? Sie müssen sich entscheiden, was sie von S. erzählen wollen. Sie stand langsam auf, als wäre sie müde. Ich denke, wir werden ihr vorerst noch gar nichts erzählen. Wie sie wollen. Es gibt noch zu viele Unsicherheits Faktoren. Wir können mit ihr reden, wenn wir mehr wissen. Sie nahm ihren Diplomatenkoffer zur Hand. Ich muss jetzt gehen. Er löste seine verschränkten Arme. Ich werde sie anrufen, wenn ich etwas finde. Komm bitte nicht mehr zu mir nach Hause. Aber er sagte es nicht. Sie haben meine Handynummer? Nein, sagte er. Sie öffnete erneut ihre Aktentasche, holte eine Karte heraus, reichte sie ihm. Dann drehte sie sich um und ging zur Tür. Sie hatte, wie er bemerkte, einen hübschen, runden Hintern unter ihrem Rock. Ich habe keinen Schirm, eine Feststellung, fast aggressiv vorgetragen. Sie stand an der Tür und lächelte ihn an. Ist das Domingo? Was? Die Musik? Nein. Ich dachte, es wäre der Soundtrack zum Film. Sie wissen doch, Zeffirellis. Nein. Was ist es? Sie musste gehen. Er wollte mit ihr nicht über Musik reden. Pavarotti und Sutherland. Das ist wunderschön, sagte sie. Das Beste. Er biss sich auf die Zunge. Das geht dich nichts an. Sie schwieg. Dann sah sie ihn an, runzelte die Stirn. Sie sind ein seltsamer Mensch von Herden. Ich bin ein Stück Dreck, antwortete er prompt. Fahren Sie Camp. Er öffnete ihr die Tür. Sie müssen jetzt gehen. Sie haben gute Arbeit geleistet, sagte sie, drehte den Kopf zur Seite weg vom Regen und rannte die Stufen hinab. Er hörte sie lachen. Einen kurzen hohen Ton. Dann ging die Innenbeleuchtung des BMW an, während sie einstieg und ihm zuwinkte. Die Fahrertür knallte. Die Beleuchtung erlosch. Er schloss die Tür. Er ging zum CD Player und schaltete ihn aus. Sie wusste verdammt noch mal gut über Musik Bescheid. Domingo. Ja. Er würde sie am nächsten Morgen anrufen müssen. Er sagen, dass er jeden Tag zu ihr ins Büro kommen wollte, kurz bevor sie nach Hause fuhr, um seinen Tagesbericht abzuliefern. Sie durfte nicht mehr hierher kommen. Oder er würde ihr jeden Abend einen Bericht schreiben und ihr ins Büro bringen. Das Telefon klingelte. Vanherden? Guten Abend, Hörte eine Frauenstimme. Hier ist Cara Anne Rousseau. Ich weiß nicht, ob sie sich noch an mich erinnern. Ropenneke fuhr langsam auf der N7 nach Hause. Die Scheibenwischer liefen auf höchster Stufe. Am Nachmittag noch hätte sie ihn am liebsten umgebracht, am Abend hätte sie ihn nur zu gern in den Arm genommen. Sie biss sich auf die Lippen und beugte sich mit sich herum trug, sondern Schmerz und Schuld. Jetzt konnte sie sich von ihm distanzieren. Jetzt, da sie ihn verstand. Das war alles. Das war's. Samstag, 8. Juli. Noch fünf Tage. Das Haus war immer voller Bücher und oft voller Schriftsteller und Dichter und Leser, die miteinander diskutierten und sich lebhaft unterhielten. An einem Samstagabend, es war bereits spät, gerieten sich zwei Frauen über Etienne Leroux's sieben Tage bei den Silbersteins in die Wolle und wurden beinahe handgreiflich. Eine Lesung aus den Werken von Vuclov mit anschließender Diskussion dauerte die gesamte Nacht hindurch, bis nach dem Mittagessen am Sonntag. Und in diesen erlauchten literarischen Zirkel trug ich Louis Lamour. Ich habe erst spät mit dem Lesen begonnen. Meiner Meinung nach gab es sehr viel interessantere Dinge. Da mir meine Mutter viele Freiheiten erlaubte, genoss ich neben den üblichen Schulaktivitäten die weniger formellen Jungen Spiele, wie viele Banden gründeten wir. Das Angeln im Walriver mit Onkel Shorty, lebenden Grillen ohne Gewichte, die Erkundung der eingefallenen Halden des Ostschachts, den ewigen Auf- und Umbau von Schalk Wageners Baumhaus. Dann die Entdeckung der Fotoromane. Gunter Krause las Mark Condor, Takuza, Captain Devil, mit der Erlaubnis seiner Eltern. Seine Mutter las Barbara Cartland und anderer dieser Sorte und sein Vater war nicht oft zu Hause. An den Samstag Morgen gingen wir zu Dons Book Exchange, um für Gunter und seine Mutter einen neuen Vorrat zu besorgen, den wir dann bei Dons ein Lamour in die Finger geriet. Ich die feurig-grünen Augen des Helden auf dem Cover zu Gesicht bekam, teilnahmslos, ohne mir viel zu versprechen, die ersten beiden Absätze las und Logan Sackett kennenlernte. Meine Mutter gab mir jeden Monat einige Rand als Taschengeld. Das Buch kostete 40 Cent, ich kaufte es und in den folgenden drei Jahren konnte ich nicht genug davon bekommen. Meine Mutter erhob keine Einwände. Vielleicht hoffte sie, ich würde dadurch zu anderer anspruchsvollerer Lektüre gelangen. Sie wusste nicht, dass es zu meiner ersten Begegnung mit dem Gesetz führte. Es war nicht Lamours schuld. An einem Morgen in den Ferien setzte meine Mutter mich und Gunther und einen weiteren Schulfreund in Clarksdorp ab, wo wir ins Kino wollten. Das CNA in der Hauptstraße besaß zwei Geschosse. Unten waren die Haushaltswaren und Spielsachen, oben die Bücher. Ich war bereits früher im CNA gewesen, doch an jenem Tag entdeckte ich eine ganz neue Louis-Lamour-Welt. Neue, ungelesene Bücher mit weißem Papier. Nicht die verblichenen, leicht vergebten, abgenutzten Ausgaben der Tauschbörse. Bücher, die frisch rochen. Ich weiß nicht mehr, wie viel Geld ich vor. Sicherlich hätte es für ein Buch gereicht, doch dann hätte ich mit Gunther nicht ins Kino gehen können. Genug für einen Film und einen Milchshake, doch dann hätte ich mich nicht des neu entdeckten Überflusses bemächtigen können. Und in diesem Augenblick des leidenschaftlichen Verlangens traf ich eine Entscheidung. Sich ein Buch zu nehmen war doch kein Diebstahl. So mühelos überschritt ich die Grenze zwischen Unschuld und Schuld, so schnell ging dies vor sich, ohne nachzudenken. Den einen Augenblick war ich noch ein getreuer Leser, voll der Freude über die reiche Auswahl, die sich mir bot, im nächsten bereits ein angehender Dieb, dem durchaus bewusst war, was er hier tat, der verstohlene Blicke ausschickte und nach einer Gelegenheit Ausschau hielt. Ich nahm zwei Bücher und schob sie unter mein Hemd. Und dann ging ich die Treppe hinab, langsam, nonchalant, hatte den Bauch eingezogen, um die Ausbuchtung zu verbergen, leicht nach vorne gebeugt zur zusätzlichen Tarnung. Mein Herz raste, meine Hände schwitzten, näherte mich mehr und mehr dem Ausgang, kam ihm immer näher, seufzte erleichtert auf. Bis ich mich am Arm packte und mich mit Entschuldigung? Sie war fett und hässlich und der Name auf ihrem CNA-Schildchen auf ihrem mächtigen Busen lautete Monika. Sie zog mich zurück, wieder in den Laden hinein. Gib die Bücher her, sagte sie. Nachher dachte ich an tausend Dinge, die ich hätte tun, die ich hätte sagen können, mich losreißen und davon laufen. War doch nur Spaß. Was für Bücher, fick dich. Oft Sicht erinnerte danach, dass ich in der Lage gewesen wäre, ihr einen Fick dich entgegen zu schleudern. Ich zog die Bücher heraus, meine Knie zitterten. Hol Mr. Mina, sagte sie dem Mädchen an der Kasse und zu mir, das wird dir heute eine Lehre sein. Ach, die Angst und die Demütigung, die so langsam heranreifen. Die Folgen meiner Tat zeigten sich nicht geballt, sie stellten sich nicht auf einen Schlag ein, sondern rückten als eine lange Reihe einzelner unangenehmer entschlossener Botschafter an. Ich wusste, was mir blühte, lange bevor Mr. Mina, der glatzköpfige Mann mit der Brille auftauchte. Ich stand da und hörte Monika zu Mina sagen, wie sie mich im Obergeschoss beobachtet und dann gewartet hatte, bis ich durch die Tür gehen wollte. Und als sie mit ihrer Erzählung fertig war, meinte er, rufen sie die Polizei. Während sie dies tat, sah er mich erneut widerwillig an und sagte, ihr klaut uns noch den Stuhl unterm Hintern weg. Ihr. Durch ein Wort war ich zum Teil einer ganzen Gruppe geworden. Als hätte ich es schon mal getan. Als würde ich mich ständig in Gesellschaft von Kriminellen aufhalten. Ich glaube ich war zu verängstigt um zu weinen. Als der junge Constable in seiner blauen Uniform kam und wir in Minas kleines Büro gingen, wo er die Aussage aufnahm. Als er mich am Arm fasste und zum gelben Polizeiwagen führte. Als er mich vor der Polizeidienststelle in der Innenstadt neben dem indischen Einkaufszentrum aus dem Wagen zog und ins Dienstzimmer brachte. Da hatte ich einfach die Hosen gestrichen voll. Er wies mich an Platz zu nehmen und sagte dem Sergeant hinter dem Schreibtisch ein Auge auf mich zu haben. Einige Minuten später kam er mit einem Detektiv zurück. Er war ein großer Mann mit großen Händen, dicken Augenbrauen und einer Nase, die bereits einiges abbekommen hatte. Wer heißt du? fragte der große Mann. Satopek, Sir. Komm mit, Satopek. Ich grauen Raum mit einer Büroeinrichtung, wie sie typisch war für den öffentlichen Dienst, voller chaotisch verteilter Aktenstapel und Schriftsätze. Setz dich, sagte er. Er lehnte sich gegen die Schreibtischkante, in der Hand die Aufzeichnungen des Constable. Wer alt bist du? 16, Sir. Wo wohnst du? In Stilfontaine, Sir. 9. Klasse? Ja, Sir. Stilfontaine High School? Ja, Sir. Du hast Bücher gestohlen. Ja, Sir. Louis Lamour? Ja, Sir. Wie oft hast du schon Bücher geklaut? Das war das erste Mal, Sir. Was hast du früher sonst noch so geklaut? Nichts, Sir. Nichts? Ich hab mal in der Schule Gunther Krause das Linear geklaut, Sir. Aber das war mehr zum Spaß, Sir. Ich werde es ihm zurückgeben, Sir. Warum hast du die Bücher gestohlen? Es war falsch, Sir. Ich weiß, dass es falsch war. Ich möchte wissen, warum. Ich wollte sie unbedingt haben, Sir. Warum? Weil sie mir so gut gefallen, Sir. Hast du seinen Namen über Flint gelesen? Ja, Sir. Irgendwie überrascht. Kilkenny? Ja, Sir. Lando? Nein, Sir. Kettlow? Noch nicht, Sir. Cherokee Trail? Ja, Sir. Das Land der einsamen Männer? Nein, Sir. Er seufzte, stieß sich von der Kante ab, ging herum und setzte sich hinter seinen großen Schreibtisch. Begeht irgendeiner der Guten in den Lamour-Romanen einen Diebstahl, Sattopäck? Nein, Sir. Was wird dein Vater tun? Wie wird er sich wohl fühlen, falls ich ihn anrufe und sage, sein Sohn sei ein Dieb? Hoffnung, ein schwacher Funken, falls ich, nicht wenn ich ihn anrufe. Mein Vater ist tot, Sir. Und deine Mutter? Sie wird sehr unglücklich sein, Sir. Ich habe den Verdacht, du neigst etwas dazu, die Dinge nicht ganz beim Namen zu nennen, Sattopäck. Deine Mutter wird es das Herz brechen. Hast du Brüder oder Schwestern? Nein, Sir. Du bist der Einzige, den sie hat? Ja, Sir. Und du stiehlst? Es war falsch, Sir. Sagt er jetzt. Jetzt, da es zu spät ist. Wo ist deine Mutter? Ich erzählte ihm von unseren Kinoplänen und dass meine Mutter uns um fünf Uhr nach dem Film abholen wollte. Er sah mich lange an, schweigend. Dann stand er auf. Warte hier, Sattopäck. Verstanden? Ja, Sir. Er ging hinaus und schloss die Tür. Ich war allein mit meiner Angst und meiner Demütigung und einem Funken Hoffnung. Nach einer Ewigkeit kam er zurück und setzte sich wieder auf die Schreibtischkante. Wir haben unten eine leere Zelle, Sattopäck. Ich werde dich dort einschließen. Es ist dort dreckig. Es stinkt. Menschen haben sich darin übergeben und geschissen, gepisst und geblutet und geschwitzt. Aber es ist ein Paradies verglichen mit dem, was mit Dieben geschieht, wenn sie ins Gefängnis kommen. Ich werde dich in diese Zelle sperren, Sattopäck, damit du über diese Dinge nachdenken kannst. Ich will, dass du dir, wenn du dort drin sitzt, ein Bild davon machst, wie es wäre, wenn du den Rest deines Lebens dort verbringen müsstest. Nur schlimmer noch. Unter Dieben und Mördern und Betrügern und Vergewaltigern und dem ganzen Abschaum der Welt. Männer, die dir für 50 Cent die Kehle durchschneiden würden. Kerle, die nichts lieber würden, als einen Jungen wie dich zu... zu küssen, wenn du verstehst, was ich dir sagen will. Ich verstand ihn nicht wirklich, aber ich nickte leidenschaftlich. Ich habe mit dem CNA telefoniert. Sie meinen, in ihrem Geschäft wird viel gestohlen. Sie wollen, dass ich an dir ein Exempel statuiere. Sie wollen dich vor Gericht bringen, damit alle sehen können, dass es sich nicht lohnt, dort zu klauen. Sie wollen, dass die Reporter vom Clarksdorp Record über dich schreiben, damit du ein abschreckendes Beispiel für die südafrikanische Jugend abgibst. Kapiert? Ich war nicht fähig, etwas zu sagen, brachte lediglich ein Kopfnicken zustande. Ich habe mit ihnen geredet, Sattopäck. Ich habe ihnen gesagt, ich sei mir sicher, dass es das erste Mal war, weil ich so dämlich bin und dir glaube. Ich bettelte sie an, weil jemand, der Louis Lamour mag, nicht ganz verdorben sein kann. Sie sagten mir, ich verschwende meine Zeit, weil wer einmal stiehlt, ist auch ein zweites Mal tot. Aber ich konnte sie überreden, Sattopäck. Sir? Wir haben eine Vereinbarung getroffen. Ich sperre dich bis halb fünf ein, weil du verdammt nochmal schuldig bist. Und dann bringe ich dich zum Kino. Und du wirst deiner Mutter sagen, dass es ein schöner Film war. Denn es ist nicht schön, wenn ihr das Herz gebrochen wird. Sie hat ja nichts gestohlen. Ja, Sir. Und falls du ein zweites Mal klauen solltest, Sattopäck, dann hole ich dich. Und werde dich so vertrimmen, dass du für mindestens eine Woche nicht weißt, wie du sitzen sollst. Und ich werde dich zu den Typen sperren, die dir deine Augäpfel ausreißen, bevor sie dir mit einem stumpfen Messer die Eier abschneiden. Nur weil ihnen langweilig ist. Hast du das verstanden? Ja, Sir. Jeder hat das Recht in seinem Leben nochmal eine Chance zu bekommen, Sattopäck. Wir bekommen sie nicht immer, aber wir haben sie verdient. Ja, Sir. Nutz deine gut. Ja, Sir. Er stand auf. Komm mit, Sir. Was? Danke, Sir. Und dann brach ich in Tränen aus, bis ich am ganzen Körper zitterte und der große Mann seine Arme um mich legte und mich an sich zog und festhielt, bis die Tränen nachließen. Dann ging er und sperrte mich ein. Fünf Uhr morgens, draußen fiel der Regen in der dunklen Kälte. Er rasierte sich und sah sich plötzlich selbst, einen Anblick so unerwartet, dass ihm ein Schauer über den Rücken lief. Er sah im Spiegel seinen ganzen Körper, sein Gesicht, nicht das Gelb-Blau seines geschwollenen Auges, sondern sich, die buschigen Augenbrauen, die leicht hakenförmige, nicht ganz gerade Nase. Er sah das Grau an den Schläfen. Er sah, dass seine Schultern nicht mehr so breit waren wie früher. Er sah die leichten Rundungen am Bauch und an der Hüfte, etwas Weiches. Er sah seine Beine, deren lange Muskeln nicht mehr so ausgeprägt waren. Er sah den Zahn der Zeit. Er sah sich. Er konzentrierte sich auf den Rasierschaum, dauchte den Rasierer ins Wasser, ließ sich vom Rhythmus, von den gewohnten Handlungen ablenken, ließ den Körper im Wasserdampf der Dusche verschwinden, spürte das Waschbecken, trocknete sorgfältig mit einem Handtuch das Gesicht, zog einen Trainingsanzug an. Er wollte keine Musik hören. Hobe Beneke, die seine Musik gehört und gesagt hatte, sie sind ein seltsamer Mensch von Herden. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte er sich selbst durch den Widerspruch definiert, ein Bulle zu sein, der Mozart hörte. Das war vorbei. Er schaltete das Licht im Wohnzimmer aus und zog den Vorhang auf, sah durch den Regen auf das große Haus, spürte die Kälte. In den Bergen würde es schneien. Das Licht auf der Veranda seiner Mutter brannte. Für ihn. Wie immer. Seine Mutter, die niemals gesagt hatte, reiß dich zusammen. Sie hätte es sagen sollen, unzählige Male. Jeden Tag hätte sie es ihm sagen sollen. Aber alles, was er von ihr bekam, war ihre Liebe. Ihre Augen hatten ihm gesagt, dass sie verstand, auch wenn sie nichts wusste. Auch wenn sie einen Scheißdreck wusste. Nur zwei Menschen wussten es. Nur zwei. Er und... Er sah hinüber. Dort das große Haus seiner Mutter. Hier sein kleines Cottage, sein Zufluchtsort, sein Gefängnis. Er riss den Vorhang zu, schaltete das Licht ein, setzte sich in den Sessel, lehnte sich zurück und schloss die Augen. Regen schlug gegen das Fenster. Seit zwei Uhr war er wach. Die fieberige, unwirkliche, künstliche Euphorie der Schlaflosigkeit hatte ihn wieder heimgesucht, weil er nüchtern zu Bett gegangen war und weil ihm heute bevorstand, dass er... Sein Herz schlug schneller. Oh Gott, das nicht auch noch. Langsam atmete er aus, entspannte die Schultern, entließ die Spannung. Langsam ein, langsam ausatmen. Stetig verlangsamte sich sein Herzschlag. Das erste Mal war es urplötzlich gekommen, vor fünf Jahren, im Winter. Niedrig hängende Wolken saßen seinem Wagen, als sein Herz völlig außer Kontrolle zu rasen begann. Es pochte und pumpte und galoppierte in seinem Brustkorb und die Wolken drückten sich auf ihn. Schneller, immer schneller. Und er wusste, dass er nun abkratzte, Herzinfarkt. Kein Herz konnte so schnell schlagen. Es war kurz nach der Sache mit Nigel, einen Monat oder so nach der Sache mit Nigel. Und er war auf der N7 unterwegs und wusste, dass er sterben würde. Er hatte Angst und war überrascht, weil er sterben wollte, aber nicht jetzt. Seine Hände zitterten und sein ganzer Körper wurde durchgerüttelt. Laut sprach, brabbelte er vor sich hin, nein, 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 langsam, langsam, nein, nein, und zwang seinen Atem durch die Lippen Geräusche, seltsame Geräusche, durch die alles langsamer wurde, und dann langsam, ganz allmählich, ging es wieder vorüber. Es geschah erneut, an anderen Tagen, jedes Mal, wenn es regnete und die Wolken tief hingen. Bis in die Angst zum Arztrieb. Panikattacken. Gibt es etwas in Ihrem Leben, worüber Sie sprechen möchten? Nein. Ich würde Sie gern zu einem Psychologen überweisen. Schob das weiße Blatt Papier mit der schwarzen Tinte über den Tisch, fürsorglich. Mit der glatten, simulierten, geübten Fürsorge, die Sie jedem Patienten auftischen konnten, wenn es die Situation erforderte. Er hatte das weiße Blatt Papier zusammengefaltet und in seine Tasche gesteckt. Es draußen wieder herausgenommen und zusammengeknüllt dem Nordwestwind übergeben. Er hatte ihm noch nicht einmal nachgeblickt und gesehen, was mit ihm geschah. Und die Panikattacken kamen und gingen. Das Wissen, es benennen zu können, half ihm ein wenig, es besser zu kontrollieren. Gibt es etwas in Ihrem Leben, worüber Sie sprechen möchten? Und dann, mit den Monaten, die wie verschämte Schatten vorüberzogen, wurden sie immer weniger, bis sie überhaupt nicht mehr kamen. Bis jetzt. Und er wusste warum. Thiel. Es würde alles wieder hochkommen. Wie viele Polizisten hatte Colonel Willi Thiel mit seinem Taktgefühl, das schier unerschöpflich schien, schon getröstet? Scheiße, wie hatte er, umgeben von seiner Mutter und Thiel und all den anderen mitfühlenden Blicken, es überhaupt geschafft, das alles unter Verschluss zu halten? Nur äußerst schwer. So hatte er es geschafft. Äußerst schwer. Mit viel Aufwand. Aber man gewöhnte sich daran. Irgendwann gewöhnte man sich daran. Er stand auf, machte Kaffee. Was war heute Morgen mit ihm los? Es war kurz vor sechs Uhr, eine sichere Zeit. Sechs Uhr war fast immer eine sichere Zeit. Wenn er zwischen zwei und drei Uhr wach lag, das war die gefährliche Zeit, die Zeit des Kampfes. Es lag daran, weil er die letzten beiden Nächte nüchtern zu Bett gegangen war. Wasser in den Wasserkocher. Kaffee in die Tasse. Kaffee, starken, starken Kaffee. Er schmeckte bereits jetzt das volle Aroma. Vielleicht sollte er Don Giovanni auflegen. Ein wahrer Leckte-Mich-am-Arsch-Typ, selbst wenn er in die Hölle hinabsteigt. Er suchte nach der CD, legte sie ein, drückte auf den Knopf, übersprang die Overtüre. Don Giovanni, erfüllt von großkotziger Tapferkeit, auf dem Weg zu seinem ersten Mord. Noch haftete an ihm der Geruch seines Samens, auf dem Weg zu seinem ersten Mord, seinem einzigen Mord. Mozart, Mozarts Testosteron-geschwängerte Noten, seine Leck-mich-am-Arsch-Noten. Das Wasser kochte. Er goss es in die Tasse, stand in der Küche und nippte an der schwarzen, aromatischen Flüssigkeit. Sah die Spaghetti. Er brauchte heute Abend nicht zu kochen, er konnte Reste essen. Er hatte heute Morgen seinen Körper gesehen. Cara Anne Rousseau hatte ihn zum Abendessen eingeladen, heute Abend. Er musste sich heute mit Willie Thiel treffen und alle Erinnerungen in seinem Kopf würden wieder hochkommen. Warum wollte sie ihn zum Abendessen einladen? Ich habe ein paar Leute zu Besuch. Nein, danke, hatte er geantwortet. Ich weiß, das kommt sehr kurzfristig, hatte sie mit ihrer cremigen Stimme gesagt, enttäuscht. Aber wenn Sie schon was anderes vorhaben, dann kommen Sie doch etwas später vorbei. Und gab ihm eine Adresse, irgendwo in der Nähe des Bergs. Wozu? Er setzte sich wieder in den Sessel, legte seine nackten Füße auf den Beistelltisch, drückte die Tasse gegen die Brust, schloss die Augen, die Kälte kroch über ihn. Wozu? Er lauschte der Musik. Vielleicht sollte er die Nummer anrufen. Nein. Als Hope Benneke erwachte, dachte sie an Van Herden. Ihr erster Gedanke galt Van Herden. Es überraschte sie. Sie schwang die Füße aus dem Bett. Das Nachthemd umhüllte warm und weich ihre Haut, ihren Körper. Zielstrebig ging sie ins Bad. Sie hatte viel vor. Die Samstage. Und musste sie nutzen. Er rief die Nummer an. Die Stimme der Liebe. Guten Morgen. Hallo, sagte er. Hallo, Süßer. Was kann Monique für dich tun? Worauf hast du Lust? Willst du mir was Schweinisches erzählen? Nein. Soll ich dir was Schweinisches erzählen? Nein. Soll ich dich fragen, was du mit mir anstellen willst? Nein. Gut. Was willst du also, Süßer? Schweigen. Komm schon, Süßer, die Einheiten rasseln durch. Ich will, dass du was Nettes sagst. Oh Gott, du wieder. Ja. Ist schon eine Weile her. Ja. Ja. Ich mach nichts Nettes, Liebling. Das hab ich dir doch schon oft gesagt. Ja. Bist du sehr einsam? Ja. Armer Kleiner. Ich muss los. Das musst du immer, Süßer. Er legte auf. Armer Kleiner. Meine Jungfräulichkeit verlor ich schließlich im Frühsommer meines Abschlussjahres. Ich weiß nicht, wie wichtig diese Versatzstücke sind, sollten sie daran interessiert sein, das Puzzle meines Lebens zusammenzusetzen. Es war nicht so, dass ich eine unstillbare Leidenschaft für ältere Frauen entwickelte. Aber zumindest war es der Beginn von Mozart, Essen und Dichtung und vielleicht ein langsamer Abschied von der Louis-Lamour-Phase meines Lebens. Es war ein Anfang. Was ich in diesen Jahren über Dichtung wusste, war das, was man uns in der Schule beigebracht hatte. Und wie Sie sich vorstellen können, gehörten Bette-Wandracks Gedichte nicht zum vorgeschriebenen Kanon des Unterrichtsministeriums. Da viele der Freunde meiner Mutter sehr bekannt waren, hatte ich keine konkrete Vorstellung von der Reichweite ihres Ruhms. Jedenfalls erst, als sie ihren dritten Gedichtband »Körpersprache« veröffentlichte, wurde von den Sonntagszeitungen deswegen eine Menge Staub aufgewirbelt. Aber da hatte ich bereits meine Polizeiausbildung beendet. Sie war zum Zeitpunkt des großen Ereignisses etwa Ende 30. Groß, ihr Körper war nicht mehr jung, ihre Hüften breit, die Beine muskulös, die Brüste üppig, das Haar lang und dicht und schwarz und ihre Augen wirkten fast fernöstlich, die Augenwinkel nach unten gezogen. Und ihre Haut war ein dunkles, makelloses, reines Firmament. Aber erst später speicherte ich diese Details in meinem Gedächtnis ab. Denn über die Jahre hinweg gehörte sie einfach zu den Wochenendgästen aus Johannesburg, ein weiteres Mitglied des Freundeskreises meiner Mutter. Ein Freitagabend in Stilfontein. Die Zeit, in der etwas freigesetzt wurde. Der kollektive Seufzer der Erleichterung von 10.000 Bergleuten war fast mit den Händen zu greifen. Er verlieh der Stadt eine gewisse Atmosphäre, eine Energie, die sich geflissentlich auf das strapaziöse Tun konzentrierte, es sich gut gehen zu lassen. Meine Mutter war in Kapstadt. Und ich saß auf der in der Dunkelheit liegenden hinteren Veranda und sinnierte über den Freitagabend, den ich allein ohne Verabredung verbringen sollte. Ich saß nur da, wie es Teenager manchmal tun, saß in einem Klappstuhl und starrte in die Dunkelheit, nahm vage und desinteressiert die Geräusche aus der Küche wahr, in der sich Betta Wandrak aufhielt, die zu jenen Gästen gehörte, die an den Wochenenden Mutters mangelndes Interesse an den kulinarischen Künsten kompensierte. Ich kann mich nicht erinnern, wie spät es war, aber es war bereits dunkel. Irgendwo wummerte der tiefe Bass von Deep Purple's Smoke on the Water und dröhnte gegen Radio South Africa's Kanzatina-Klapp an, der aus einer anderen Dezibel geschwängerten Richtung ertönte. Sicherlich waren Autogeräusche zu hören, Insekten, das Geplärre von kleinen Kindern, die irgendwo auf der Straße unter den Laternen Cricket spielten und denen ein Mülleimer als Ricket diente. Ich saß nur da, bis ein neues Geräusch, verstohlen, fast nicht hörbar, mich erreichte, verblüffend war ich erst, schleppend. Ich konnte es zunächst nicht identifizieren, ein Geräusch, das ich bewusst aus all den anderen Instrumenten der frühabendlichen Sinfonie herausfiltern musste, ein musikalisches Fragezeichen, ein Schallrätsel, das meine Ohren neckte und irgendwo eine primitive Gehirnzelle stimulierte. Stetig wurde es lauter. Kurzer, sprunghafte Schreien, ein Ausrufe, rhythmisch, fleischlich und voll tiefer Lust, bis ich sie einordnen konnte, bis die Töne vor meinen Augen ein Bild entstehen ließen, bis eine wunderbare Einsicht mich erfüllte. Baby Manowick. In ihrem Garten. Fickend. Alfresco. Die Erkenntnis wuchs, langsam und dramatisch. Gebrochen von einem Kaleidoskop an Perspektiven. Jemand tat mit dem Objekt meiner Fantasien, wonach ich mich so lange gesehnt hatte. Ich verspürte Eifersucht, Neid, Hass. Sie hinterging mich. Aber ich verspürte auch den bezaubernden, verhexenden Rausch ihrer Wonne, ihres völligen Vergessenseins gegenüber dem, was sie tat. Das Tempo und die Tonhöhe, jedes Ah stieg leicht an, ein Liebesbolero, ein Tanz der puren, silbrigen Lust, weiter und weiter im vollkommenen Rhythmus, eine Frau völlig versunken im intensiven Erleben ihres Körpers. Ich weiß nicht, wie lange Berta Wandrak in der Küchentür gestanden hatte. Ich nahm sie nicht wahr. Meine Hand steckte in meinen Shorts und massierte gedankenlos, instinktiv die drängende Reaktion meines Körpers auf die sexuelle Symphonie. Meine Ohren ausschließlich auf die sich wiederholenden Geräusche hinter dem Gartenzaun gerichtet. Ah, ah, ah! Und dann kroch rhythmisch ein neuer Ton in die Laute, anfangs kontrapunktisch am Ende jeder A-Zeile, später ein integraler Bestandteil von Babymanewicks Liebeslyrik. Ah, ah, oh, ah, ah, oh. Jetzt laut und unverschämt. Etwas geschah in meinem Kopf. Ein neuer Höhepunkt der Geilheit. Ein unbekannter Gipfel des Verlangens, sodass ich, versunken, verloren und nur noch darauf konzentriert, mit geschlossenen Augen unverhohlend auf der hinteren Veranda masturbierte. Später erzählte mir Berta Wandrak, dass dies eine der erotischsten Szenen gewesen sei, die sie jemals erlebt hatte. Sie fügte an, sie müsse um Verzeihung bitten, sie hatte nicht das Recht gehabt, in meine Privatsphäre einzudringen. Doch war es ihr nicht möglich gewesen, sich zurückzuziehen, sich von den Geräuschen und der Szene vor ihr auf der Veranda zu lösen. Mit einem Holzlöffel in der Hand, eine Küchenschürze umgebunden, so kniete sie sich neben meinen Klappstuhl, schob sanft meine Hand weg und nahm mich in den Mund. Es wäre sehr arrogant. Wenn man glauben wollte, durch Worte ließen sich die Überraschung, der Schock und die Beglückung beschreiben. Es ist nicht nötig, das, was folgte, im Einzelnen wiederzugeben. Ich möchte mich an die hervorstechenden Merkmale dieser Wasserscheide in meinem Leben halten. In jener Nacht und den ganzen Samstag und einen Großteil des Sonntags führte mich Beta Wandrak mit Geduld und Wohlwollen in die Welt des Hedonismus ein. Erster Sex. Langsam verwandelte sie mein jugendliches Ungestüm und meinen unstillbaren Durst in Geduld und Beherrschung. Sie offenbarte mir die Geheimnisse des Frauenkörpers, unterrichtete mich in den kleinen und großen Freuden der Frauen, korrigierte sacht meine Fehler, belohnte reichlich meine Erfolge. Irgendwann mitten in der Nacht des Samstags, nach einer langen Lektion in oraler Befriedigung, stand sie auf und holte Schreibmaterial, setzte sich ohne Scham mit gekreuzten Beinen auf das Bett, während ich ihr zusah, und schrieb das Gedicht für Zett, das später Teil des skandalösen Bandes wurde Cunilingua Franca. Deine Zunge. Deine Zähne. Weiches Zischen in der Kehle. Reibe laut. Dein Atem, deine Lippen. Körpersprache, verräterisches Wippen. Flattern. Stottern. Verschlusslaut. Dazwischen Mozart. In der ersten Nacht legte sie das zweite Violinkonzert auf und summte gelegentlich, zitternd, mit aufwärtsstrebenden Hüften die Melodie mit, ohne auch nur im geringsten aus dem Takt zu geraten. Daneben das Fagottkonzert und eines der Hornkonzerte, bei das sie einen zweideutigen Kommentar abgab, worauf ihr tiefes, selbstzufriedenes Lachen folgte. Das Violinkonzert Nummer 5 und das Klavierkonzert Nummer 27. In den Stunden der Erholung zwischen den Orgasmen und der nächsten Erregung erzählte sie mir von Wolfgang Amadeus, vom kleinen Genie mit dem dreckigen Mundwerk und der wunderschönen Musik, den heimlichen Liebesaffären zwischen den Konzerten, der Vollendung jeder Note. Während dieses Wochenendes schaffte sie es, dass ich seine Musik mein Leben lang mit Freudentaumel und Ekstase verbinden würde, mit der höchsten Stufe der Existenz, dem menschlichen Potenzial, sich der Vollendung nähern zu können, auch wenn dies für die meisten unter uns jenseits des Erreichbaren liegen würde. Und sie kochte, nur mit einer Schürze bekleidet. Natürlich hatten wir unsere Briefträgersitzung auf dem Küchentisch, doch trug sie die Erotik des Essens auch in andere Dimensionen. Dazwischen sprach sie von kulinarischen Dingen, vom Essen, von der Sinnlichkeit, der Kunst. Das ist die Wiege unserer Zivilisation. Unsere Kultur begann am Herdfeuer unserer prähistorischen Vorfahren. Dort lernten wir uns in die Gemeinschaft einzufügen und zu kommunizieren. Und wenn nur noch die Glut des niedergebrannten Feuers schwelte, legten sie sich im Wohlgefühl des gefüllten Magens in den schwachen, flackernden Schatten zur Liebe hin, erzählte sie mir, während wir im Kerzenlicht mit unwiderstehlichem Hunger ihre kulinarischen Kreationen verspeisten. Ah, sie war klug. Das erste Gedicht, das sie mir vorstellte, war Van Vuc Luz' Ballade von den nächtlichen Stunden, in der die kurze Zeit trunkener Leidenschaft heraufbeschworen wird und die erotischen und dennoch traurigen Einzelheiten dieser Leidenschaft, die bis zum Tagesanbruch hält, wenn der Morgen, in der Stunde des dunklen Dursts, die Menschen über den Rand seines Glases spült. Während ich auf ihr lag, leer und verschwitzt, nach einem weiteren Höhepunkt, flüsterte sie mir es ins Ohr. So leise, dass ich mich darauf konzentrieren musste. Und als ich es hörte, tat sie mir eine neue Welt auf. Die Worte nahmen Bedeutung an und zum ersten Mal wahrscheinlich wurde mir bewusst, was Kunst wirklich bedeutete. Sie erzählte mir, dass Sex immer so sei. Die postcoitale Depression war der Fluch der Männer. Sie erzählte mir von den Franzosen, die den Orgasmus den kleinen Tod nannten. Sex aber, den man mit der Liebe seines Lebens hatte, die einzige Ausnahmedarstelle, das Heilmittel, die Fluchtleiter. Das alles hinterließ großen Eindruck bei mir. Ich trug ihre Worte mit mir als weiteren Reiseführer auf meiner Suche nach der einzigen großen Liebe, die die Liebesbeziehung meiner Eltern und Bette Wandraks Weisheiten vorhergesagt und versprochen hatten und die, wie ich später glaubte, das Leben mir einfach schuldete. Mir war nicht bewusst gewesen, dass der dunkle Durst zur Kristallkugel meines Lebens werden sollte. Ich wusste nicht, wie endgültig, wie bestürzend der Morgen meines Lebens mich wie ein Stück Treibgut über den Rand spülen sollte. Doch das lag noch in ferner Zukunft. Sehr viel früher, fast unmittelbar darauf, ereignete sich die letzte große Begebenheit meiner Jugend, die das Schicksal so beiläufig als Umweg für mich geschaffen hatte. Denn kaum eine Woche später wurde Baby Manowig auf grausame und spektakuläre Weise ermordet. Superintendent Leonard Sprosse-Villion war eine lebende Legende. Und er war der lebende Gegenbeweis zu der medizinischen Tatsache, dass zu viele K.O.-Schläge im Boxring bleibende Gehirnschäden hervorrufen könnten. In seinem Büro des südafrikanischen Drogendezernats hingen vier Fotografien. Die erste zeigte ihnen Kämpferpose. Sie war vor Jahren aufgenommen, als er noch ein junger Mann war, und nur die Haut um die Augen leichte Gewebsschäden und die Nase anatomische Defekte aufwies, die allerdings zu vernachlässigen waren. Was den Blick des Betrachters allerdings auf sich zog, war Villions Muskelmasse. Ein Körper, der bis zum höchsten Punkt der körperlichen Leistungsfähigkeit durchtrainiert war. Auf den anderen drei Fotografien lag der junge, muskulöse Villion flach auf dem Rücken. Jedes Mal stand ein anderer Boxer über ihm und regte triumphierend die Arme in die Luft. Die drei freudig erregten Boxer waren die Schwergewichtler Kalli Knöze, Gary Kotze und Mike Schutte, unsere großen weißen Hoffnungen, in dieser Reihenfolge von links nach rechts. Diese K.O.-Galerie war als die Dreizehner bekannt. Villions, für einen Boxer überaus cleveres Wortspiel, denn alle drei Kämpfe waren auf zehn Runden angesetzt, in jedem aber bekam er das Zehn des auszählenden Ringrichters bereits vor der zehnten Minute zu hören. Unter den Fotos, hinter einem Schreibtisch, saß ein Mann, dessen Gesicht wie ein Schlachtfeld aussah, dessen Körper sich aber, im Alter von 54 Jahren, in bester Verfassung befand. Um als Schwergewichtler nach oben zu kommen, musste die Leiter bis ganz nach oben steigen. Ich schätze mich glücklich, dass ich für viele erfolgreiche Boxer eine Sprosse auf dieser Leiter war. So die selbstironischen Worte, die man im ganzen Land in den Polizeipaps hörte, sobald Villions Name erwähnt wurde. Daher rührte auch sein legendärer Spitzname. Ich kenne Sie, sagte Sprosse Villiöhn, als Van Herden am Samstagmorgen an den Türrahmen klopfte. Er trat ein und streckte die Hand aus. Nein, sagen Sie es mir nicht. Er fuhr sich mit der Pranke über das vernarbte Gesicht, als wollte er Spinnweben wegwischen. Van Herden wartete. Ich muss nur das Gesicht einordnen. Er wollte nicht, dass man ihm auf die Sprünge half. Haben Sie geboxt? Nein, Superintendent. Unwillkürlich ging seine Hand zum Auge. Nennen Sie mich Sprosse. Ich gebe es auf. Wer sind Sie? Van Herden. Sie waren früher beim Morddezernat. Ja, Superintendent. Einen Moment, einen Moment. Silber, der scheißkalte Joubert's Frau erschossen hat. Waren wir da nicht gemeinsam in der Sonderkommission? Genau. Dachte ich es mir doch, dass Sie mir bekannt vorkommen. Was kann ich für Sie tun, Kollege? Ich arbeite mittlerweile für eine Anwaltskanzlei. Ein wenig die Wahrheit manipuliert, um keine Kommentare über Privatdetektive zu provozieren. Wir ermitteln in einem Fall, der einige Jahre zurückreicht. Anfang der 80er. Es könnten Drogen mit im Spiel gewesen sein. Und wenn man etwas über Drogen erfahren möchte, so hört man, soll man Sprosse Villiöhn fragen. Ha! sagte Villiöhn. Schmeichelei! Funktioniert immer. Nehmen Sie Platz. Van Herden zog den alten Stuhl heraus und setzte sich auf die abgenutzte Ledersitzfläche. Wir vermuten, dass 82 oder 83 eine große Transaktion abgewickelt wurde, bei der amerikanische Dollar im Spiel waren, Superintendent. Ein Sprosse. Er nickte. Ich fürchte, damit sind wir mit unseren Informationen schon am Ende. Villiöns Stirn runzeln, schnitt entlang der Narben um seine Augen tiefe Striemen. Ja, und was wollen Sie von mir? Ein wenig spekulieren. Nehmen wir einmal an, 1982 wurde ein großer Drogenhandel abgezogen. Nehmen wir weiterhin an, es ging um Dollar. Wer könnten in jener Zeit die Spieler gewesen sein? Was hätten Sie geschmuggelt? Und wo sollte ich zu suchen beginnen, wenn ich das vorhätte? Scheiße, sagte Sprosse Villiöhn und fuhr sich mit der Hand und seinen gebrochenen Knöcheln erneut übers Gesicht. 1982? Irgendwann zu der Zeit. Amerikanische Dollar? Ja. Die Dollar sagen noch gar nichts. Das ist die Standardwährung bei solchen Geschäften. Überall auf der Welt. Sagen Sie mir lieber, waren Chinesen verwickelt? Taiwanesen? Das weiß ich nicht. Könnte aber sein. Der Tote, um den es in dem Fall geht, ist ein 42-jähriger Weißer aus Dörbenville. Ein Afrikaner namens Johannes Jacobus Smith. Wahrscheinlich ist das nicht sein richtiger Name. Das Alter sollte mehr oder weniger stimmen. Der Tote? Wie wurde er zu einem Toten? Ein Schuss in den Hinterkopf aus einer amerikanischen M16. Mhm. Wann? Am 30. September letzten Jahres. Mhm. Von Herden wartete. Mhm. Eine M16. Ja. Kenn ich nicht. Nougat O'Grady sagt, das ist ein amerikanisches Sturmgewehr. Die Chinesen nehmen lieber kleinere Dinger. Aber man weiß ja nie. Auf welchen Wegen kamen die Chinesen mit ins Spiel? 1980 gab es nur wenige Routen. Die erste kam aus Thailand. Vor allem Heroin, wenn es um viel Geld in Dollar gehen soll. Sie führte über Indien und Pakistan, manchmal über Afghanistan und dann durch den Nahen Osten, über vier, fünf verschiedene Mittelsmänner nach Europa. Die zweite aus Mittelamerika, das gerade angefangen hatte, sein eigenes Ding aufzuziehen, über den Golf von Mexiko nach Texas und Florida. Aber wenn es um uns gehen soll, dann dürfte es wahrscheinlich über die andere Route gelaufen sein. Vermutlich Heroin aus dem goldenen Dreieck, das nach Taiwan und den fernen Osten geliefert wurde. In jenen Jahren wuchsen die taiwanesischen Triaden, langsam aber sicher, zu den großen Lieferanten für Südafrika heran. Aber wir waren nie ein großer Markt. Viel zu wenig Leute, die sich Drogen leisten könnten. Wenn Sie mich fragen, könnte es sich um einen Exportdeal gehandelt haben. Marihuana vielleicht. Oder importiertes Mandrax. Spielt dabei keine Rolle, was es war. Die Summen könnten sich kaum auf mehr als eine Million Dollar belaufen haben. Warum? Wir sind ein sehr kleiner Fisch in einem sehr großen Ozean von Erden. Wir sind am Arsch der Welt, in der Drogenwüste. Verglichen mit dem Handel in Europa oder in den USA sind wir noch nicht mal eine Warze auf der hässlichen Fratze des internationalen Drogenhandels. In den 80ern waren wir sogar noch kleiner. Dieser Kerl hat sich einen begehbaren Safe gebaut. Er ist zu klein für Raketen und zu groß für einige hunderttausend Dollar in Scheinen. Er musste etwas besessen haben, was er dort aufbewahren wollte. In Durbanville? In Durbanville. Scheiße. Sprosse legte den Arm hinter den Kopf und sein Bizeps schwoll beeindruckend an. Was ist mit Diamanten? Habe ich auch schon dran gedacht. Er importierte Antikmöbel aus Namibia. Es würde also passen. Aber Steine sind zu klein. Aber wertvoll. Viele Dollar. Unmöglich. Durbanville hört sich für mich eher nach Steinen an. Drogen sind nicht unbedingt die Sache der Buchen. Aber zeig einem weißen Afrikaner einen Diamanten. Das liegt uns im Blut. Ein gutes Argument, das war nicht zu leugnen. Aber er wollte sich jetzt nicht ablenken lassen. Sein Schlafmangel stellte sich zwischen ihn und den völlig neuen Gedankengängen. Er wollte an Drogen festhalten. Den Päckchen mit dem weißen Pulver, die seiner Vorstellung nach ordentlich aufgereiht in den Regalen, im Safe gelegen und Jan Smiths Versteck so fein gefüllt hatten. Nehmen wir einfach einen Moment lang an, es waren Drogen. Wer hatte in jenen Jahren hier das Sagen? Zum Teufel von Herden. Die Hand über das Gesicht ein seltsamer, unbewusster Manierismus. Sam Ling, die Fu-Brüder. Silver, schon lange her. Wo finde ich Sam Ling? Villiöhn lachte, ein rasselndes, schleimerschütterndes Geräusch. Die Lebenserwartung dieser Jungs ist nicht unbedingt so, dass sich Versicherungsvertreter um sie prügeln. Ling, sagt man, wurde im Hafen den Fischen zum Fraß vorgeworfen. Die Fu-Brüder wurden 87 in einem Bandenkrieg erschossen. Und was mit Silver geschah, das wissen sie ja. Sie jagen Schatten hinterher. Es hat sich alles verändert. Fast 20 Jahre ist das jetzt her. Und wenn es um Steine geht, mit wem sollte ich dann reden? Villiöhn verzog langsam die Mundwinkel zu einem Lächeln. Sie könnten es mit den Polizisten des Gold- und Diamantendezernats versuchen. Aber an ihrer Stelle würde ich dem Gaul einen Besuch abstatten, das heißt, wenn sie am Eingangstor vorbeikommen. Dem Gaul? Sagen Sie mir nicht, Sie hätten noch nie etwas von Ronald van der Merve gehört. Ich war in den letzten Jahren etwas abseits vom Schuss. Anscheinend, denn es gab wohl keinen Polizisten südlich des Oranje, der sich nicht das Maul über Ronny zerriss. Und wenn Sie mich zitieren wollen, werde ich sagen, Sie lügen wie gedruckt. Von Herden nickte. Villiöhn strich sich mit der Handfläche über das Gesicht, langsam, von der Stirn zum Kiefer. Ob er dadurch vielleicht seine zerschundene Haut heilen wollte, überlegte van Herden. Ronny, ein bunter Hund, groß, war jahrelang in der Diamantenabteilung und spricht jeden mit Gaul an. Begrüßt jeden mit, hey, alter Gaul. Mag große amerikanische Sportwagen, fuhr einen Trans-M, als er noch Sergeant war. Und jeder wunderte sich, wie er sich den leisten konnte. Man tuschelte. Aber seine Verhaftungsquote war gut. Sehr gut. Später war er Captain. Und vor etwa zwei Jahren hat er gekündigt. Und man erzählt sich, er hätte sich am Sunset Beach ein Haus gekauft. Eine Burg mit drei Garagen und einer hohen Mauer mit elektronischen, ferngesteuerten Toren. Und jetzt kennt er keinen Polizisten mehr. Van Herden sagte nichts. Man sagt, er habe das Große losgezogen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Einsam? Die wunderschöne Natascha hört dir zu. Ruf an. 3-8-6-5-5-5-5-5-5. Er fuhr auf der N1 aus der Stadt, dann auf der N7 nach Norden. Die Sonne brach durch die Wolken, das Grün, das nassen Kap schimmerte im hellen Licht. Sein Gehirn tanzte den unrhythmischen Tanz der Schlaflosen. Seine Gedanken sprangen hin und her, unkonzentriert, flach. Es würde ein langer Tag werden. Eine seichte Müdigkeit durchzog seinen Körper. Warum hatte er die verdammte Nummer wieder angerufen? Er wusste, die Demütigung würde in ihm brennen wie zuvor. Warum hatten sie ihm den beschissenen Werbezettel unter den Scheibenwäscher geklemmt? Und auch eine große Lüge. Eine weitere große Lüge wie alle anderen, die das weltweite Netz der Täuschungen vergrößerten und enger schnürten. Dieses erste Mal, oh Gott, mit wie vielen Erwartungen, in welch großer Einsamkeit hatte er die Nummer angerufen. Weil Natascha dir zuhört. Und er doch mit jemandem reden musste. Er wollte mit jemandem reden. Jemand musste ihn umarmen, denn auch nur mit Worten. Jemand musste sagen, du bist okay, Seth. Du bist okay, von Herden. Aber er war es nicht. Er war schwach, aber Dreck. Er war selbst eine so große Lüge wie Natascha und der Rest der beschissenen Menschheit. Er seufzte. Und Johannes Jakobus Smith? Was zum Teufel war seine Lüge? Seine Täuschung? Er wusste, sein Gedankensprung von einem Fetzen, einer Dollarbanderole zu einem begehbaren Safe war ziemlich groß. Zu groß. Aber warum baut man sich einen solchen Safe, wenn man ein anständiger, gesetzestreuer Bürger ist? Dann baut man sich vielleicht einen kleinen Waffen- oder Juwelen-Safe. Gesetzestreue Bürger machen sich nicht die Mühe, ihren Personalausweis fälschen zu lassen. Smith, oder wie auch immer er heißen mochte, war jemand, der vieles zu verbergen hatte. Wer war er? Und was zum Teufel war in diesem Safe gewesen? Keine Steine. Steine sind zu klein. Steine sind heiße Ware. Bekommt man sie, schlägt man sie schnell wieder los. Man sammelt sie nicht in einem kleinen Raum mit einer Stahltür. Keine Drogen. Drogen waren nicht das Spiel der Buren. Keine Waffen. Waffen waren zu groß. Dokumente. Dollar? Dokumente. Was für Dokumente zum Teufel? Geheime Dokumente. Geheim. Weiß Gott, dieses Land birgt so viele Geheimnisse, dass man damit ein ganzes Lagerhaus füllen könnte. Dokumente über Tod und Folter. Chemische und nukleare Waffen, Raketen und Todeslisten und Geheimoperationen. Dokumente der Täuschung. Die Menschen täuschten einander auf nationaler und internationaler Ebene. Die große Täuschung. Wichtige Dokumente. Dokumente, die andere dazu veranlassen, mit einem Sturmgewehr und einem Schweißbrenner einen Mord zu begehen? Dokumente. Aber der Zeitpunkt, zu dem sich Smith eine neue Identität verschaffte und seine Geheimnisse versteckte, passte nicht. Wäre Smith beim Geheimdienst oder dem BSB oder MI oder einer anderen Institution mit einem heillosen Kürzel gewesen, wären die 90er eine gute Zeit für eine neue Identität gewesen. Aber nicht Anfang der 80er. Dokumente. Eine M16 und ein Schweißbrenner. Keiner der üblichen Fälle, in denen ein Weißer umgebracht und seinen Fernseher geklaut wurde. Auf dem Moderdamm-Autobahnkreuz nach Butasig. Mittelklasse-Gegend. Polizisten vor Ort. Dunkel erinnerte er sich an den Weg, fand ihn auf Anhieb. Mike de Villes Haus. Er hielt in der Straße, ging zum Eingang. Der Garten war schlicht. Nett. Er klopfte an die Tür, wartete. Mikes Frau öffnete. Er kannte ihn nicht. Ausladender Körper mit watschelndem Gang. Geschirrtuch in der Hand. Ist Mike da, Mrs. De Ville? Breites Lächeln, ein Nicken. Ja, er ist hinten, beschäftigt. Kommen Sie rein. Streckte ihre Hand aus. Eine Frau, die sich in ihrem Heim wohlfühlte. Geht's Ihnen gut? Ja, danke. Er folgte ihr. Das Haus glänzte und blitzte und roch nach Putzmittel, frisch gewaschene Wäsche auf dem Tisch, hinaus zur Hintertür. Mike de Ville stand hinten im Hof, einen Schraubenzieher in der Hand, neben ihm ein Rasenmäher, trug seinen blauen Polizei-Overall. Auf seinem kahlen Kopf schimmerte das Sonnenlicht. Er blickte auf, sah von Herden, zeigte keinerlei Gefühlsregung, wechselte den Schraubenzieher an die linke Hand, wischte sich die rechte am Overall ab, streckte sie ihm entgegen. Captain? Das bin ich nicht mehr, Mike. Superintendent? Ich bin nicht mehr bei der Polizei, Mike. De Ville nickte nur. Er war nie in der Position gewesen, die es erlaubt hätte, Fragen zu stellen. Der niedrigste aller Officer. Kaffee? Fragte Martha von der Küchentür aus. Mike wartete auf Van Herden. Das wäre nett, sagte er. Noch immer in der Waffenkammer, Mike? Ja, Captain. Alte Gewohnheiten, die Augenlider, die beim Blinzeln von unten nach oben gingen, wie bei einer Echse. Setzen wir uns doch. Er legte den Schraubenzieher in den Werkzeugkasten und ging zu den weißen Plastikmöbeln, die unter einem Pfefferbaum standen. Jeder Stuhl quadratisch, sauber. Im Sonnenlicht, genau an seinem Platz. Ich arbeite an einem Fall, Mike. Die Augen blinzelten wie immer, wie vor vielen Jahren. M16. Sie setzten sich. Sturmgewehr, sagte Mike De Ville. Er schloss die Augen. Wie viele Jahre war es her, dass er diese Geste in der Waffenkammer zum ersten Mal gesehen hatte, nachdem Natchel ihm gesagt hatte, Ich zeige dir die größte Geheimwaffe der Polizei. Und sie in die Waffenkammer gegangen waren und nach Mike De Ville gesucht und den Mann mit Fragen über Waffen gefüttert hatten wie einen Computer und vor ihm standen und zusahen, wie sich hinter den geschlossenen Augen das Uhrwerk in Bewegung setzte und die gewünschten Informationen ausspuckte. Präzise und systematisch. Und manchmal auch hier, in diesem Haus, wenn Natchel mit seinem schlanken Körper und seiner tiefen Stimme Martha zum Lachen brachte. Und dann das Ritual. Du bist eine Geheimwaffe, Mike. Und sich dessen Wissen zu nutzen machte und dann wieder ging wie ein Seemann, der sich schnell mal einer Hure bediente. Er hatte sich dabei immer etwas unwohl gefühlt und gefragt, was De Ville sich wohl dabei dachte. Falls er sich etwas dabei dachte. Der Fall Smith, sagte De Ville. Sie haben davon gehört? Ein fast unsichtbares Nicken. Haben Sie mit Ihnen darüber gesprochen? Nein. Das nackte Wort, das in der Luft hing. Das ist ein amerikanisches Gewehr, Mike. Eine Militärwaffe. Das Gewehr der Infanterie seit Vietnam. Eine gute Waffe. Bis zu 950 Schuss in der Minute auf Vollautomatik. Leicht. Von knapp unter 3 bis knapp 4 Kilogramm. Unterschiedliche Modelle. M16, M16A1, M16A2, M4 Karabiner. La France, M16K, Maschinenpistole. 5,56er Kaliber, das ganze Zeug. Deshalb ist es ja auch so seltsam. Sie ist hier nicht sonderlich beliebt. R1 und AK-47 verschießen 7,62er. Die Munition ist überall erhältlich. Wer benutzt sie denn, Mike? De Ville blickte ihn an. Seine Augen waren nun geöffnet. Nigel hatte ihn nie gebeten, Spekulationen anzustellen. Woher soll ich das wissen, Käpt'n? Haben Sie sich darüber so Ihre Gedanken gemacht? Die Augen schlossen sich wieder. Ja? Und was glauben Sie, Mike? De Ville zögerte lange, die Augen geschlossen. Dann schlug er sie auf. Das ist keine gute Waffe, um in ein Haus einzubrechen, Käpt'n. Sie ist groß, auch wenn sie leicht ist. Sie ist eine Waffe für das Schlachtfeld, für die Sümpfe im fernen Osten und die Wüsten des Nahen Ostens. Eine Waffe, um draußen, im Freien zu töten, nicht in geschlossenen Räumen. Wie will man sie in einem Vorort unter der Jacke verstecken? Sie eignet sich nicht für kurze Distanzen in einem Haus, Käpt'n. Ein Revolver wäre da besser. Was ist Ihre Meinung, Mike? Die Augen, die seltsam hypnotischen Augen, schlossen sich wieder. Es gibt einige Möglichkeiten, Käpt'n. Man will einschüchtern. Menschen haben Angst vor großen Waffen. Die M16 ist in jedem Film zu sehen. Oder sie ist eine einzige, nicht registrierte Waffe und du willst keine Spuren hinterlassen. Oder du bist Amerikaner. Ein amerikanischer Soldat. Oder Die Augen waren offen. Er schüttelte langsam den Kopf, als wollte er es dabei belassen. Oder Ich weiß nicht. Sagen Sie es mir, Mike. Söldner, Käpt'n. Auf dem Schwarzmarkt in Europa bekommt man die M16 ebenso wie die AK. Söldner. Viele von denen mögen sie, aber Aber Was sollte ein Söldner in Dörben will treiben, Käpt'n? Martha Deville erschien mit dem Kaffee Und irgendwo ertönte das deutliche Gezwitscher einer Kappbeutelmeise im Sonnenlicht. Als er wegfuhr, standen Mike und Martha Deville vor dem Haus. Die dralle Frau hatte den Arm um die Hüfte ihres Ehemanns gelegt. Ein Ehepaar im Buttersieg. In einer Straße mit netten Gärten und hässlichen Betonmauern Und Kindern auf Fahrrädern Und dem dumpfen Dröhnen von Rasenmähern, Die an diesem Wintermorgen das Geschenk des Sonnenlichts nutzten. Und er fragte sich, warum nicht auch sein Leben so war. Mit Frau und Kindern Und einer kleinen Burg Mit einer kleinen Kneipe ums Eck Und einem Mischlingsköter Und einer Karriere und einem Darlehen für das Haus. Das war irgendwann in der Vergangenheit eine Möglichkeit gewesen. Was hatte ihn dazu getrieben, Die falschen Abzweigungen ins Nichts zu nehmen? Sich die Sackgassen auszusuchen? Die Straßenschilder waren so deutlich, so verlockend gewesen. War es nicht das, was er sich wünschte? Fragte er sich plötzlich. Frau und Kinder und einen Rasenmäher? Ja, dachte er. Ja, verdammt nochmal, ja. Böth Manewick fand den knienden Leichnam seiner Frau im Wohnzimmer. Ihre Hände waren mit Kreppband auf dem Rücken gebunden. Die Füße mit einem Seidenstrumpf gefesselt. 46 Stichwunden mit einem spitzen Gegenstand zugefügt. In Bauch und Rücken. Die Brustwarzen abgeschnitten. Die Genitalien bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Überall war Blut. Im Schlafzimmer, in der Küche, im Wohnzimmer. Ein Mord, der die Gemeinde erschütterte, der Angst und Hass auslöste und noch in den Jahren danach für Gesprächsstoff sorgte. Stierfontaine war ein raues Pflaster, eine Stadt, in der man Alkoholsucht und das Verprügeln von Ehefrauen, Unmoral und Ehebruch und Körperverletzung kannte und dafür Verständnis zeigte. Selbst Totschlag kam vor. Und gelegentlich ein Mord. Aber nicht diese Art von Mord. Der tödliche Schlag im heißblütigen, trunkenen Augenblick nach einem Alkoholexzess. Das konnte man verstehen, hin und wieder. Aber das hier war eine kaltblütige Tat, ausgeführt von einem Fremden, einem Eindringling. Einem Dieb, der sich Zeit ließ und mit geplanter Boshaftigkeit eine wehrlose Frau verstümmelte und tötete. Ich war in meinem Zimmer mit Hausaufgaben beschäftigt, als es an der Tür klopfte. Meine Mutter öffnete. Ich konnte ihre Worte nicht verstehen, aber der Ton ihrer Stimme ließ mich ins Wohnzimmer gehen und dort stand mein Detektiv, mein Louis-Lamour-Samariter. Und plötzlich rutschte mir das Herz in die Hose. Denn meine Mutter wirkte geschockt. Sir, sagte ich und schluckte und dann sagte meine Mutter, Baby Manowick ist tot, set. Er tat so, als kannte er mich nicht. Und erst als er ging, drückte er mir die Schulter, sah mich an und ließ mir ein schmales Lächeln zukommen. Doch zuvor stellte er seine Fragen. Hatten wir nichts gesehen? Irgendwas gehört? Was wussten wir über die Manowicks? Und ich saß da mit meinen Fantasien, meinem intimen Wissen und Voyeurismus und bestätigte die negativen Antworten meiner Mutter. Wir wussten nichts. Die Einzelheiten erfuhren wir später. Von Nachbarn und der Clarksdorp-Gazette und der Vaterland und dem Volksblatt und sogar von der Sunday Times. Durch den grausamen Sexualmord kam Stilfontaine landesweit in die Schlagzeilen. Ich las die Zeitungsberichte, ich weiß nicht wie oft, und lauschte mit höchster Aufmerksamkeit jeder Neuigkeit, die man zu hören bekam. Die Einzelheiten beunruhigten mich. Zum Teil lag dies an meinen schmutzigen Gedanken über Baby Manewick und der Tatsache, dass sie mich mit dem Mörder verbanden, der von Lust getrieben, zugestochen und aufgeschlitzt hatte. Denn auch ich hatte Lustgefühle gehegt und mochten unsere Fantasien noch so unterschiedlich gewesen sein. Zum anderen lag es aber auch daran, dass ein Mensch, jemand aus Stilfontaine, einer von uns, zu einer so abscheulichen Tat fähig gewesen war. Er wurde nicht gefasst. Es gab keine Fingerabdrücke. Baby Manewicks Leiche, ihr Hintern, ihr Rücken war von Sperma überzogen. Doch geschah dies Jahre vor den DNS-Analysen und dem langen Arm der Teströhrchen, womit man über Rasse und Geschlecht und Blutgruppe hinweg auf das unverwechselbare Gepräge des menschlichen Körpers zugreifen konnte, womit man mikroskopische Fasern von Stofffetzen entschlüsseln und Menschen eingehender sezieren konnte als mit einem Skalpell. Es gab Gerüchte. Böth Manewick wurde verdächtigt, doch das war Unsinn. Hatte er sich zum Zeitpunkt des Mordes doch einen Kilometer unter der Erde aufgehalten? Es gab Gerüchte über einen Mörder, der sich auf der Durchreise befunden haben soll. Eine andere Geschichte betraf einen Mann aus ihrer Vergangenheit, aus Johannesburg. Und selbst der Schotte, dem Böth sie weggenommen hatte, wurde angeführt. Aber der Mörder wurde nie gefasst. Tag für Tag starrte ich auf den Holzzaun und dachte an die seltsamsten Dinge. Wäre Betta Wandrak nicht dazwischen gekommen, hätte ich dann vielleicht am Zaun gelauscht? Vielleicht etwas gehört, dass Baby Manewick das Leben hätte retten können? Ich fragte mich, warum? Wie? Wie konnte jemand so etwas tun? Wie konnte man einen so brutalen Mord begehen? So skrupellos, so blutig und grausam? Und wer? Wer konnte so etwas geplant haben? Denn laut den Gerüchten hatte er das Kreppband mitgebracht, hatte er Handschuhe getragen. Ein vorsätzlicher, geplanter Mord. Gegen Ende des Jahres legte mir Mutter die Antragsformulare für die Universität in Potschevstrum vor, machte es sich bequem und sagte, wir hätten uns lang genug Gedanken über meine Zukunft gemacht. Nun sei es an der Zeit, an die Universität zu gehen und Entscheidungen zu treffen. Denn es sei besser, erst das Studium hinter sich zu bringen und dann die Wehrpflicht. Da aus Universitätsabsolventen schnell Offiziere würden, auch wenn ich nur Lehrer werden wollte. Ich gehe nicht an die Universität, Ma. Du machst was? Ich gehe zur Polizei. Operative Fallanalyse Profiling Johannes Jakobus Smith war gefesselt, gefoltert und dann ermordet worden, weil er die Kombination des Safes verraten sollte und nachher einen unnötigen und nicht gern gesehenen Zeugen abgegeben hätte. Das Motiv war bekannt, der Modus operandi klar. Das Profil einfach. Ein Dieb, der es nur auf das eine abgesehen hatte. Jemand, der zu folter- und mordfähig war. Ein Psychopath. Soziopath. Zumindest mit einigen Symptomen davon. Das Verhalten prägt die Persönlichkeit. Das hatte man ihm in Quantico beigebracht, während seiner drei Monate in Amerika. Die Magie des Profiling aber bestand darin, dass man dadurch die anscheinend motivlosen Verbrecher, die Serienmörder, die Vergewaltiger, die Sexualstraftäter herausfischen konnte, die von den Dämonen ihrer Vergangenheit getrieben wurden, dem zerrütteten Familienleben, dem gewalttätigen Vater, der herumhuhenden Mutter. Und nicht darin, deutlich zu machen, das lediglich gefeutert und gemordet wurde, um an den Inhalt eines Safes zu gelangen. Raub, Mord mit erschwerten Begleitumständen. Ein vorsätzlich geplanter Raub. Der Draht war zum Tatort gebracht worden. Der Schweißbrenner gehörte zur Ausrüstung des Mörders. Hier sind deine Sandwiches, Liebling, und vergiss nicht den Draht, die Zangen und den Schweißbrenner. Hast du die M16 auch geladen? Und einen schönen Tag noch. Er, der Räubermörder, war es mit bekannt gewesen. Vielleicht. Wahrscheinlich. Es gab keinerlei Anzeichen, dass er sich gewaltsamen Zugang zum Haus verschafft hatte. Sowie die Tatsache, dass Schmidt wie bei einer Exekution erschossen wurde. Ein weiterer möglicher Anhaltspunkt. Er wollte keine Zeugen hinterlassen. Vielleicht. Wahrscheinlich. Vorstellbar. Er parkte den Corolla unter einem Baum am unteren Ende der Moletta Street und stellte den Motor ab. Der Schweißbrenner. Irgendetwas war mit dem Schweißbrenner. Der Mörder wusste, er würde foltern müssen. Das wiederum hieß, er wusste, dass Schmidt nicht einfach so reden würde. Was bedeutete, dass er ihn kannte. Und dass er wusste, dass Schmidt etwas besaß, dass es wert war, gestohlen zu werden. Etwas, das versteckt oder eingeschlossen war. Aber man kann auf vielerlei Art foltern und Schmerzen unmenschliche Schmerzen zufügen. Warum einen Schweißbrenner? Warum nicht mit der Zange Schmidt die Fingernägel ausreißen? Einen nach dem anderen. Warum nicht mit der Schulterstütze des Gewehrs Schmidt das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen? Bis ihn die Schmerzen der gebrochenen Nase und des zerschmetterten Unterkiefers und des zertrümmerten Schädels darum betteln ließen, alles zu sagen. Ihm zu erzählen, wo sich die Dokumente oder Diamanten oder Dollar oder Drogen befanden. Oder was zum Teufel sonst im Safe war. Der Schweißbrenner sagte etwas über den Mörder aus. Brandstiftung gehörte zu den ersten Warnsignalen eines angehenden Serienmörders. Neben Bettnässen und Tierquälerei. Sie mögen Feuer. Flammen. Er holte sein Notizbuch heraus. Behörde für Verbrechensforschung. Schweißbrenner. Einbrüche. Verbrechen. Er schlug das Buch zu und steckte es zusammen mit dem Stift in seine Jackentasche. Du musst die Fähigkeit besitzen, dich in die Lage des Mörders und des Opfers zu versetzen. Hatten sie ihn in Quantico gelehrt. Also in Smits Lage. Die Perspektive des Opfers. Wie sie sich anhand des Tatorts, der forensischen und pathologischen Berichte ergab. Smith allein zu Haus. Folgt seinem gewohnten Tagesablauf. Es klopft an die Tür. Die Tür war zugesperrt. Er sperrt sie immer zu. Reine Gewohnheit seit 15 Jahren. Oder war die Tür unverschlossen? War der Mörder mit Gewehr und Schweißbrenner und Draht und Zange einfach hereinmarschiert? Irgendetwas ergab keinen Sinn. Zu viel zum Schleppen für einen allein. Halt doch mal einen Moment die Tür auf, Johannes Jakobus. Ich muss nur noch schnell die Folterausrüstung holen. Zwei Angreifer? Oder einer? Mit einem Rucksack und einer M16. Smith ist entsetzt. Angst, Angst. Wiedererkennen. Die Existenz, die er sich sorgfältig aufgebaut hat, ist plötzlich nach all den Jahren gefährdet. Große Angst, Adrenalin. Aber er ist unbewaffnet. Er tritt von der Tür weg. Was willst du? Ach, das weißt du doch, Johannes Jakobus. Die Bonbons, die du mir geklaut hast. Wo sind sie, alter Kumpel? Laut dem Pathologen gab es keine Verletzungen, die auf einen Kampf hinweisen würden. Smith hatte keinen Widerstand geleistet. Ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Setz dich, Smith, und dann schauen wir mal, wie lange du das aushältst, bis du mir sagst, wo du meine Bonbons versteckt hast. Warum hatte Smith sich nicht gewehrt? Wusste er, er würde nichts ausrichten können, weil sie zu zweit waren? Oder war er einfach nur zu verängstigt, zu geschockt gewesen? Zwing ihn, sich auf den Stuhl zu setzen, fessle ihn. Mit einer M16? Wie sollte man jemanden eine M16 an den Kopf halten und ihn gleichzeitig mit Draht und einer Zange fesseln? Nein, es musste mehr als ein Besucher gewesen sein. Los, sag uns, Smithy, wo sind meine Schleckereien? Leck mich. Ah, wie freundlich, dass du so entgegenkommend bist. Zünd den Brenner an und zieh ihn aus. Foltere ihn. Die blaue Flamme an das Krotum, an die Brust, den Bauch, an die Arme. Die Schmerzen mussten bestialisch gewesen sein. Warum hat er es ihnen nicht einfach gesagt? Das Geschäft lief gut, er brauchte kein Geld, keine Diamanten, Drogen, Waffen, um noch mehr Geld zu machen. Warum hat er nicht einfach gesagt, es ist im Safe, hier ist die Kombination, nehmt das Zeug und lasst mich in Ruhe. Grund? Es war noch etwas anderes im Safe, was keinen finanziellen Wert hatte. Etwas anderes. Grund? Er wusste, er würde sterben, wenn sie fanden, wofür sie gekommen waren. Van Herden seufzte. Was zum Teufel hat die Lage des Opfers damit zu tun, außer wenn am Opfer das Blut des Mörders dran klebt? War Natchels Reaktion gewesen. Der Verdächtige, ja, dessen Lage, das ist es, was zählt. Er starrte vor sich hin, nahm die Straße nicht wahr, die großen Bäume, die Gärten, sah nicht die Wolken, die über die Berge zogen. Natchel, der nun seinen dünnen, senigen Arm aus dem Grab herausstreckte. Natchel, dachte er, hatte lange genug geruht. Natchel kam zurück. Er wusste nicht, wie er damit zurechtkommen würde. Er stieg aus. Lass uns mit der Beinarbeit anfangen. Wie Kristall, dachte sie. Die Sonnentage zwischen den Kaltfronten. So klar wie Glas, Windstill von wunderschöner Zerbrechlichkeit. Schimmernde Juwelen am dunklen Kleid des Winters. Hopeneke joggte am Blumbergstrand, nahm etwas nervös die starrenden Blicke der Autofahrer wahr, ein kleiner Preis für die fantastische Aussicht auf das Meer und den Berg, die riesige, sich auftürmende Felsmasse mit ihrer seltsamen, weltberühmten Gestalt, die die Bucht bewachte, ein Wächter der Ruhe, der Beständigkeit, des Seelenfriedens, des Rückzugs. Manche Dinge blieben immer gleich. Auch wenn sie sich veränderte. Rhythmisch setzte sie einen Fuß vor den anderen, freute sich an ihrem durchtrainierten Körper. Tief und gleichmäßig ging ihr Atem. In den Beinen spürte sie eine wonnige Wärme. Sie war nicht immer so fit, nicht immer so schlank gewesen. Es hatte eine Zeit gegeben, ihr letztes Jahr an der Universität und ihre Angestelltenjahre, als sie sich für ihre Beine geschämt, als sie ihren Hintern nicht gemocht und den Jeans nicht gut ausgesehen hatte. Resultat des Essens im Studentenwohnheim, den langen Zeiten am Schreibtisch und einer gewissen Abneigung gegen sich selbst. Nicht, dass es Richard gestört hätte, er meinte, er mochte ihre rubenschen Formen, zumindest am Anfang. Als in ihrer Beziehung alles neu war, als er zum ersten Mal mit seinen Händen über ihren Körper strich, tief aufseufzte und mit glänzenden Augen sagte, oh Gott, bist du sexy. Richard mit seiner kleinen, kahlen Stelle, mit seiner lakonischen Buchhalter-Mentalität, mit der er das Leben betrachtete und seiner Leidenschaft für Nachrichten. Richard, der später, als der Reiz des Neuen verflogen war, nach dem Liebesspiel aufstand und sich die neuesten Nachrichten ansah oder die Time zur Hand nahm, das Licht anknipste und zu lesen begann. Die Time. Richard, der heiraten wollte, nein, der das Leben eines verheirateten Mannes führen wollte, lange bevor sie ihr Gefühl des Verliebtseins und die Erotik des Liebesspiels abgeschrieben hatte. Du hast einen roten Fleck auf der Wange, hatte er in einer Sommernacht mitten im Liebesakt gesagt, so trocken, als wäre dies eine Nachricht, die er unvoreingenommen und objektiv dem Publikum vorlesen würde, nachdem sie bereits monatelang miteinander geschlafen hatten. Mein ganzer Körper glüht wie Feuer, hatte sie voller Leidenschaft und Gefühl geantwortet. Ein seltsamer Fleck? So seine nachdenkliche Reaktion darauf. Und als ihre Beziehung schließlich Staub ansetzte und einen leisen Tod starb, fühlte sie sich gezwungen, sich einer Bestandsaufnahme zu unterziehen. Nur um dabei festzustellen, dass sie gleichermaßen die Verantwortung trug. Nicht, dass Richard ebenso fähig war zur unvoreingenommenen Selbsteinsicht. Manche Menschen wagen es eben nicht, sich dem Risiko der Selbstkritik auszusetzen. Er war anders. Er war so mit sich zufrieden, dass er nie die Notwendigkeit dafür sah. Sie aber musste sich mit ihrem Leben auseinandersetzen. Und eine der Schlussfolgerungen dabei war, dass sie sich nicht wohlfühlte, nicht mit ihrem Körper, nicht mit der Person, die sie war. Also tat sie zwei Dinge. Sie verließ Camp, Smoots und Breed und begann mit dem Joggen. Und so war sie jetzt hier am Blueberg-Strand, schlank, durchtrainiert und ohne Richard und vage an einem 40-jährigen labilen Ex-Polizisten interessiert. Wie alt war er wirklich? Eine unmögliche Möglichkeit. Weil er so anders war als Richard? Weil man nie wusste, woran man mit ihm war? Weil er so verletzlich schien? Weil seine Mutter ... Sie hätte ihr mal ordentlich die Meinung sagen sollen. Plötzlich verschwand die Sonne. Sie sah hoch. Eine dunkle Wolkenbank über der Bucht, über dem Berg. Eine weitere Front. Es war ein kalter Winter. Nicht so wie letztes Jahr. Ständig änderte sich das Wetter. Manchmal schien kaum die Sonne. Dann wieder seltene, kristallklare Tage zwischen den Regenschauern. Er ging in der Moletta Street wie ein Vertreter von Haus zu Haus und stellte Fragen. Niemand kannte Johannes Jacobus mit. Ja, Sie wissen doch, wie das ist. Man lebt so für sich. Die Häuser zu beiden Seiten des von Smith und von S. bewohnten Gebäudes. Manchmal plauderten wir über den Zaunen weg. Sie waren sehr ruhig. Keiner hatte etwas gesehen oder gehört. Ich dachte, ich hätte einen Schuss gehört, aber vielleicht war es auch was anderes. Jeder war höflich, ohne freundlich zu sein. Fühlte sich nicht ganz wohl. Der gewohnte, samstägliche Ablauf war gestört. Aber jeder war neugierig. Haben Sie was rausgefunden? Haben Sie jemanden geschnappt? Wissen Sie, warum er erschossen wurde? Denn von dort ging die Bedrohung aus. Einer von ihnen war auf grausame Weise ermordet worden. Ein Mord, der viel zu nah an ihrer persönlichen Schutzzone geschehen war, was eine schmale Bresche in die Bastion ihrer weißen Mittelklasse Sicherheit geschlagen hatte. Und als er verneinte, zeigten sie ein besorgtes Stirnrunzeln, folgt von einem Moment des Schweigens. Als wollten sie, dass Schmidt es irgendwie verdient hatte. Denn solche Dinge geschehen nicht einfach so. Und dann, bevor er mit der Runde fertig war, ließ er es sein und fuhr nach Philippi, um sich mit Willi Thiel zu treffen. Thiel, der ihn angerufen hatte und ihm gesagt hatte, komm und arbeite für mich. Thiel, der ihn getröstet hatte, als sein Leben wie ein überreifer, blutiger Granatapfel aufgeplatzt war und er hatte den Trost angenommen, weil er ihn gebraucht hatte. Doch damit hatte er sie alle getäuscht. Seine große Täuschung. Denn er war schon immer ein Stück Dreck gewesen. Angefangen vom ersten Diebstahl, als er mit seinen Augen und Gedanken durch den Holzzaun hindurchgestohlen hatte, als er Nature bestohlen hatte, der Dreck war immer in ihm gewesen. Gleich unter der Oberfläche, wie Lava, hatte ständig vor sich hingeschwählt, gebrodelt und nur darauf gewartet, dass sich im Fels ein Riss auftat, damit er wie ein Vulkan durch die weiche Kruste seiner Welt hindurch ausbrechen konnte. Er bremste abrupt. Es war nicht genügend Zeit. Plötzlich wurde ihm bewusst, fünf Tage noch. Das reicht nicht. Angenommen, er redete mit Thiel. Scheiße, er hatte keine Angst. Dadurch würde aus ihm kein besserer oder schlechterer Mensch werden. Der Grund war nicht, dass er vor den Geistern Angst hatte, die Thiel heraufbeschwören würde. Es würde keine Rolle spielen, denn er hatte einfach zu wenig. Zu wenig Informationen, zu wenig Zeit. Und daran würde sich auch nichts ändern. Thiel würde ihm erzählen, wie und wo man in den 80ern Dollar wechseln konnte. Oder vielleicht auch nicht. Und was dann? Wer würde sich nach 15 Jahren noch an Johannes Jakobus X erinnern? Er konnte Charles Niewood im Pulsmoor-Gefängnis oder im Victor Vester oder in welchem Gefängnis er gerade einsitzen mochte, einen Besuch abstatten und ihn fragen, ob er den Personalausweis gefälscht hatte. Und was würde er dafür bekommen? Nichts. Nicht in fünf Tagen. Denn Niewoods Gehirn war von Drogen zerfressen. Es war 15 Jahre her. Und er würde sich an nichts erinnern. Das war das Problem. Der Fall lag nicht neun Monate zurück, sondern über 15 Jahre. Jemand hatte gewusst, dass sich in diesem Safe etwas befand, das es wert war, dafür einen Mord zu begehen. Er wusste nicht, was es war. Er konnte es ruhig zugeben. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was sich darin befunden hatte. Er konnte aufgrund eines beschissenen Papierfetzens Spekulationen anstellen, bis ihm die Luft ausging. Er konnte seine cleveren Theorien formulieren, bis er an Langeweile einging. Es konnte alles sein. Krugeranz, Gold, Diamanten, Ranz oder Dollar oder Monopoly-Geld. Verdammt nochmal. Es könnten Nacktaufnahmen von Bill Clinton oder den Spice Girls sein, die Karte eines Piratenschatzes. Und er würde es nie erfahren, denn die Sache war mausetot. Und er würde sie auch nicht mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung oder einer Herz-Lungen-Maschine wieder zum Leben erwecken können. Zweifellos hatte er recht. Nicht nur, weil er sich die Sache gründlich überlegt hatte, sondern aus Instinkt. Seiner Erfahrung nach würde es Zeit brauchen, Wochen, Monate, in denen er alles sorgfältig durchkämmte, ermittelte, Fragen stellte, bis sich etwas auftat, etwas löste und man einen Faden in der Hand hielt, an den man ziehen und den man schließlich aufwickeln konnte. Er bog am Autobahnkreuz Greifontaine ab, dann nach rechts, über die Brücke und gleich wieder auf die N1 in Richtung Stadt. Wo, hatte sie gesagt, wohnte sie? Milderten? Seltsam. Er hätte sie mit ihrem Jippie-Haarschnitt und ihrem BMW eher in der Nähe eines Berges angesiedelt, diesem beschissenen Berg, der über allem dreute. Er hasste diesen Berg, hasste diesen Ort, der ihn zu dem Gedanken verleitet hatte, er könnte über Nacht mal kurz ein Comeback abziehen. Hallo, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause, ich bin wieder Detective, ist das nicht toll? Sie war gerade damit beschäftigt, Kompost unter die Oleanderbüsche zu schaufeln, als sie das Handy klingeln hörte. Noch im Gehen streifte sie die Handtasche ab, öffnete die Schiebetür und ging ran. Hopeneke? Ich möchte Sie sehen. Seine Stimme klang dunkel und gehetzt. Natürlich, antwortete sie. Jetzt. Er bemerkte erneut, das Mitgefühl in ihrer Stimme, diesen Ich-Verstehe-Alles- und-Bin-Sehr-Geduldig-Mit-Diäton. Kein Problem. Ich weiß nicht, wo Sie wohnen. Wo sind Sie? In Milderton, am Picken-Pay. Sie erklärte ihm den Weg. Gut, sagte er und legte auf. Bis gleich, sagte sie, Satupek, und lächelte still vor sich hin. Er war nicht unbedingt ein Sonnenschein. Wie sah er aus, wenn er lachte? Sie ging ins Badezimmer, fuhr sich mit dem Kamm durch die kurzen Haare, trug blass-rosa-farbenen Lippenstift auf. Sie würde sich nicht umziehen. Der Trainingsanzug war okay. Sie ging in die Küche, setzte Wasser auf, holte das kleine weiße Tablett heraus, stellte Tassen, das Milchkännchen, die Zuckerschale darauf. Sie hätte etwas bei Home Industry kaufen sollen. Eine Tat. Es war fast Kaffeezeit. Sie ging zum Mini-Hy-Fi-Anlage. Mit klassischer Musik kannte sie sich nicht wirklich aus. Hatte er mehr Ahnung davon? Sie hatte die größten Arien der Welt und die besten Klassik-Melodien aller Zeiten und Pavarotti in France. Der Rest reichte von Sinatra bis Laurica Rauch und von Celine Dion bis Brian Adams. Sie legte die Dion-CD ein. Die mochte jeder. Sie drehte die Lautstärke zurück. Hörte, wie sich der Wasserkocher abschaltete. Ging zur Schiebetür und überblickte ihren kleinen Garten. Eine handtuchgroße Oase, die sie mit eigenen Händen geschaffen hatte. Selbst den Rasen, die Sträucher und Blumen hatte sie angesät und gepflanzt. Nun bereiteten sie sich auf den Frühling vor. Als sie die Regentropfen spürte, sah sie nach oben. Die Wolken waren schwer, die Tropfen fein und leicht. Sie war gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Sie schloss die Tür, setzte sich in den Wohnzimmersessel, sah auf die Uhr. Er sollte jeden Moment hier sein. Ihr Blick wanderte zum Kiefernbücherregal, das sie, als sie noch angestellt gewesen war, gebraucht gekauft und selbst gestrichen hatte. Lars von Herden? Richard hatte nicht gelesen. Richard hatte sich nur für die Nachrichten interessiert. Zeitungen und die Nachrichten im Fernsehen und Time und The Economist und die Radiosendungen um sechs Uhr morgens. Sie hatte ihn gewähren lassen. Eine Beziehung war für sie geben und nehmen. Für ihn war es etwas gewesen, bei dem er sich genommen hatte und ihm gegeben worden war. Schließlich klopfte es an die Tür. Sie stand auf, spähte durch den Spion, erkannte ihn und öffnete die Tür. Wieder war er vom Regen leicht nass. In seiner Mine standen ebenfalls alle Zeichen auf Sturm. Wie immer. Kommen Sie rein, sagte sie. Er trat ein, sah zur offenen Küche, dem Essbereich und dem Wohnzimmer, ging zur Frühstückstheke, zog seine Brieftasche heraus und legte Geldscheine auf die Theke. Ich mach Schluss, sagte er, ohne aufzublicken. Sie sah ihn an. Er wirkte so schutzlos, dachte sie. Wie hatte sie sich von ihm beim ersten Mal so einschüchtern lassen können? Die leicht rötliche Haut um sein Auge betonte seine Verletzlichkeit. Die Lippe hingegen war beinahe verheilt. Er legte den letzten Schein auf den kleinen Stoß. Das führt zu nichts. Das Ding ist tot. Die Sache ist nicht zehn Monate alt. Es fing alles an, als Smith seinen Namen geändert hat. Und das ist zu lange her. Sie können nichts tun. Er verschränkte die Arme und lehnte sich gegen die Theke. Möchten Sie Kaffee? fragte sie ruhig. Der Vorschuss Ja, bitte. Irgendwie vor den Kopf gestoßen. Sie schritt an ihm vorbei zum Wasserkocher, schaltete ihn wieder an, gab einen Teelöffel Instant-Kaffee in jede Tasse. Ich habe leider nichts, was ich zum Kaffee anbieten könnte. Ich bin nicht sonderlich gut im Backen, sagte sie. Backen Sie? Ich? Nein. Irritiert. Die Ermittlungen. Wollen Sie sich nicht setzen? Dann können wir darüber reden. Mit sanfter Stimme. Plötzlich hätte sie am liebsten aufgelacht. Er war so fixiert, so vorhersehbar, sein Körper eine einzige Alarmsirene, die auf Konfrontation ausgerichtet war. Und sollte diese ausbleiben, war er verloren. Ja, sagte er und setzte sich auf die Kante des Wohnzimmersessels. Er fühlte sich so unglaublich unwohl, dachte sie. Wie möchten Sie Ihren Kaffee? Schwarz und bitter und danke. Ich schätze Ihre Offenheit. Sie müssen einfach akzeptieren, dass der Fall erledigt ist. Es war ein Versuch wert. Und es gibt nichts, was Sie tun können. Ich weiß. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Schön, antwortete sie. Was hat Ihnen Camp erzählt? Camp weiß nichts über diese Ermittlungen. Sie goss kochendes Wasser in die Tassen. Über mich? Was hat er Ihnen über mich erzählt? Ja, er sagte, wenn es einen gäbe, der das Testament finden könnte, dann Sie. Sie brachte die Tassen auf einem kleinen weißen Tablett und setzte es auf dem Glastisch ab. Bitte nehmen Sie sich. Er nahm eine Tasse und stellte sie sofort wieder auf das Tablett zurück. Wie konnte er das sagen, wenn er nichts über die Ermittlungen weiß? Sie beugte sich vor, goss Milch in ihren Kaffee, rührte um. Natürlich weiß er, dass man eine Klientin nach einem Testament sucht, das durch einen Einbruch abhandengekommen ist. Er weiß, dass es sich um Kriminalermittlungen handelt. Deshalb hat er sie empfohlen. Er sagt, sie seien der Beste. Einen Augenblick lang wollte sie noch anfügen, schwierig, aber der Beste. Belies ist jedoch dabei und setzte die Tasse an die Lippen. Was hat er noch gesagt über mich? Das war alles. Warum fragen Sie? Ich möchte Ihnen nur sagen, ich brauche Ihr Mitleid nicht. Warum sollten Sie mein Mitleid brauchen? Wenn Sie sagen, die Ermittlungen sind tot, dann... Sie wollte ihn provozieren. Ihr war klar, dass sie es bewusst hat. Nicht die Ermittlungen, sagte er irritiert. Trinken Sie Ihren Kaffee. Er nickte und nahm die Tasse vom Tablett. Wie kamen Sie zu dem Schluss, dass der Fall erledigt ist? Sie klang, als hätte sie sich damit abgefunden. Er blies in die Tasse und dachte eine Weile nach. Ich war heute Morgen im Drogendezernat. Und bei den Nachbarn von Van Aes. Ich weiß nicht. Plötzlich war mir bewusst, es gibt nichts, Hope. Und Sie müssen das akzeptieren. Es gibt nichts, was Sie tun können. Sie nickte. Ich weiß, Van Aes wird enttäuscht sein. Aber wenn die beiden nicht eine so sonderbare Beziehung geführt hätten. Ich werde mit ihr reden. Machen Sie sich darum keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen, weil es nichts gibt, was sie tun kann. Genau. Wo haben Sie zu kochen gelernt? Plötzlich sei es sie durchdringend an. Was geht hier vor, Hope? Was meinen Sie? Ich bin gekommen, um Ihnen und Van Aes zu erzählen, dass Sie sich die ganze Sache abschminken können. Und Sie reden mit mir übers Essen? Was geht hier vor sich? Sie lehnte sich in den Sessel zurück, legte die Füße in den Laufschuhen auf den Tisch, stützte die Tasse gegen die Knie, sprach mit freundlicher Stimme. Wollen Sie, dass wir uns wieder darüber streiten? Sie teilten mir Ihre Meinung mit und ich akzeptierte sie. Ich denke, Sie haben gute Arbeit geleistet und ich hege große Achtung für Sie, da Sie das Geld zurückgebracht haben. Jemand mit weniger Integrität hätte es zugelassen, dass sich der Fall noch ewig hinzieht. Er schnaubte verächtlich. Ich bin ein Stück Dreck, sagte er, worauf sie nichts erwiderte. Ich glaube, Camp hat Ihnen noch mehr erzählt. Was hätte er mir noch erzählen sollen? Nichts. Er ist wie ein Kind, dachte sie, und beobachtete ihn, während er in die Ferne starrte und seinen Kaffee trank. Sie sah erneut die Ähnlichkeit zu seiner Mutter, in den Augen und drumherum. Sie fragte sich, wie sein Vater ausgesehen haben mochte. Irgendwas war in diesem Safe. Das ist der Schlüssel. Es könnte alles Mögliche sein, stimmte sie zu. Genau, sagte er. Es würde ein Jahr dauern, bis man alle Möglichkeiten durch hat. Und wenn sie mehr Zeit hätten? Er suchte in ihrer Miene nach Anzeichen von Sarkasmus und fand keine. Ja, ich weiß nicht, Wochen, Monate vielleicht. Mit ein wenig Glück. Wir brauchen Glück. Wenn sich Van Aes an irgendetwas erinnern könnte oder etwas gesehen hätte, und der Safe noch etwas enthalten hätte. Für dein Glück bist du selbst verantwortlich, hatte Nigel gesagt. Haben sie noch einen anderen Fall, an dem sie arbeiten? Nein. Sie hätte so gern Fragen über ihn selbst gestellt, über seine Mutter, wer er war, warum er so war. Wollte ihm sagen, seine Fassade sei nicht nötig, sie wisse, was dahinter verborgen lag. Sie wisse, er könne wieder der werden, der er, wie seine Mutter gesagt hatte, einmal gewesen war. Ich gehe jetzt. Vielleicht arbeiten wir eines Tages ja mal wieder zusammen. Vielleicht. Er stand auf. Ich muss zugeben, dass ich noch immer fasziniert bin von den kleinen Abzweigungen des Lebens, den Weggabelungen, die nur selten ausgewiesen sind, an denen kaum je ein Straßenschild steht und die erst in der Rückschau als solche erkennbar werden. Ich wurde Polizist, weil ich an einem Samstagnachmittag durch ein Loch in einem Holzzaun gespäht hatte. Ich wurde Polizist, weil mir ein Detektiv mit herzlicher Strenge eine zweite Chance gegeben hatte. Eine Vaterfigur? Ging ich zur Polizei, weil mein Vater jung gestorben war? Wäre ich ihr beigetreten, wenn es mich nicht nach Baby Manowig gelüstet hätte? Wenn Baby Manowig nicht umgebracht worden wäre? In jener Zeit lief im Kino eine Gloire-Werbung. Ein französischer Künstler entwarf auf Papier eine vertragte Kreide oder Bleistiftzeichnung. Zunächst sah es so aus, als würde er eine nackte Frau skizzieren. Die vollen Brüste, Hüften, die Taille. Doch er zeichnete weiter und aus der Frauengestalt wurde ein harmloser Franzose mit Barrett, Bärtchen und Zigarette. Die Wegkreuzungen, die Straßenschilder, die Meilensteine werden erst dann sichtbar, wenn das Bild vollendet ist. Ich wurde Polizist. Mit dem Segen meiner Mutter. Ich glaube, sie vermutete, dass es etwas mit dem Mord an Mahneweg zu tun hatte, doch ihre Sicht war reine Spekulation und falsch. Ich nehme an, sie hegte andere Träume für mich. Aber sie war meine Mutter. Sie unterstützte mich. Was soll ich über die Polizeischule in Pretoria erzählen? Junge Männer in dunkelblauen Uniformen aus jeder Gesellschaftsschicht, die hier zusammengeworfen wurden. Wir paradierten und lernten und benahmen uns abends wie junge Stiere. Stritten uns und redeten Unsinn und lachten und träumten von mehr Sex und weniger körperlichem Drill. Wir paradierten und schwitzten in Klassenzimmern ohne Klimaanlage und machten Betten mit perfekten Kanten und lernten zu schießen. Ich will ehrlich sein, der Rest meines Jahrgangs lernte zu schießen. Ich sagte mir Augen zu und durch und schaffte es schließlich mit der geringstmöglichen Punktzahl den Kurs zu bestehen. Von Anfang an waren Schusswaffen meine Achillesferse, meine Nemesis als Polizist. Es war unerklärlich. Ich liebte den Geruch von Waffenöl, das Schimmern des schwarzen Metalls, die kalten funktionalen Linien. Ich nahm die Waffen mit derselben Begeisterung und demselben Gefühl der Macht zur Hand wie die anderen Rekruten, gebrauchte sie und feuerte sie ab. Doch die Projektile, die ich losschickte, wenn ich den Abzug durchdrückte, die physikalischen Kräfte, die ich damit in Bewegung setzte, erreichten nicht die Wirksamkeit wie die aller anderen. Man zog mich ständig damit auf, doch tat dies meinem Ego keinen Abbruch. Denn meine Leistungen in den Prüfungen und Tests ließen die Waagschalen des gegenseitigen Respekts in die andere Richtung ausschlagen. In der Theorie auf Papier, konfrontiert mit einer Reihe von Fragestellungen, tat es mir keiner gleich. Und dann war die Ausbildung vorüber und ich war ein Constable in Uniform und bat darum, noch Stilfontaine oder Clarksdorp oder Orkney versetzt zu werden. Der Himmel weiß warum und wurde schließlich nach Sunnyside in Pretoria geschickt. In den folgenden zwei Jahren sperrte ich betrunkene Studenten ein, kümmerte mich um Ruhestörungen, glättete in tausend Wohnungen die überschwappenden ehelichen Wogen, nahm Autoeinbrüche auf und verbrachte meine Zeit im Dienstzimmer, wo ich immer und immer wieder Polizeiformulare auszufüllen lernte und so zu den Tonnen von Papier beitrug, die die Gerechtigkeit dokumentierten. Und ich galt als der Constable mit dem Faible für klassische Musik, der las, aber beschissen schlecht schoss. Für die Sunnyside-Dienststelle der Polizei war ich das, was der Teddybär für die Centerline eines Highschool-Rugby-Teams ist, eine Art Totem, ein Schutz gegen die Finsternis des völligen kulturellen Verfalls in einem Stadtviertel des grauen Verbrechens. Denn darin bestanden unsere alltäglichen Aufgaben. Wir hatten nichts mit den grellen Farben der in Hass begangenen Gräueltaten zu tun, sondern mit der öden Welt der weißen Angestellten und ihrer kleinen Verfehlungen mit den menschlichen Schwächen, die auf dem farblosen Teil der Polizeipalette angesiedelt waren. Ich wohnte in einer Studentenbude mit einem Einzelbett und einem Tisch und einem Stuhl, den mir meine Mutter gegeben hatte. Aus Ziegelsteinen und Brettern baute ich mir ein Bücherregal und sparte drei Monate lang auf die Anzahlung eines Defi-Herz. Aus Zeitschriften lernte ich zu kochen, ich las fast jedes Buch aus der Bibliothek und übernahm Schichten, bei denen das Liebes- oder Sozialleben zwar zu kurz kamen, aber es genügte für die enorme Zahl junger, einsamer Mädchen in Sunnyside, sodass ich mich glücklich schätzte, wenn ich ein oder zwei oder drei Nächte im Monat wilden, verkrampften, verzweifelten Sex ergatterte. Sie alle gruben nahezu ausnahmslos Kratzspuren in meinen Rücken, als wollten sie ein Zeichen hinterlassen, das die kurze Flamme der körperlichen Leidenschaft überdauerte. Es gab Zeiten, in denen konnte ich mich nicht erinnern, warum ich Gesetzesfüter geworden war. Dazu musste ich erst wieder an Stil Fontaine zurückdenken, wieder am Holzzaun der Scham stehen, um aus dem Quell der Inspiration trinken zu können. Das alles war nur vorübergehend, ein sinnloses Dasein, ein Übergangsritus, ein Zeitraum, der mich prägte, verschwendete Jahre, Jahre des Wachsens, des Erwachsenwerdens. Für dein Glück bist du selbstverantwortlich. Er fuhr nach Tableview. Der Regen nieselte auf die seichte Lagune, fühlte sich unwohl, war unzufrieden mit sich, mit Hope in Necke. Er wusste, sie wusste etwas und wollte es nicht sagen. Camp, der wahrscheinlich die alten Gerüchte aufwärmte, das, was jeder sich dachte. St. Rachel hatte Sterben sehen und daran kaputt gegangen war. Ihm war unwohl wegen der Ermittlungen. Es gab etwas, was er übersehen hatte. Er wusste genau, irgendwo gab es etwas. Irgendwas, was Van S. gesagt hatte. Etwas in O'Grady's Akten. Für dein Glück bist du selbst verantwortlich. Ihm war unwohl, aber er war kein Loser. Was sein Leben betraf, ja, aber das war was anderes. Die Chancen standen schlecht, die Sache war erledigt. Der Täter, einfach ein weiterer Mörder, der wie so viele andere noch frei herumlief, ein weiterer Eintrag für die Statistik. Das kam vor, es war ihm klar. Manchmal gab es eben nicht genügend Hinweise oder es fehlte das Glück. Er brauchte viel Glück in diesem Fall. Was er brauchte, war eine Explosion, ein verdammtes Stück Dynamit, mit dem er die Spinnweben der 15 Jahre wegblasen, das Geheimnis des Johannes Jakobus Smith aufsprengen, mit dem er den Staub wegwischen konnte, sodass sich die Fakten, die Knochen und Fossilien vom Gestein unterscheiden ließen. Wie zum Teufel konnte er bei dieser Sache sein Glück erzwingen? Wie konnte er mehr Zeit gewinnen? Zeit gewinnen. Man müsste in der Zeit zurückgehen können. Wenn er nur... Einen Moment. Nein, es würde nicht... Quantico. Was hatten sie ihm beigebracht? Nein. Ja. Oh Gott. Er bremste scharf und unvermittelt, fluchte, als sein Wagen hinter ihm sich lautstark mit der Hupe beschwerte und nur Zentimeter an ihm vorbeizog. Er drehte um, fuhr über den Mittelstreifen der Straße, hörte, wie der Korolla mit der Unterseite über Sträucher streifte, ließ die Räder nassen Sand aufwirbeln, drehte um zu Hopeneke, weil er verdammt noch mal einen Einfall hatte. Er hatte eine Bombe. Er hatte einen Plan, um die Spinnweben wegzublasen. Sie saß nur da, die Kaffeetassen noch auf dem Tisch, wollte sich nicht die Folgen seines Besuches klar machen, ließ die Gedanken schweifen, war enttäuscht. Sie hatte keine Wahl. Sie musste akzeptieren, dass er Recht hatte, dass sie nicht weiterkommen würden. Auch die Polizei hatte nichts erreicht. Er war wenigstens etwas weitergekommen und hatte entdeckt, dass der Personalausweis gefälscht war. Am Abend zuvor war er von seinen Theorien so überzeugt gewesen, sie selbst so voller Hoffnung, so aufgeregt darüber, dass sie das Problem lösen könnten. Aber er war nicht nur, sie war mit sich selbst zufrieden gewesen, eben, wie sie mit ihm umgegangen war, ihre Ruhe, jeden möglichen Konflikt vermeidend. Sie hatte geglaubt, sie habe den Schlüssel zu Satupec von Herden, dem Rätsel, gefunden. Einfach jede explosive Situation entschärfen, nicht darauf eingehen. Sie hatte ihre Enttäuschung gut verborgen. Sie war so tapfer gewesen, als sie gesagt hatte, sie würde Wilner von S. darüber in Kenntnis setzen. Aber es würde ihr schwer fallen, denn der Frau würde es das Herz brechen. Enttäuschung. Weil von Herden wieder aus ihrem Leben verschwunden war. Besser so. Trotz seiner Verletzlichkeit, seiner Schutzlosigkeit, bedeutete er Probleme, ganz große Probleme. Gab es wirklich nichts mehr, was er tun konnte? Nein. Sie musste es akzeptieren. Er hatte sogar den Vorschuss zurückgegeben. Sie sah zu dem kleinen Stoß Geldscheine auf der Frühstückstheke. Das war alles, was ihr von ihrem Detektiv geblieben war. Sie stand auf, stellte die Tassen aufs Tablett. Sie musste weitermachen. Sich heute Abend mit Valerie und Chris zum Barbecue treffen. Ein entspannter, unterhaltsamer Abend würde ihr guttun. Es war eine harte Woche gewesen. Sie ging zur Küche, stellte die Tassen in den Ausguss. Wurde von einem plötzlichen Gedanken überrascht. Johann von Herden würde niemals ihre Schwiegermutter werden. Sie lachte laut auf, übertönte die leise Musik von Céline Dion. Sie schüttelte den Kopf, drehte noch immer lachend den Wasserhahn auf, nahm aus dem darunterliegenden Fach das Spülmittel. Welche absurden Gedanken ihr Gehören sich manchmal ausdachte. Dann hörte sie es an der Tür klingeln. Sie erwartete niemanden, dachte sie. Drehte das Wasser ab, ging zur Tür und spähte durch den Spion. Satupek van Herden? Hatte er etwas vergessen? Sie öffnete die Tür. Es gibt noch etwas, was wir tun können, sagte er und seine Augen leuchteten. Seine Stimme klang drängend und sie fragte sich, ob er sie hatte Lachen hören. Kommen Sie rein, sagte sie, bitte. Behielt aber ihre Stimme unter Kontrolle. Er ging an ihr vorbei, stellte sich an die Theke, während sie die Tür schloss. Ich, sagte er, es wollen sie sich nicht setzen. Wir haben, was wir tun müssen, ist die Uhr 15 Jahre zurückdrehen. Das ist unsere einzige Chance. Sie hing etwas in der Luft, worauf sie beschloss, sich erst einmal hinzusetzen. Sie hatte ihn noch nie so erlebt, so erregt mit solch eindringlicher Stimme. Mir ist soeben klar geworden, dass ich mich mit den falschen Leuten unterhalten habe. Alle, mit denen ich gesprochen habe, hatten ihn vor 15 Jahren nicht gekannt. Es ist an der Zeit, dass wir das ändern. Und es gibt eine Möglichkeit. Welche? Publicity. Sie sah ihn an und kapierte nichts. Als er ermordet wurde, wusste O'Grady nicht, dass er seinen Namen geändert hatte. War ein Bild von ihm in der Zeitung? Nein, Wilner von S. wollte das Bild aus seinem Personalausweis nicht an die Presse weitergeben. Es gab dafür keinen Grund. Seitdem hat sich einiges geändert, sagte er. Wir wissen jetzt, dass er nicht Jan Smith war. Damals wusste das keiner. Wenn wir das Bild jetzt veröffentlichen und fragen, ob ihn jemand erkennt, wenn wir sagen, dass er jemand anderes war, können wir vielleicht herausfinden, wer er wirklich gewesen ist. Und wenn wir das wissen, finden wir vielleicht auch heraus, was im Safe gelegen hat. Und wer so scharf darauf war. Wir könnten eine Anzeige aufgeben, sagte er. Eine Kleinanzeige. Es würde nicht viel kosten. Nein, antwortete sie. Das können wir wesentlich besser. Wie? Cara N. Rousseau. Er sah sie nur an. Sie hat mich für heute Abend zum Essen eingeladen, sagte er. Und plötzlich tat es ihm leid, dass er abgelehnt hatte. Die Eifersucht erhob ihr Haupt. Cara N.? Ja, sagte er. Aber ich habe abgesagt. Ich wusste nicht. Sie müssen hingehen, sagte sie. Ich wusste nicht, dass ihr euch so gut kennt, dachte sie. Ich kenne sie nicht. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen sofort mit ihr reden. Wollen Sie mich begleiten? Sie wäre gern mit ihm dorthin gegangen. Sie, aber ich bin nicht eingeladen. Ich werde fragen, ob ich jemanden mitbringen kann. Nein, nein, antwortete sie. Das ist nicht nötig. Es ist noch früh genug. Vielleicht können wir uns mit ihr noch vor dem Essen treffen. Sie stand auf, holte ihr Handy, suchte die Nummer im Adressverzeichnis und wählte. Es klingelt. Cara N.? Hier ist Hope. Störe ich dich? Hallo, natürlich nicht. Wie geht's? Ich fühle mich ziemlich verrückt im Moment. Danke. Erinnerst du dich noch an den Fall mit dem Testament, von dem ich dir erzählt habe? Natürlich. Bei dem dir dieser Mr. Sexy zur Hand geht. Cara N.? Wir brauchen dringend deine Hilfe. Meine Hilfe? Ja, ich weiß, es ist ein ungünstiger Zeitpunkt, aber können wir uns kurz mit dir unterhalten? Es wäre nett. Natürlich, das klingt faszinierend. Und ihr müsst zum Essen bleiben. Ich habe einige Leute eingeladen. Kommt doch ein wenig früher. Ich möchte dir deinen Samstagabend nicht durcheinander bringen, Cara N. Hat keinen Unsinn. Hier ist ausreichend Platz und es gibt mehr als genug zu essen. Bist du dir sicher? Absolut. Ich kann es kaum erwarten, an der großen Suche teilnehmen zu dürfen. Sie verabschiedeten sich. Hope Benicke warnte sich an von Herden. Stecken Sie Ihr Geld wieder ein, sagte sie, bevor ich es für ein neues Outfit für diesen Abend ausgebe. Acht Stunden später würde sie in ihrem Bett liegen und sich fragen, wie ein Abend, der so förmlich und konventionell begonnen hatte, in so großem Chaos, so gewalttätig enden konnte. Sie würde dort liegen, ihre Ernüchterung und Demütigung beweinen und erneut über seine Worte nachdenken, wir sind schlechte Menschen, und sich fragen, ob er vielleicht recht hatte und wo in ihr die Schlechtigkeit verborgen lag. Aber als er gekommen war, um sie abzuholen und in schwarzer Hose, weißem Hemd und schwarzer Jacke vor ihrer Tür stand, hatte sie ein Gefühl der Wärme für ihn empfunden, für die Anstrengungen, die er unternommen hatte, um sich der Kleiderordnung anzupassen, auch wenn der Schnitt nicht mehr unbedingt modern war und seine Schuhe eigentlich nicht passten. Seine Augen weiteten sich leicht, als er sie in ihrem kurzen, schwarzen Kleid erblickte, und mit unverholener Überraschung und ehrlich sagte er, »Sie sehen toll aus, Hob!« Einen Augenblick lang hatte sie die Hand ausstrecken und ihn berühren wollen. Doch gnädigerweise drehte er sich um und schritt zu seinem Wagen, bevor sie ihrem Impuls nachgeben konnte. Wohltuend schweigend fuhren sie durch den Regen Richtung Berg, bis sie ihn durch die schmalen Straßen lotste, hoch oben am Hang, und sie vor dem riesigen, alten, viktorianischen Haus an Oranje-Zicht anhielten. Er pfiff durch die Zähne. »Alter Finanzadel«, sagte sie. Ihr Vater war Abgeordneter im Parlament. Der Anblick Cara Annes in ihrem scharlachroten Kleid und Barfuß, ihr schwarzes Haar, die blauen Augen, die atemberaubenden und ausgeprägten Kinn-, Wangen- und Nackenlinien, war wie ein Ruf aus seiner Vergangenheit. All dies wollte er im Gedächtnis speichern, um später in aller Ruhe darüber nachdenken zu können. Im Haus herrschte einiger Trubel, junge Leute in weißen Schürzen arrangierten Blumen, trugen Platten und Gläser an das Speisezimmer. »Die Caterer sind noch beschäftigt, gehen wir zur Bibliothek durch.« »Caterer?« »Machten es die Reichen so?« fragte er sich, während er den beiden Frauen folgte und das dunkle, gefirneste Holz der alten Möbel wahrnahm, die teuren Gemälde, die Orientteppiche, den Reichtum, der im Schein von tausend Kerzen schimmerte. »Ich habe einige Leute eingeladen«, hatte sie am Vorabend gesagt. »Caterer, Gott! Wie konnte man Fremde bitten, für seine Freunde zu kochen?« Cara Annes schloss hinter ihnen die Tür und hieß sie Platz nehmen. Er fragte sich, wie viele der Bücher in den dunklen Holzregalen der ledergebundenen Exemplare, der Titel mit Goldaufdruck, sie gelesen hatte. Er bemerkte, dass Hope darauf wartete, dass er etwas sagte. »Erklären Sie es«, sagte er. Er betrachtete die beiden Frauen, während Hope ihr Anliegen vortrug. Vorsichtig, denn hier, wusste er, befand er sich auf altem, wohlbekanntem, gefährlichen Terrain. Cara Anne, die ihn jedes Mal ansah, wenn Hope seinen Namen erwähnte. Cara Anne, die sehr konzentriert zuhörte, in deren Blick aber noch etwas anderes durchschimmerte. Interesse. Dann bemerkte er die Distanz, die er zu allem in seinem Leben hielt. Und nicht zum ersten Mal. Manchmal geschah es, wenn er Musik hörte, wenn er ein Kochbuch nach einem neuen Rezept durchblättete. Manchmal hatte es den Anschein, als wollte das Leben ihn zurücklocken. Dann, wenn die großen und kleinen Freuden eines normalen, glücklichen Daseins, ihn dazu verführen wollten, zu vergessen, dass er es nicht verdiente, dass er es sich nicht leisten konnte. Diesmal war der Sirenen-Gesang stärker, die wunderbare Schönheit einer Frau, zweier Frauen, die vor ihm saßen. Hobes Augen, die heute Abend so hübsch aussahen, ihre Beine in dem schwarzen Rock, ihr sinnlicher Hintern, der zum Berühren einlud. Er wollte Vergleiche und Betrachtungen anstellen und philosophieren und sich der Lust hingeben, offen und unverhohlen und ein verträumtes, albernes Spiel der Liebe spielen, flirten, mit jemandem darüber reden, lachen, oh Gott. Er hatte es bitter nötig. Wie gern hätte er mit jemandem bei einem glaskühlen Weißweins gelacht. Er vermisste das. Vermisste sie so sehr. Und dann kam die Angst über ihn, stark und überwältigend. Er zog sich in seine Gedanken zurück und Hobes sah ihn erwartungsvoll an und wollte, dass er etwas sagte. Was? sagte er und glaubte, seine Stimme klinge verängstigt. War das eine zutreffende Beschreibung dessen, wo wir stehen? Ja, antwortete er und zog sich voller Panik in seine Kapsel zurück. Das gibt einen guten Aufhänger. Aufhänger? fragte Hope. Artikel. Es sollte kein Problem sein, den Chefredakteur davon zu überzeugen. Zwei wichtige Punkte nur, unterbrach Van Herden sie. Sie sahen ihn an. Die Story muss auf die richtige Art und Weise rüberkommen. Und sie muss in allen ihren Zeitungen erscheinen, auch in Gauteng. Was meinen Sie mit richtig rüberkommen? Er zog die Blätter aus seiner Jackentasche, Seiten, die er aus seinem Notizbuch gerissen hatte. Er hatte sich wieder unter Kontrolle. Ich habe hier etwas aufgesetzt, aber es stimmt noch nicht ganz. Sie müssen noch daran arbeiten, erreichte sie Cara Ann Rousseau. Sie beugte sich vor, der Ausschnitt ihres roten Kleides öffnete sich. Er blickte weg. Es muss klingen, als stünden wir kurz vor dem Durchbruch. Als wären die Informationen über Smith nicht unbedingt notwendig, sondern nur ein... Eine Ergänzung, sagte Hope. Ja. Es muss klingen, als wüssten wir alles über die Ereignisse von vor 15 Jahren. Als wollten wir nur noch einige lose Fäden festzurren. Ah, sagte Cara Ann. Sie wollen kreativen Journalismus. Eine Menge. Ich kenne jemanden, der darauf spezialisiert ist. Wie groß ist die Chance, dass wir die Titelseite bekommen? fragte er. Das wird von den anderen Nachrichten abhängen. Jemand klopfte an die Tür. Kommen Sie rein, rief Cara Ann. Eine junge Frau in einer weißen Schürze steckte ihren Kopf ins Zimmer. Die ersten Gäste sind eingetroffen, Madam. Danke, sagte Cara Ann. Sie lächelte Satopik von Herden an, ein strahlendes Lächeln, das nur ihm galt. Wir reden darüber, wenn die anderen wieder weg sind. Er saß zwischen der Frau des südafrikanischen Kulturattachés, einer großen, braunhäutigen Frau mit vorstehenden Schneidezähnen und dicken Brillengläsern, die sehr leise sprach, und der Unternehmerin des Jahres, dünn und hyperaktiv, mit kantigen Gesichtszügen, deren Hände niemals stillstanden, deren Mund immer offen war. Und was machen Sie? fragte die Unternehmerin des Jahres, noch bevor er es sich am langen Tisch bequem machen konnte, und schlagartig erinnerte er sich an die Welt des sinnlosen Smalltalks aus seiner Zeit an der Universität. Es kam wie aus dem Nichts, als hätten diese Erinnerungen nur darauf gelauert, ihn hinterrücks zu überfallen. Wobei die Antwort auf das Was machen Sie? den Status des Einzelnen in der von Hierarchien bestimmten Gesellschaft festlegte. Damals hatte er auf Cocktailpartys, bei Mittag- oder Abendessen, manchmal einfach des Lügens wegen gelogen und erwidert, er sei Lastwagenfahrer oder Wachmann, hatte sich dann zurückgelehnt und beobachtet, wie der Fragesteller dadurch ins Schwimmen geriet. Manchmal war er zu Hilfe geeilt, war nur Spaß, ich bin am Institut für Polizeiwissenschaft als Dozent. Seine Eintrittskarte, der Reisepass in die ausgewählte Gesellschaft mit korrekt abgestempeltem Visum. Wendy hatte es gehasst, vor allem, wenn er seine Lügen nicht korrigierte. Status war wichtig für Wendy. Und der Anschein, man sei glücklich und habe Erfolg. Was für Cara Ann offensichtlich ebenso zutraf. Vorher hatte sie ihn einigen Gästen vorgestellt. Das ist Hope Benecke, die Anwältin und von Herden ihr Kollege. Die Anwältin, nicht eine Anwältin. Der Status des bestimmten Artikels. Und die Täuschung der selektiven Wahrheit, ihr Kollege. Ich bin Polizist, sagte er zur Unternehmerin des Jahres und beobachtete ihre Augen. Doch diese verrieten nichts. Sofort beugte sie sich zu Mrs. Kulturattaché hinüber und stellte sich vor. Sprach dann mit dem Mann zu ihrer Rechten, dem Arzt. Er sah zu den anderen Gesichtern am Tisch. Hope ihm gegenüber, Cara Ann an der Stirnseite und rechts von ihm zwanzig Menschen, die noch das steife Gebaren neuer Bekanntschaften ohne das Schmiermittel des Alkohols zu überwinden trachteten. Einige unter ihnen hatte er während der Sherry-Phase vor dem Essen kennengelernt. Den Schriftsteller, den Winzer. Den Modedesigner, die ehrwürdige Ex-Schauspielerin, den Millionär und Geschäftsmann, die Herausgeberin einer Frauenzeitschrift, den Arzt, der früher einmal Rugby-Spieler gewesen war und deren Partner. Es waren die Partner gewesen, die ihn von oben bis unten gemustert und seine Kleidung angestarrt hatten. Scheiß auf sie. Und jetzt saß er einfach nur da, hörte halbherzig den Gesprächen der anderen zu. Seine Gedanken schweiften ab zu der Zeit vor Nature, seinem Aufstieg in Pretoria, seine Beziehung zu Wendy. Mrs. Kulturattaché sagte nicht viel. Sie bildeten eine Insel des Schweigens. Ein- oder zweimal lächelte sie ihn mitfühlend an. Er kostete die orangenen Butternusssuppe der Caterer, die perfekt war, deren Sahnespirale einen netten, dekorativen Touch abgab. Verzierungen hatte er als die letzte Herausforderung seiner Kochkünste angesehen, bevor sein Leben in Stücke fiel und seine Mutter die einzige war, die er noch zum Essen einlud. Der Wechselkurs ist ein Segen, wenngleich das nicht offensichtlich ist. Ich will nicht, dass sich der Rand wieder erholt. Aber die Regierung muss sich etwas für die Handelsvereinbarung mit der EU anfallen lassen. Die Verbrauchssteuern bringen uns noch um. Die Frau des Millionärs und Geschäftsmannes saß ihm schräg gegenüber. Sie war sehr hübsch, kein einziges Fältchen, rosa-rote Wangen. Ihr Ehemann saß zwei Stühle weiter, blass und müde und alt. Wir ziehen uns auf die Farm zurück. Ich halte es einfach nicht mehr aus, die vielen Verbrechen. Man lebt in ständiger Angst. Aber Hermann meint, er könnte die Firma von Buford West aus nicht leiten, sagte sie zu jemandem. Und die Polizei? Erwiderte der Arzt mit tiefer, selbstzufriedener Stimme. Klaut genauso wie alle anderen auch. Er spürte, wie sich sein Magen leicht verkrampfte. Es dürfte nicht leicht sein, heutzutage ein Polizist zu sein, sagte die Fabige neben ihm mit weicher, ehrlicher Stimme. Er sah sie an, ihre großen, verängstigten Augen hinter den Brillengläsern, und fragte sich, ob sie die Bemerkung des Arztes gehört hatte. Nein, es ist nicht leicht, antwortete er und nippte bedächtig am Wein. Glauben Sie, es wird sich ändern? Gute Frage, dachte er. Nein, ich glaube nicht. Oh, sagte sie. Er holte Luft, wollte es ihr erklären und hielt inne, erinnerte sich, dass es nichts nützen würde. Es hatte nie etwas genützt, selbst als er noch im Dienst gewesen war und versucht hatte, den nackten Fakten und Zahlen etwas Leben einzuhauchen. Zu wenig Geld, zu wenig Personal, zu groß der Unterschied zwischen Reich und Arm, zu viel Politik, zu viele liberale Gesetze, zu viel schlechte Presse. Scheiße, die Presse hatte ihn so frustriert. Die gute Arbeit und die Erfolge auf Seite 7, die Fehler und die Korruption auf Seite 1. Gehälter, die ein Witz waren, die in keiner Weise den Arbeitsbedingungen entsprachen, die langen Dienstzeiten, die Geringschätzung. Gelegentlich hatte er das alles zu erklären versucht, aber die Leute wollten es nicht hören. Es ist eben so, wie es ist, sagte er. Der Hauptgang bestand aus einem dampfenden, geschmackvollen und zart schmelzenden malayischen Hammelkurry. Er schmeckte geradezu die Freude des Kochs bei der Zubereitung und wünschte sich, ihn oder sie kennenzulernen und zu fragen, wie das Fleisch so unglaublich zart gelingen konnte. Er hatte einmal gelesen, wenn man es über Nacht in Buttermilch einlegte, verfeinere es den Geschmack, was besonders gut bei Currys funktioniere. Sie sind von Herden, nicht wahr? Noch mit vollem Mund lehnte sich der Arzt über den Teller der Unternehmerin. Er nickte. Welchen Rang haben Sie? Welchen was? Ich habe gehört, Sie seien Polizist. Welchen Rang haben Sie? Ich bin nicht mehr bei der Polizei. Der Arzt sah ihn an, nickte bedächtig und wandte sich dem Kulturattaché zu. Sind Sie noch immer ein Fan der Western Province, Ed Schmett? Ja, ja, aber es ist nicht mehr so wie damals, als Sie noch gespielt haben, Chris. Der Arzt zwang sich zu einem herzlichen Lachen. Das klingt ja so, als sei ich schon uralt, Ed Schmett. Manchmal juckt es mich noch immer wieder in die alte Kluft zu schlüpfen, alter Hase. Alter Hase. Auch wenn er kein Arzt wäre, müsste man sich über ihn aufregen. Vergiss es, sagte er, lass es sein. Er konzentrierte sich auf das Essen, nahm vorsichtig Fleisch und Reis auf die Gabel, kostete die Konsistenz und den Geschmack, dazu einen Schluck Rotwein. Die Kellner sorgten dafür, dass die Gläser immer gefüllt waren. Die Lautstärke der Unterhaltungen am Tisch nahm immer mehr zu. Die Gäste lachten ausgelassener, lauter. Die Wangen röteten sich vom Wein. Er betrachtete Hope Benneke. Sie hatte den Kopf geneigt, während sie zuhörte und dem Schriftsteller zunickte. Einem vollbärtigen Mann mittleren Alters mit einem Ohrring. Er fragte sich, ob sie die Gesellschaft genoss. Es schieden so. War sie so wie Wendy? Eine, die sich auf der sozialen Überholspur befand? Sie wirkte ernster als Wendy, jedoch so ernsthaft, so konzentriert, so darauf bedacht, das Richtige zu tun. Norman Vincent Peale ähnlich, so idealistisch. Eine Kanzlei für Frauen, als wären diese besondere Opfer. Jeder war verdammt nochmal ein Opfer, ob besonders oder nicht besonders. Zwischen dem Dessert und dem Café, kurz bevor die Bombe hochging, fragte die Unternehmerin, ob er Kinder habe. Er sei nicht verheiratet, antwortete er. Ich hab zwei, sagte sie, einen Sohn und eine Tochter. Sie leben in Kanada. Er meinte, dort müsse es sehr kalt sein und die Unterhaltung starb einen peinlichen Tod. Und dann begann der Arzt, Mozart in den Dreck zu ziehen. Die Kellner räumten die Dessertteller ab. Einigen war bereits der Kaffee serviert worden. Ein seltsamer Augenblick, dann alle am Tisch schwiegen und nur die kräftige, laute Stimme des Arztes war zu hören. Er beschwerte sich über seinen langweiligen Urlaub in Österreich. Die unfreundlichen Einwohner, die Kommerzialisierung, die Ausbeutung der Touristen, das öde Unterhaltungsangebot. Und was finden Sie nur an Mozart? Fragte er rhetorisch und Van Herden konnte nicht anders. Er antwortete, Mozart war eben ein Österreicher. Und plötzlich hatte er genug von diesem Mann und seinen Ansichten und seiner zur Schau gestellten Überlegenheit. Das war Waldheim auch und der war ein Nazi, erwiderte der Arzt, leicht irritiert durch die Unterbrechung. Aber wo man auch hinkommt, überall haben Sie dort ihren Mozart. Und wenn das Restaurant mal nicht nach ihm benannt ist, spielen Sie zumindest seine Musik an jeder Straßenecke. Seine Musik ist sehr schön, Daddy, sagte zwei Stühle weiter die Frau Doktor beschwichtigend. Ja, das ist die von Aber auch, bis man sie zum dritten Mal gehört hat. erwiderte der Arzt. Van Herden hörte den wütenden Stier in seinen Ohren heranstürmen. Irgendwann hört sich das doch alles gleich an. Und außerdem mangelt es seiner Musik an intellektueller Tiefe. Man muss nur mal den Barbier von Sevilla mit irgendeinem von Wagners Werken vergleichen. Der Barbier ist von Rossini, warf Van Herden mit rasiermesserscharfer Stimme ein. Mozart schrieb die Hochzeit des Figaro. Eine Fortsetzung des Barbiers. Unsinn, kam es vom Arzt. Doch, das stimmt, sagte die Schauspielerin von der anderen Seite. Sie hat trotzdem keine intellektuelle Tiefe. Sie isst und bleibt musikalische Zuckerwatte. Sie erzählen einen Scheiß, sagte Van Herden laut und deutlich und so wütend, dass selbst die Kellner in ihrer Arbeit innehielten. Was für eine Ausdrucksweise. Lecken Sie mich doch am Arsch. Was versteht ein Polizist schon von Musik? Der Arzt nun rot im Gesicht mit aufgerissenen Augen. So viel wie ein Arzt von intellektueller Tiefe, du Arschloch. Satopäck! Der Aufschrei drängend, flehend, kam von Hope. Aber das spielte keine Rolle mehr. Sie Nazi, sagte der Arzt, der sich nun halb erhoben hatte und dem die Servette vom Schoß fiel. Und dann erhob sich auch Van Herden und verpasste ihm einen Schlag. Hieb mit der rechten Faust gegen dessen Kopf und glitt davon ab. Kein direkter Treffer. Kurz verlor der Arzt das Gleichgewicht. Fing sich aber schnell. Stürzte sich auch Van Herden, doch der war bereit. Traf ihn erneut. Die Unternehmerin des Jahres kreischte und schlug die Hände über den Kopf, während sie zwischen den beiden Männern kauerte. Er traf den Arzt mit der rechten voll auf der Nase. Traf ihn erneut, diesmal den Mund. Er spürte Zähne brechen. Noch mehr Frauen kreischten. Hörte Hobbes schrille, hohe, verzweifelte Stimme. Nein, nein, nein! Der Arzt taumelte nach hinten gegen die Wand, verfing sich mit einem Bein am Stuhl. Van Herden über ihm holte, blind vor Zorn, zum letzten Schlag aus. Dann hielt jemand seinen Arm fest. Hinter sich hörte er eine ruhige, beschwichtigende Stimme. Ruhig, ganz ruhig, murmelte der Kulturattaché. Ganz ruhig, er war doch nur Dreiviertelspieler. Er drückte noch immer gegen den festen Griff des Mannes und sah auf das blutige Gesicht unter ihm, die glasigen Augen. Ganz ruhig, wiederholte der andere mit weicher Stimme und er entspannte sich. Tödliche Stille. Er ließ den Arm sinken, bewegte das Bein, um das Gleichgewicht wieder zu finden, und blickte auf. An der Stirnseite des Tisches stand fast auf Zehenspitzen Cara Anne Rousseau und in ihrem Gesicht der Ausdruck vollkommener sexueller Erregung. Sergeant Thomas Feuerlocke van Wuren, eine Randfigur meiner Sunnyside-Zeit, war eine Karikatur, ein Alkoholiker, der seine Leidenschaft für Brandy in Form eines blau geäderten Gesichts und einer Knollennase zur Schau stellte. Ein Mann Ende 50 mit einem ausladenden Bauch, unattraktiv und abgestumpft. Von allen Personen in der Dienststelle wäre er der Letzte gewesen, von dem ich dachte, er hätte einen bleibenden Einfluss auf mein Leben. Ich kannte ihn kaum. Wie in jeder Einrichtung des öffentlichen Dienstes gibt es auch bei der Polizei eine gewisse Anzahl dieser eher mitleiderregenden Gestalten, die auf einer bestimmten Beförderungsstufe stecken geblieben waren, sei es wegen gewissen Unzulänglichkeiten, offenkundiger Faulheit oder eines unverzeihlichen Fehlverhaltens, das Kanonenfutter der Bürokratie, das langsam, ohne Hast und ohne große Erwartungen der Pensionierung entgegentrudelt. Sarge Feuerlocke war immer da, aber ich glaube nicht, dass ich in den ersten beiden Jahren mehr als fünf Worte mit ihm gewechselt hatte. Ich saß in der Teeküche und paukte, die ersten Prüfungen für meinen Abschluss standen etwa in einem Monat an. Er kam herein, machte sich Kaffee, zog einen Stuhl an den Tisch und ließ den Löffel laut gegen die Tasse schlagen, während er umrührte. Du verschwendest deine Zeit mit dem Sargent-Examen, sagte er. Überrascht blickte ich auf und sah seine kleinen, blauen, wässrigen Augen, die mich aufmerksam musterten. Sarge? Du verschwendest deine Zeit. Ich schob die Bücher weg und verschränkte die Arme. Warum, Sarge? Du bist ein cleverer Junge von Herden. Ich hab dich beobachtet. Du bist nicht so wie die anderen. Er zündete sich eine Zigarette an, ohne Filter, stark riechender Tabak und überprüfte die Temperatur seines Kaffees, indem er vorsichtig daran nippte. Ich hab mir deine Dienstakte angesehen. Du warst der Beste im College. Du liest. Du siehst dir die Scheiße in den Zellen an und siehst die Leute und machst dir darüber Gedanken und stellst dir Fragen. Ich war erstaunt. Er ließ den Zigarettenrauch durch die Nasenflügel kräuseln, fasste in seine Hemdtasche und zog ein verknittertes Papier heraus, faltete es auseinander und reichte es mir über den Tisch. Es war eine Seite aus der Polizeizeitschrift Servamus. Verleihen Sie Ihrer Karriere neuen Schwung. Absorbieren Sie den Bachelorstudiengang in Polizeivissenschaft an der UNISA. Seit 1972 bieten SAPS und UNISA einen Universitätsabschluss an, der gezielt darauf ausgerichtet ist, ihre Arbeit vor Ort durch einen akademischen Abschluss professioneller zu gestalten. Es handelt sich dabei um einen speziellen dreijährigen Studiengang mit Polizeivissenschaft als Hauptpflichtfach und einem der folgenden Fächer als zweitem Hauptfach. Kriminologie, öffentliche Verwaltung, Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft. Es folgten eine Adresse und eine Telefonnummer. Ich sah, nachdem ich die Anzeige gelesen hatte, zu Sarge und Feuerlöcke von Wuren, zu seinem roten Haar, das er an einer Seite lang wachsen ließ, damit er die Strähnen über die sich unaufhörlich ausweitende, kahle Stelle kämmen konnte. Du musst das tun, sagt er inmitten eines weiteren Mundvollrauchs. Diese armseligen Prüfungen, und damit zeigte er auf meine ursprüngliche Lektüre, sind für Polizisten wie Broderick und seinesgleichen. Dann stand er auf, drückte die Zigarette im Aschenbecher aus, nahm seinen Kaffee und ging. Danke, Sarge, rief ich hinterher, aber ich weiß nicht, ob er mich gehört hatte. Im Laufe der Jahre dachte ich oft an diesen Augenblick in der Teeküche der Sunnyside-Dienststelle, an Thomas von Wuren und sein rätselhaftes Interesse und seine Ermunterung. Broderick, den er erwähnt hatte, war in der Sprache der alten Hasen ein Adjutant, ein großer, schroffer, ehrgeiziger Mann, der später als einer der Skrupellosesten, die damals in Flagblas dabei waren, fragwürdige Berühmtheit erlangte und der bereits in Sunnyside seine Bereitschaft gezeigt hatte, verhaftete, körperlich zu misshandeln. Van Wuren machte keinerlei Anstalten mehr, mit mir zu reden. Ein- oder zweimal wollte ich Kontakt mit ihm aufnehmen, nachdem ich mich in den Studiengang eingeschrieben hatte, doch er hatte sich hinter seine Festung der Abgestumpftheit zurückgezogen, als hätte unser Gespräch niemals stattgefunden. Was ihn dazu motiviert hatte, sich meine Dienstakte zu beschaffen, höchstwahrscheinlich ohne Genehmigung, die Seite aus der Zeitschrift herauszureißen und sie mir zu geben, werde ich nie erfahren. Ich kann nur Spekulationen anstellen. Die Wahrheit lag vielleicht in dem Unterschied begründet, den er zwischen Broderick und mir erkannt hatte. War es Van Wurrens Schwäche, dass er Kriminelle als Menschen ansah? Verbarg sich hinter seiner körperlichen Ungestalt eine Sensibilität, die er mit Brandy abtöten musste, um seine alltäglichen Aufgaben ertragen zu können? Er starb ein, zwei Jahre später an einem Herzinfarkt, allein zu Hause. Seine Beerdigung war eine kleine, traurige Angelegenheit. Ein Sohn nahm daran teil, das einzige Familienmitglied am Grab. Seine Mine war gefasst, erschien erleichtert zu sein, wie ich wahrzunehmen glaubte. Und seine Kollegen ergingen sich in den üblichen Weisheiten. Es war der Schnaps. Und dazu schüttelten sie den Kopf. Am Abend nach meinem ersten Abschluss sprach ich leise einen Toast auf ihn aus. Denn er hatte mir zwei Dinge geschenkt. Eine Richtung und Selbstachtung. Ich weiß, es klingt melodramatisch, aber will man überzeugen, muss man anschauliche Vergleiche ziehen. So ähnlich wie bei den kitschigen Anzeigen für Diätprogramme mit Vorher- und Nachher-Fotos, auch wenn diese oft genug retuschiert sind. Nach zwei Jahren in Sunnyside befand ich mich direkt auf dem Weg ins Nichts. Ich war frustriert, unmotiviert, war, was meinen Beruf anging, ins Trudeln geraten und wollte nicht zugeben, dass ich bei meiner Berufswahl einen Fehler begangen hatte. Mehr als in jedem anderen Beruf schaffte man es als Polizist, dass einem die Sinne abstumpften. Es geschieht durch endlose Routine und die Art der Arbeit. Man ist unablässig dem Bodensatz der Gesellschaft ausgesetzt, dem Abschaum, dem Perversen, den sozial und wirtschaftlich Benachteiligten, und manchmal auch nur den schlichtweg Bösartigen. Thomas von Wuren hatte mir in diesem Labyrinth eine Tür geöffnet. Und je größer meine akademischen Erfolge wurden, umso systematischer übernahmen die Motivation und Konzentration die Rolle eines Deus Ex Machina, der mich immer wieder aus dem beruflichen Treibsand zog. Ich begann, mich zu mögen. Oh, die Psychologie des positiven Feedbacks. Ihre Aufsätze zeigen einzigartige sprachliche und didaktische Befähigung. Es ist eine Freude, sie zu lesen. Ihre Einsicht in das Thema ist beeindruckend und beträchtlich über dem Niveau, das im Grundstudium erwartet wird. Gratulation! Was die Dozenten nicht sahen und ich nur auf einer unbewussten Ebene wahrnahm, war, dass das Studium für mich ein Rettungsanker darstellte. Ich lernte in jeder freien Minute, las mehr als notwendig, analysierte. Ich wählte Polizeiwissenschaft, Kriminologie und Psychologie als Hauptfächer und war nicht bereit, eines der drei aufzugeben. Jedes Jahr bestand ich in allen drei Fächern mit Auszeichnung, was mich sehr befriedigte. Ich wurde befördert, auch wenn die Beförderung auf mein absolviertes Sergeant-Examen zurückzuführen war und zur Dienststelle in Pretoria versetzt. Die drei Streifen bedeuteten mir reichlich wenig. Ich verfolgte sehr viel höhere Ideale. Meine Mutter war überaus glücklich, dass ihr Sohn endlich ein Ziel gefunden hatte, dass ich endlich eine Ausbildung erwarb. Sonntag, 9. Juli, noch vier Tage. Um sieben Uhr morgens klopfte sie an seine Tür. Als er mit zerzaustem Haar und schlaftrunkenen Augen öffnete, trat sie aus der Dunkelheit. Der rote Fleck auf ihrer Wange leuchtete. Folge ihres Schlafmangels und ihrer Wut, der Machtlosigkeit, weil sie ihn nicht verstand. Sie lehnte mit dem Rücken an der grauen Wand, während er an der noch immer offenen Tür verharrte. schließen Sie die Tür, sagte sie, es ist kalt. Er seufzte, schloss die Tür, ging zum Sessel und setzte sich. Sie sind meine Auftraggeberin, Hope. Sie können mich jederzeit entlassen, Sie haben das Recht dazu. Warum sind Sie auf ihn losgegangen, von Herden? Weil ich es so gewollt habe. Sie senkte das Kinn. Langsam, schweigend, schüttelte sie den Kopf. Schweigen legte sich über den Raum. Wollen Sie Kaffee? fragte er ohne einen Anflug von Gastfreundschaft. Ihr Kopf bewegte sich noch immer von der einen zur anderen Seite. Sie blickte auf ihre Joggingschuhe, suchte nach Worten. Nein, nein, ich will keinen Kaffee, ich will antworten. Er sagte nichts. Ich versuche es zu verstehen, von Herden. Seitdem sie mich letzte Nacht mit dem blutüberströmten Mann neben dem Tisch haben sitzen lassen und einfach gegangen und davon gefahren sind, versuche ich zu verstehen, was in ihrem Kopf vorgeht. Sie waren, sind Sie deswegen so wütend, weil ich Sie habe sitzen lassen? Sie hob den Kopf, sah ihn an und brachte ihn mit ihrem Blick zum Schweigen. Als sie wieder das Wort ergriff, klang ihre Stimme noch weicher. Sie waren einmal ein Gesetzeshüter von Herrn und nach allem, was man hört, ein ziemlich guter. In den vergangenen Tagen hatte ich ausgiebig Gelegenheit, mir ein Bild von Ihnen zu machen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Sie ein intelligenter Mensch sind. Jemand, der Kausalzusammenhänge versteht, der das intellektuelle Vermögen besitzt, um zu erkennen, dass Handlungen und deren Folgen nicht getrennt voneinander betrachtet werden können und sich nicht nur auf die unmittelbar Beteiligten beschränken. Darum geht es doch in unserem Rechtssystem von Herden. Die Gesellschaft vor den weiterreichenden Folgen zu schützen. Denn es gibt immer weiterreichende Folgen. Sind Sie gekommen, um mich zu feuern, Hob? Sie zögerte keinen Augenblick, ließ sich von ihrem Kurs nicht abbringen. Was ich nicht verstehen kann von Herden ist, dass Sie sich selbst das Recht einräumen, jemanden zu verprügeln, ihre infantile Wut an einer schutzlosen Person abzureagieren, ohne auch nur einen Gedanken an die 19 anderen Personen am Tisch zu verschwenden. Schutzlos? Er war nicht schutzlos, er war Rugby-Spieler und er war ein Arschloch. Glauben Sie, es macht Sie männlicher, wenn Sie fluchen? Glauben Sie, Sie werden dadurch stärker? Sie können mich mal. Ich habe Sie nie gebeten, mich zu mögen. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Sie haben kein Recht, zu mir nach Hause zu kommen und mir zu erzählen, welch schlechter Mensch ich sei. Ich habe dem Arschloch eine verpasst, weil er es verdient hat. Er hat es doch den ganzen Abend nur darauf abgesehen, mit seiner beschissenen Arroganz. Ich habe nicht das Recht dazu? Sind Sie der Einzige, der sich alle Rechte herausnehmen darf? Als Gast in einem fremden Haus bei Cara Ann, auf deren Hilfe Sie angewiesen sind? Meinen Sie, Sie könnten einen Ihrer Freunde angreifen wie ein Halbirrer, nur weil Ihnen sein Gehabe nicht gefällt? Sie haben ihm mit den Fäusten klar gemacht, welch schlechter Mensch er ist. Das war Ihr gutes Recht. Aber wenn ich das mit Ihnen mache, auf vernünftige, zivilisierte Art und Weise, dann reagieren Sie plötzlich empfindlich. Wo bleibt Ihr Sinn für Gerechtigkeit, Van Herden? Er sank in seinen Sessel zurück. Ich sagte Ihnen doch, ich bin ein schlechter Mensch. Erneut entflammte blutrot der Fleck auf ihrer Wange, ein Glühen, das sich über das gesamte Gesicht ausbreitete. Sie beugte sich vor, weg von der Wand, heftig gestikulierend, während sie weitersprach. Ach, die große Entschuldigung, die Antwort auf alles. Ich bin ein schlechter Mensch. Denken Sie das mal zu Ende, Sie Feigling. Überlegen Sie mal, was geschieht mit der Gesellschaft, wenn jeder macht, worauf er gerade Lust hat, solange er nur zugibt, dass er ein schlechter Mensch ist. Wir können morden und vergewaltigen und andere hintergehen und täglich angreifen, weil wir schlechte Menschen sind. Damit lässt sich alles erklären. Damit lässt sich alles rechtfertigen und entschuldigen. Er stützte das Kinn auf, seine Finger bedeckten fast den Mund. Sie würden es nicht verstehen. Nein. Nein, ich verstehe es auch nicht. Genau darum geht es ja. Ich bin hier, weil ich es verstehen möchte. Wenn ich weiß, wer Sie sind, kann ich wenigstens versuchen, es zu verstehen, es zu begreifen. Aber Sie wollen ja nichts erzählen. Sie verbarrikadieren sich hinter Ihren unsinnigen Entschuldigungen, Ihren Ausflüchten, die auf jämmerlichen Argumenten beruhen. Reden Sie mit mir, Van Herden. Erzählen Sie mir, warum Sie so sind, wie Sie sind. Dann kann ich es vielleicht verstehen oder wenigstens Mitgefühl empfinden. Warum wollen Sie das wissen, Hope? Was ist mit Ihnen? Was spielt das für eine Rolle? Nächste Woche, wenn die Van Es-Sache vorbei ist, sind Sie mich wieder los. Dann können Sie Ihre Kanzlei für Frauen, die unglücklichen Opfer der Gesellschaft, weiterführen und müssen nicht mehr an mich denken. Also, was spielt das für eine Rolle? Ihr Verhalten letzten Abend hat mich und 19 andere Menschen berührt. Sie haben mir eine Erfahrung zuteilwerden lassen, auf die ich gut hätte verzichten können. Sie haben mich aufgewühlt. Sie haben mich gedemütigt, weil die anderen annehmen, sie wären mit mir erschienen. Deshalb bin ich davon betroffen. Ich bin jetzt ein Teil Ihres Verhaltens. Deshalb stelle ich diese Fragen, wenn Sie schon nicht den Mut aufbringen, es selbst zu tun, weil ich dadurch das Recht erhalten habe, es zu erfahren und zu verstehen. Er schnaubte und rümpfte die Nase. Ihre Reputation als großartige Anwältin ist beschmutzt worden, weil Sie in meiner Begleitung erschienen sind, und das gefällt Ihnen nicht. Sie sind davon überzeugt, nicht wahr, Van Herden, dass jeder so selbstsüchtig ist wie Sie. Sie ging auf ihn zu, Ihre Joggingschuhe gaben kaum ein Geräusch von sich. Sie setzte sich vor ihm auf den Beistelltisch. Beinahe berührte ihr Gesicht das Seine. Ihre Stimme klang eindringlich, die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus. Ich habe die Nationalpartei gewählt, Van Herden, vor 92, bei zwei Wahlen, weil ich geglaubt habe, dass die sogenannte getrennte Entwicklung, die der Rest der Welt Apartheid nannte, richtig sei, gerecht. Ich habe es geglaubt, wie mein Vater und meine Mutter, wie meine Freunde und deren Eltern. Wie meine Lehrer und Dozenten, wie die ganze weiße Bevölkerung von Blumfontein. Ich habe den afrikanensprachigen Zeitungen geglaubt und den afrikanensprachigen Fernsehen und Radio. Ich habe nichts hinterfragt, weil ich die Schwarzen so gesehen habe, wie sie alle gesehen haben. Als Menschen, die an Zauberei und an Tokolosche und an die Geister der Ahnen glauben, die im Haus und im Garten arbeiten und den Müll abholen und nach Livebuiseife riechen. Ich begleitete meinen Vater, wenn er unsere Hausmädchen zurück in die Township brachte und sah die verdreckten Straßen und die kleinen Häuser ohne Garten. Und ich war davon überzeugt, die getrennte Entwicklung sei richtig, weil sie doch so anders sind als wir. Warum legen sie keine Gärten an? Wie können Menschen so wenig Stolz besitzen? Homelands. Wenn sie schon so gerne andere ermorden, dann sollen sie es doch ein Tapanincho oder Mafi Kang oder ein Umtata tun. Jedes Mal, wenn sie eine Bombe hochgehen ließen oder in einem Restaurant Menschen erschossen, lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich war wütend. Ja, schütteln sie ruhig den Kopf an Herden, aber jetzt werden sie mir zuhören. Ich war wütend auf die restliche Welt, wenn sie wieder Sanktionen ausriefen oder uns kritisierten, weil ich dachte, sie haben keine Ahnung. Sie verstehen nichts. Sie kennen nicht unsere Schwarzen. Sie denken, unsere wären wie ihre, wie Sidney Poitier oder Eddie Murphy oder Whoopi Goldberg. Unsere sind anders. Sie zerstören und machen alles kaputt. Sie sind immer wütend und unfreundlich. Unsere unterhalten sich in Sprachen, die keiner versteht. Ihre sprechen dasselbe amerikanische Englisch, genau wie sie und tragen schöne Kleidung und geben im Film den Othello. Und dann kam 92 und ich hatte Angst von Herden, denn jetzt würden sie sich alles unter den Nagel reißen und alles ins Chaos stürzen, sodass schließlich das ganze Land wie ihre verdreckten Townships aussehen würde. In meiner Angst suchte ich nach Gründen, warum dies nicht geschehen dürfte. Das waren keine rationalen Argumente. Ich war nicht offen und hatte keinen Sinn für Gerechtigkeit, sondern Angst. Und dann stieß ich auf ein Buch über Mandela. Eine alte Biografie, die von einer holländischen Autorin verfasst worden war. Und als ich es gelesen hatte, fühlte ich mich wie neu geboren. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn man sich selbst plötzlich ganz anders wahrnimmt? Wenn man seine Ansichten, seine Meinung über seine Familie, seine Eltern, seine führenden Politiker, seine Biografie, seine Geschichte ändert. Und das alles innerhalb von zwei Tagen? Wenn man merkt, dass alles, was man geglaubt hat und wovon man überzeugt war, falsch gewesen und verdreht ist. Dass dem jegliche Einsicht fehlt, dass es vielleicht sogar böse ist. Aber auf eines bin ich stolz von Herden. Dass ich die Fähigkeit gehabt hatte, das zu tun. Mich für die Wahrheit zu öffnen. Zu sehen, nachdem ich so lange blind gewesen war. Und nachdem ich mich daran gewöhnt und die Schuld und die Demütigung aufgearbeitet, nachdem ich mich durch meine Wut gekämpft hatte und durch die Wut auf alle Weißen, die an meiner Verführung teilgehabt hatten, traf ich eine Entscheidung. Nie mehr wollte ich ein Urteil fällen, das auf Mangel an Kenntnissen, Wissen, Einsicht und Verständnis basiert. Ich wollte nach der Wahrheit suchen. Ich wollte Menschen nicht mehr nach ihrer Hautfarbe, ihrem Glauben oder ihren Handlungen beurteilen, bevor ich nicht verstand, warum sie so waren und so handelten, wie sie es taten. Und wenn sie glauben sollten, ich würde das jetzt sein lassen, ich würde ihre infantilen Entschuldigungen annehmen, wenn sie glauben sollten, sie könnten mich durch ihr Fluchtverhalten von meinem Kurs abbringen, dann haben sie sich gründlich geschnitten. Sie saß vor ihm und erstrich jeden Punkt ihrer Ausführungen mit einem energischen Fingerzeig, nur wenige Zentimeter von seiner Nase entfernt und dann musste sie über sich selbst lachen, ein kurzes spöttisches Pusten. Langsam atmete sie aus. Reden Sie mit mir. Das erste Wort sprach sie fast flehend. Er starrte mit leerer Mine an die Wand. Unsere Sicht auf die Welt ist einfach zu verschieden, Woher wollen Sie das wissen? Sie kennen mich doch überhaupt nicht. Ich weiß genug, Hope. Ich kenne Menschen ihres Schlags zu Genüge. Sie glauben, das Leben sei gerecht. Sie glauben, wenn man sich nur genügend anstrengt, ein gutes Leben zu führen, dann sei alles in Ordnung. Sie glauben, das färbe auf andere ab. Sie meinen, wenn sie sich anstrengen, dann werden andere es ebenfalls tun. Sie meinen, sie könnten damit eine Welle des Guten in Gang setzen, die alles Böse in der Welt fortspült. Ich kenne sie, Hope, weil ich auch einmal so gewesen bin. Nein, noch besser. Denn ich hatte meinen Moment der Offenbarung bereits lange vor 92. Um drei Uhr morgens warf ich einen Blick durch die Gitterstäbe in die Zelle der Polizeidienststelle in Pretoria. Und unter den 15 oder 16 Schwarzen, die dort drinnen waren, betrunkene Messerstecher und Vergewaltiger und Einbrecher, bemerkte ich einen Mann, der auf der Kante der Metallbank saß und einen Band mit Gedichten von Brighton Breitenbach vor sich aufgeschlagen hatte. Ein Schwarzer. Ich war Leutnantorp, der zweithöchste Beamte der Dienststelle. Ich ließ ihn rausholen und ihn in mein Büro bringen. Ich schloss die Tür und unterhielt mich mit ihm. Erst über Lyrik. Er war Lehrer in einer schwarzen Township, in Mamelodi. Sein Afrikaans war besser als meins. Er war verhaftet worden, weil er nach Mitternacht zu Fuß in einem weißen Viertel unterwegs gewesen war, auf dem Weg zum zwölf Kilometer entfernten Bahnhof. Er hatte einen Professor besucht, der an der Universität von Südafrika unterrichtete, auf dessen Einladung, weil er mit ihm über den Fortschritt seiner Abschlussarbeit über Breitenbach gesprochen hatte. Man hatte ihn eingesperrt, weil er ein Schwarzer war. Und was hatte ein Schwarzer zu dieser Tageszeit in einem piekfeinen weißen Viertel verloren? Das war mein Augenblick der Wahrheit. Es hat mich verändert. Und plötzlich meinte ich, eine Art weißer Gandhi zu sein, der in Schlafzimmern und Wohnzimmern die Botschaft des passiven Widerstandes verbreiten müsste. Ich machte es mir zur Aufgabe, Tankstellenwärter, Putzfrauen und Bedienungen in Cafés darauf anzusprechen. Auf witzige, freundliche Weise. Ich wollte sie als Menschen ansprechen. Ich wusste, wir kamen aus unterschiedlichen Kulturen. Aber Unterschiede sind nichts Falsches. Unterschiede sind schlicht und einfach nur Unterschiede. Denn im Grunde sind wir alle Menschen. Das war mir bewusst, Hope. Er sah sie an. Ihr Blick lag auf ihm. Sie war überrascht. Er sprach zu ihr. Sprach zu ihr wie ein Erwachsener, wie ein intelligenter Mensch. Und genau darum geht es. Ich dachte, wir wären alle gut, zumindest die meisten. Und lassen Sie sich gesagt sein, das war ein riesiger Sprung. Eine gewaltige Leistung für einen Bullen. Ich beging den großen Fehler zu glauben, wir wären alle gut, nur weil ich es war. Er verstummte. Er saß vor ihr in seinem abgewetzten Sessel und sah sie an. Lies den Blick über die mittlerweile vertrauten Konturen ihres Gesichts schweifen, spürte, mit welcher Intensität sie ihm zuhörte. Er hatte das Gefühl, dass sie zu nahe sei. Langsam erhob er sich, vorsichtig, um sie nicht zu berühren, um Körperkontakt zu vermeiden. Sein Mund war trocken. Er ging die wenigen Schritte zur Küchenzeile, schaltete den Wasserkocher an, drehte sich um. Ihr Blick war noch immer auf ihn gerichtet. Meine Mutter ist Künstlerin. Das sind ihre Werke. Er zeigte zur Wand. Sie schafft wunderbare Gemälde. Sie betrachtet die Welt und macht sie auf der Leinwand noch schöner. Ich denke, das ist ihre Art, sich vom Bösen, das in uns allen ist, zu distanzieren. Sie sagt, man müsse sich die ganze Geschichte ansehen, wenn man die Menschen verstehen will. Wir seien, was die Rückschau anbelangt, kurzsichtig. Wir würden nur bis zu den Römern und Griechen zurückblicken, manche vielleicht sogar bis zu Moses, aber man müsse viel, viel weiter zurückgehen. Manchmal sagte sie, wenn sie in ihrem Atelier arbeitet und es ganz still ist, hörte sie ein Geräusch und dann spürte sie, wie sich die winzigen Muskeln in ihrem Ohr zusammenziehen, um die Ohrmuschel in die Richtung des Geräusches zu drehen, wie bei einer Katze. Das sei für sie der Beweis, eine Erinnerung daran, dass wir nicht vergessen dürfen, bis zur Tierwelt zurückzublicken. Aber selbst meine Mutter würde nicht zugeben, dass wir böse Menschen sind. Sie kann es nicht. Genau wie sie. Weil sie glauben, sie seien gut. Sie sind ein guter Mensch. Weil sie niemals die Möglichkeit gehabt haben, das Böse in ihnen herauszulassen. Weil das Leben ihnen niemals die Gelegenheit dazu gegeben hat. Das Wasser kochte. Er drehte sich um, holte zwei Tassen aus dem Schrank. Kaffee, dachte er. Der Planet um den Sein und hob Benekes sozialer Kontakt sich drehte. Sie war mutig, dachte er. Hierher zu kommen? Das hatte bislang niemand getan. Zucker und Milch? Nur Milch, bitte. Er nahm den Karton aus dem Kühlschrank, guss Milch in ihre Tasse, brachte die beiden Tassen. Sie erhob sich vom Tisch und setzte sich in den Sessel gegenüber. Tausend Dinge lagen ihr auf der Zunge. Sie fürchtete aber mit einem falschen Satz den neuen, eloquenten, intelligenten, anderen, seltsamen Van Herden wieder zu verlieren. Er setzte sich. Verstehen Sie, Hope? Das Telefon klingelte. Er sah auf seine Uhr, stand auf, nahm den Hörer ab. Van Herden? Kann ich mit Mike Tyson sprechen? Es war Cara Ann. Wollen Sie mit Hope sprechen? Nein, Mike, mit Ihnen. Ich bin auf der Morningstar Road und kann Ihr Haus nicht finden. Können Sie mir den Weg beschreiben? Was will sie? Ich weiß nicht, wo Sie sind. Vor einem Tor. Neben dem Tor ist ein Schild mit der Aufschrift Tafelstelle. Die Abzweigung ist 100 Meter weiter. Wann weiß ich, dass ich da bin? Sie sehen zwei weiße Säulen zu jeder Seite des Eingangs. Kein süßes, kleines Namensschild? Nein. Hab ich mir gedacht. Bin in einer Minute da, Mike. Kommen Sie zum kleinen Haus, nicht dem großen. Es ist keine Holzfällerhütte, nehme ich an. Was? Ach, vergessen Sie es, Mike. Sie sind ein Boxer, kein Intellektueller. Die Leitung war tot. Er legte auf. Es war Cara Ann. Kommt sie hierher? Sie steht schon fast vor der Tür. Hope sagte nichts, sie nickte nur. Was will sie? Fragte er. Ich hab nicht die geringste Ahnung. Dann sahen sie die Scheinwerferlichter, die sich dem Tor näherten. Wenn sie zum Fluchen neigen würde, dachte Hope Beneke, dann hätte sie jetzt nur zu gern eines von Van Herdens Schimpfwörtern gebraucht. Die beiden Briefe trafen im Abstand von einer Woche ein. Einer enthielt die Berufung ins Morddezernat in Brixton, der andere eröffnete eine neue, unerwartete Abzweigung auf meinem Lebensweg. Lieber Satopek, Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Stellenanzeigen in den Sonntagszeitungen lesen. Deshalb möchte ich sie durch diesen Brief darauf hinweisen, dass die zunehmende Zahl der Studenten es notwendig erscheinen lässt, das Institut für Polizeivissenschaft zu vergrößern und eine neue Dozentenstelle zu schaffen. Bewerbungen für die Stelle werden entgegengenommen. Mit freundlichen Grüßen, Kobus Taljad, Professor. PS, wann kommen Sie, um Ihre Magisterarbeit mit mir zu besprechen? Wie trifft man eine solche Entscheidung? Nicht, indem man sein Augenmerk auf die angebotene Bezahlung legt, denn die Unterschiede waren nicht besonders groß. Nicht, indem man die beruflichen Anreize gegeneinander abwägt, denn beide Stellen hielten einzigartige Herausforderungen bereit. Arbeitsbedingungen? Es hängt davon ab, was einem gefällt. Ich glaube, letztendlich traf ich meine Entscheidung, weil ich mir mich selbst in der Rolle des Dozenten vorstellen konnte. Weil ich mir als Lehrer statt als ausübendes Organ in der Welt des Geistes besser gefiel. Dazu gesellte sich die Möglichkeit, einen Titel zu erwerben, der doch so viel mehr Gewicht hatte als ein Dienstdrang, sowie eines Tages die Doktorwürde zu besitzen, später gar Professor zu sein. Während meines Psychologiestudiums entwickelte ich die Theorie, dass die meisten, wenn nicht gar alle Entscheidungen, die wir treffen, einzig und allein dazu bestimmt seien, unser Ego aufzubauen. Die Wahl des Autos, der Kleidung, des Wohnviertels, der Freunde, der Lieblingsdrinks, das alles zielt nur darauf ab, der Welt ein bestimmtes Bild zu vermitteln, zu verkünden, das ist der Mensch, der ich bin. Sodass das Bild, das sich andere von einem machen, zum Spiegel wird, in dem wir uns selbst betrachten und wie Narziss uns selbst lieben können. Im Februar 1989 trat ich meine Stelle am Institut für Polizeiwissenschaft an der Universität von Südafrika an. Gleichzeitig zog ich in eine größere, bessere Wohnung in Sunnyside und tauschte meinen verbeulten Nissan gegen einen fast neuen VW Golf ein. Ich befand mich auf dem schamlosen, unwiderstehlichen Weg nach oben. Alles, was mir noch fehlte, war die große Liebe. Es gab Frauen in meinem Leben. Aus den kurzen Begegnungen der ersten Jahre in Pretoria wurden zweckmäßig längere Beziehungen. Im Rückblick muss ich, nicht ohne dabei ein gewisses Maß an Scham zu empfinden, zugeben, dass diese Beziehungen alles in allem der Bequemlichkeit entsprungen waren. Ich ließ mich nicht bewusst auf sie ein. Vielmehr bildeten sie einen natürlichen Zeitvertreib, bis ich mir die überwältigende Erfahrung der Liebe erschließen sollte, bis ich den intensiven, wunderbaren Augenblick genießen konnte, an dem ich einer Frau ins Antlitz schaute und wusste, sie war die eine. Alle Frauen warfen mir vor, ich hätte Angst davor, mich zu binden, Verpflichtungen einzugehen, einer der Lieblingsausdrücke, den sie, nehme ich an, aus Zeitschriften wie Cosmopolitan und Femina hatten, aus Artikeln mit Überschriften wie Zehntipps, wie sie es schaffen, dass ihre Beziehung hält. Und sie hatten Recht damit. Beziehungen, die sich zu vertiefen schienen, versuchte ich mit schwachen Ausflüchten abzubiegen. Wir haben doch keine Eile. Wir können uns doch erstmal noch besser kennenlernen. Und die Dauer der jeweiligen Beziehung stand häufig in direktem Zusammenhang mit dem Grad der Geduld, den die daran beteiligten Frauen mit mir aufbrachten. Lag ich so falsch? War es, ausgehend von den Regeln des Liebesspiels, so unmoralisch von mir, wenn ich das Zusammensein, den regelmäßigen Sex, die Verfügbarkeit ausnutzte, ohne Verpflichtungen einzugehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nie gelogen. Ich habe nie die ewige Liebe versprochen. Niemals eine tiefergehende Zuneigung vorgetäuscht, als jene, die ich zu geben bereit war. Denn keine von ihnen war die eine. Doch was Frauen noch lieber hören, als ich liebe dich, das sind die Worte, die den Weg zur Ehe pflastern. Ich bin kein Sexist. Ich spreche den Frauen jedes Recht zu, das sie für sich in Anspruch nehmen möchten. Um ganz ehrlich zu sein, ich gebe häufig und ohne Umschweife zu, dass Frauen vieles besser können als Männer. Vor allem auf dem beruflichen Feld. Sie verfügen über mehr Mitgefühl, mehr Takt. Sie sind nicht mit dem Fluch der testosterongesteuerten Aggression geschlagen. Sie besitzen das natürliche Talent, zwischen Problemen am Arbeitsplatz und den alles Vergiftenden auf Ehrgeiz und männlichem Ego beruhenden Machenschaften unterscheiden zu können. Aber dass sie eindeutig getrieben sind, sich einen Gefährten auf Lebenszeit zu suchen und eine Beziehung durch all ihre konventionellen Stadien voranzutreiben, bis an deren Ende der Gang durch das Mittelschiff zum Traualtar steht, das kann ich aus erster Hand bezeugen. Mit einer Frau, dies war noch zu der Zeit, bevor ich zum Sergeant befördert worden war, einem hübschen, anständigen Afrikaner Mädchen aus irgendeiner Kleinstadt, Kohlesburg oder Brantford oder Kulenso, fuhr ich ins Autokino. Und nach der Hälfte des nicht erinnerungswürdigen Films begannen wir uns zu küssen und testeten die körperlichen Meilensteine einen nach dem anderen, hielten Händchen, legten den Arm um die Schulter, küßten uns erst vorsichtig, dann mit geöffneten Lippen, dann hatte ich meine Hand auf ihrer Brust, knöpfte ihre Bluse auf, zog ihr den BH aus, liebkuste die harten Brustwarzen, strich mit der Hand nach unten. Und in diesem Moment brachte sie mich mit festem Griff und einem atemlosen Nein, zum Halt. Ich hörte ihren stoßweisen Atem, spürte ihr galoppierendes Herz, sie war, um das unwürdige, beliebte, schauvinistische Wort zu gebrauchen, spitz. Doch das verheißene Land unter dem Gummizug ihres Höschens blieb außer Reichweite. Warum nicht? fragte ich sehnsüchtig. Weil wir nicht fest miteinander gehen. Verpflichtungen. Das wäre mein Fahrschein ins Paradies gewesen. Oft dachte ich über die Sexualmoral von Frauen nach, denn ich glaube, ich habe sie niemals verstanden. Was mich aber am meisten noch vor allem anderen faszinierte, waren die Bedingungen, die sie an die Ausübung von Sex knüpften. Der Sozialkontrakt der Liebe. Ich begriff, dass er als Verteidigungsmechanismus gegen den überwältigenden Drang des Mannes fungierte, seinen Samen zu sehen, wie meine Mutter es ausgedrückt hatte. Aber ich werde niemals Miss Kohlsbergs Wortwahl vergessen, oder wer immer das gesagt haben mochte, nicht, ich liebe dich nicht, sondern, weil wir nicht fest miteinander gehen. Sich zu verpflichten, das war die Währung, die Maut, die auf der Straße zur Intimität zu entrichten war. Der interessanteste Aspekt dieser bedingten Moral aber war die Grenze, die gezogen wurde. Es gab Frauen, wie das Mädchen aus Kohlsberg, dass die Grenze nur wenige frustrierende Zentimeter oberhalb des Bauchnabels festsetzte. Manche erklärten die Brüste zum Niemandsland, wenn nicht die Aussicht auf eine langfristige Beziehung bestand. Andere verschoben die Grenze weiter nach unten und erlaubten, dass man den Garten der Lüste berühren, aber nicht seinen Schwanz reinstrecken durfte. Man durfte küssen und liebkosen und lecken und den Fingern freien Lauf lassen. Aber sollten sich die Portale für den Sämann öffnen, musste man seinen Ausweis vorzeigen, sich verpflichten. Wendy. Darauf sollte ich zu sprechen kommen. Bei Wendy dachte ich zumindest, dass sie die eine sei. Für kurze Zeit. Die süße Wendy. Sie trat in mein Büro an der Universität von Südafrika, als ich noch die Kartons auspackte, brachte ihren süßen kleinen Körper mit, ihren blonden Bubikopf um ihr süßes kleines Gesicht, ein kleines hopsendes Energiebündel. Und dann machte sie ihren kleinen runden Mund auf und redete die nächsten zwei Jahre ununterbrochen auf mich ein. Ich denke, Wendy sah mich an jenem Tag und beschloss, dass ich derjenige war, den sie wollte. Wir sind Nachbarn. Ich bin bei der englischen Literatur gleich gegenüber vom Gang. Sie müssen der Neue der Polizeiwissenschaften sein. Mein Afrikanes ist nicht besonders gut. Ich komme aus Maritzburg und ich kann Ihnen sagen, Pretoria ist ein Schock. Mein Gott, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Wendy Bryce. Sie streckte mir ihre kleine Hand entgegen, schüttelte meine kräftig und sah mich unter ihrem blonden Bubikopf wie ein kleines Mädchen an. Eine Geste, die ich in den darauffolgenden Monaten und Jahren noch zu Genüge kennenlernen sollte. Wendy war ein Organisationstalent. Ständig organisierte sie ihr Leben um. Und sie organisierte das Leben der anderen Menschen, oft ohne dies zu wissen. Sie wusste, was sie wollte. Sie war zielstrebig. Wendy war Realistin. Sie war sich ihrer akademischen Grenzen bewusst, wusste, dass sie eine Frau in der Männerwelt der Universität und die gläserne Decke einer Honorarprofessorin die höchste Sprosse der Karriereleiter war, die sie erreichen konnte. Ihre Ambitionen aber lagen höher, woanders. Ich möchte nicht behaupten, dass sie sich bewusst, kalkuliert sagte, wenn ich schon nicht Professorin werden kann, dann heirate ich eben einen Mann, der mal einer wird. Doch die Grundzüge ihres Lebens hatte sie ausgearbeitet. Ich will heiraten und Kinder bekommen, Zed. Deine Kinder. Damit beendete sie gewöhnlich unter ihrem Bubikopf hervorspähend ihr Plädoyer bei der endlosen Reihe von Auseinandersetzungen über meine mangelnde Bereitschaft, Verpflichtungen einzugehen. Das Zed hatte sie von meiner Mutter gehört und sie hatte sich darauf gestürzt wie der Adler auf den Hasen. Wendy war völlig hin und weg von meiner Mutter. Von ihrem exzentrischen Verhalten, ihrem Status als Künstlerin, der Unterstützung, die sie mir bei meiner Karriere zuteilwerden ließ. Ich bin ganz ihrer Meinung, Mrs. Wee. Meiner Mutter gefiel das Mrs. Wee nicht. Ihr gefiel auch Wendy nicht, war aber, wie üblich, zu taktvoll, um dies zu sagen. Wie die meisten schönen Frauen beherrschte Wendy die Kunst der Manipulation. Und sie konnte der Macht, die ihr ihre Kurven verliehen, nicht widerstehen. Sie setzte ihre Kurven und ihren kleinen Schmollmund und ihren Bubikopfblick und ihr kleines Mädchengetue gezielt ein. Aber nie so offensichtlich, dass man sie darauf hätte festnageln können. Eher subtil, wie eine Taschendiebin. Trotz meines rückschauenden Zynismus war ich in den ersten Monaten unserer Beziehung in Wendy verliebt, weil sie so süß und die erste Frau war, mit der ich über Gedichte und Bücher diskutieren, von der ich lernen konnte. Und Wendy verschenkte ihre englische Literatur mit mehr Enthusiasmus als ihren Körper. Unser Sexualleben war seltsam. Zunächst war unsere Beziehung geistiger Natur, eine intellektuelle Entdeckung. Aber ich muss zugeben, dass ich mich von Anfang an zu ihrem kleinen Körper hingezogen fühlte. Der Stundenglasfigur, ihre kleinen Brüste und Taille und Hüfte, den süßen kleinen Rundungen des Hinterns, ihrer Beine, die makellose Miniaturskulpturen waren. Sie war eine kleine, aber vollkommene Taschenvenus. Leider blieben die Versprechungen, die ihr Körper bereithielt, genau das. Versprechungen. Selbst jetzt noch weiß ich nicht, ob sie mich manipulierte oder wirklich kein Interesse an Sex hatte. Für jede Penetration musste ich mich abmühen, jeden Orgasmus teuer erkaufen. Eine Stunde Vorspiel führte manchmal ins Nichts. Und wenn sie das ganze Opfer brachte, folgte unverzüglich nach meinem Höhepunkt eine Diskussion über meine Karriere. Im Allgemeinen darüber, dass diese nicht so recht vorankommen wollte. Wobei Wendy vor sich hin plapperte, mich niemals direkt angriff, sondern im Verkehrsstau ihrer Worte festsaß, die unendlich lange brauchten, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Am frustrierendsten aber war ihre Selbstkontrolle, die sie während des Geschlechtsaktes aufrechterhielt. Ihr entschlossenes Festhalten an der zivilisierten Seite der völligen Hingabe. Ihre kleinen und süßen und mit Bedacht ausgestoßenen Töne. Sie stürzte niemals in den Abgrund der Leidenschaft und verlor sich nie in der primitiven animalischen Lust. Erst einige Jahre, nachdem wir uns kennengelernt hatten, erfuhr ich die ganze Geschichte, die hinter ihrem Interesse stand. Sie hatte, bevor ich dem Institut für Polizeiwissenschaft beigetreten war, von dem akademischen Wunderkind gehört. Professor Kobus Taliat machte keinen Hehl aus seiner Bewunderung für meine Fähigkeiten und brachte diese offensichtlich seinen Nachbarn in der englischen Literatur gegenüber auch zum Ausdruck. Was bei mir die Frage aufwarf, mit wie viel Berechnung sie ihren ersten geschwätzigen Eintritt in mein Leben geplant hatte. Tatsache war, dass meine Karriere keineswegs stillstand. Sie ging voran, sehr schnell sogar, wie ich fand. Plötzlich bereitete ich Vorlesungen vor, die an Studenten außerhalb der Universität geschickt werden mussten, las und korrigierte Prüfungen und hielt hin und wieder selbst eine Vorlesung. Vorsichtig, unter den wachsamen Augen des Professors begann ich zu publizieren und meine Magisterarbeit anzugehen. Doch Wendy dürstete es nach Titeln. Frau, eines Doktors, eines Professors. Und von einem Magisterabschluss bis dorthin war es noch ein weiter Weg. Daher konzentrierte sie sich auf zwei Dinge, die Verlobung und die Arbeit. All unsere Gespräche, all ihre Aussagen und Meinungen und kleinen Parabeln kehrten letztendlich zu einem dieser Themen zurück. Es war ein Spiel. Es war der Maschinenraum, der die Energie für unsere Beziehung lieferte, der Dynamo, der uns vier Jahre lang vorantrieb, in denen ich abwehrte und verzögerte und ihre Avancen parierte, während sie anklagte, mich piesackte und langsam, aber systematisch die Beißzange zudrückte und meine Ausflüchte eine nach der anderen zerlegte. Und dennoch, unsere Beziehung endete nicht, weil sie mit dem Fuß aufstampfte und mich vor ein Ultimatum stellte. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, hatte nichts mit ihr zu tun. Es war der Geist von Baby Manewick, der zurückkam, um mich zu verführen. Cara Anne Rousseau trug Jeans, ein weißes Hemd und einen blauen Sweater und sah trotz allem frisch und ausgeschlafen aus. Der Arzt ist auf dem Kriegspfad, Mike. Er will sie vor Gericht bringen. Er will ihr Blut. Sein Ego, mein Freund, hat mehr abbekommen als sein Gesicht. Mike? fragte Hopeneke. Hatte du das nicht gesagt? Mike, wie Mike Tyson? Vergessen Sie's. Hope hat es mit dieser beschissenen, herablassenden Haltung auch schon versucht. Er hört sich sogar wie Mike Tyson an, meinst du nicht auch? sagte sie zu Hope. Dann wandte sie sich an Van Herden. Ich nehme an, eine Entschuldigung kommt nicht in Frage. Eine Frau mit Verstand, sie wären die Erste. Hope Benecke sah, dass er sich wieder in seiner aggressiven Muschel verschanzt und die Zugbrücke hochgezogen hatte. Sie hätte weinen mögen. Ich dachte es mehr, dass sie nicht der Typ sind, dem es leicht über die Lippen geht, sorry zu sagen. Deshalb mag ich sie ja auch. Aber sie haben zwei Probleme, Mike, und ich bin die einzige, die ihnen bei beiden helfen kann. Er schnaubte verächtlich. Nummer eins. Ich glaube, ich werde den guten Doktor dazu überreden können, von einer Anzeige Abstand zu nehmen. Ich werde ihn nicht nur daran erinnern, dass eine Sache wie diese sehr unvorteilhafte Publicity nach sich zieht, auf die wir beide gut und gerne verzichten können. So, und als letzten Ausweg kann ich ihn noch an die Nacht erinnern, in der er sternhagelvoll und ohne Wissen seiner Frau vor meiner Tür aufgetaucht war und mir gesagt hatte, wie Sie noch in der Lage sind, so weit zurück zu denken, Mike, dann erinnern Sie sich vielleicht, dass Sie derjenige waren, der mich um Hilfe gebeten hat. Zwei gute Gründe also, um nett zu Karin zu sein. Er bedachte sie mit einem abschätzenden Blick, erstaunt über ihre Wandlung von der Gastgeberin des vergangenen Abends zu dieser Person, die alles unter Kontrolle hatte. Warum fragte er sich diese plötzliche Machtdemonstration? Er stellte Berechnungen an, addierte die Karin von diesem Morgen zu jener, die er vergangene Nacht verlassen hatte. Die attraktive Frau im roten Kleid, die von der Schlägerei ungemein erregt worden war, ein Schatten, der schnell flüchtig vorbeihuschte. Ihm schwarte Übles. Sie können mich mal, sagte er. Ha, wie vorhersehbar! Wartet, dass Sie von mir auf die Knie fallen, Mike? Dazu ist Ihr Ego zu zerbrechlich. Deshalb bin ich gekommen, um Sie ein wenig zum Nachdenken zu bringen. Sowohl der Arzt als auch die Medien kosten ihren Preis. Die Geschichte ihres Lebens persönlich verfasst, wenn die Sache mit dem Testament über die Bühne gegangen ist. Dafür bekommen Sie Frieden an der medizinischen Front. Und den Artikel Morgen auf Seite 1. Sie ging zur Tür, öffnete sie. Ich nehme an, ich muss Sie nicht erst daran erinnern, dass die Zeit nicht unbedingt auf ihrer Seite ist. Sie ging hinaus. Auf Wiedersehen, Hope, waren die letzten Worte, die sie hörten, bevor sie die Tür schloss. Es herrschte Stille im Zimmer. Nur der Wind war zu hören, der durch die Äste strich. Und Carra Anns Wagen, als der Mercedes würde später kommen, etwa im Alter von 55, wenn sie nicht mehr jung, sondern nur noch würdevoll aussehen wollten. Er sah zu Hope Beneke. Sie hatte die Beine angezogen und die Arme um sie gelegt, dahinter fast versteckt ihr Gesicht, als wüsste sie, dass alles vorbei war. Was es auch war. Denn wenn Carra Anne Rousseau dachte, sie könne ihn erpressen, dann war sie von allen guten Geistern verlassen. Die Stille zwischen ihnen war zum Greifen. Schließlich stand Hope auf. Tun Sie mir einen Gefallen, sagte sie leise. Er blickte sie an. Bringen Sie den Vorschuss nicht wieder zurück. Behalten Sie ihn. Sie ging zur Tür, öffnete sie und trat hinaus, ohne sie hinter sich zu schließen. Er spürte, wie sein Zorn auffallte. Ihr ist seine Schuld wäre, wenn die Sache den Bach runterging. Als wären Cara Anne's Forderungen völlig gerechtfertigt. Den Arzt zur Raison zu bringen, hatte nichts mit Wilna van S. zu tun. Es war Cara Anne, die die beiden Angelegenheiten miteinander verquickte. Die wollte, dass das eine von dem anderen abhing. Was so unvernünftig war, dass man kein Jurist sein musste, um es zu BMW über den Schotterweg fahren, sah seine Mutter, die herangeritten kam und das Pferd zum Wagen lenkte, der mittlerweile angehalten hatte. Bei diesem Wetter mit dem Pferd unterwegs. Es konnte jeden Moment zu regnen beginnen. Die Wolken waren schwarz-grau, der Wind schneidend. Sie waren zu weit entfernt, er hörte noch nicht mal ihre Stimmen. Was hatten sie sich zu sagen? Dann gingen die Rücklichter des BMW an. Hope wendete den Wagen und folgte seiner Mutter zum großen Haus. Er knallte die Tür zu. Sie sollte seine Mutter in Ruhe lassen. Sie durfte sich nicht einmischen. Was hatten sich die beiden zu sagen? Scheiß drauf. Er musste die Wäsche machen. Er hängte im Badezimmer die nassen Sachen auf, als er die Tür aufgehen hörte. Er wusste, es war seine Mutter. Wo bist du, Seth? Hier. Sie trat herein, trug noch immer ihre Reitmontur. Nase und Ohren waren rot vor Kälte. Du sollst bei diesem Wetter doch nicht ausreiten, Ma. Du kannst ein Hemd nicht so aufhängen. Einen Moment, lass mich das machen. Sie nahm das Hemd vom Metallgestell der Duschkabine. Bring mir einen Kleiderbügel. Gehorsam ging er ins Schlafzimmer. Kein Wunder, dass deine Sachen so aussehen. Du musst dich besser um sie kümmern. Ma, ich bin 39. Man will es nicht glauben. Vor allem, wenn man sich in die Rolle eines gewissen Arztes versetzt. Schieb mir den Korb her. Ich werde das hier in den Trockner werfen. Ma, Seth, du bist ein erwachsener Mann. Deshalb habe ich bei vielen Dingen in Auge zugedrückt. Aber früher oder später musst du dir anständige Kleidung kaufen. Und du kannst nicht für den Rest deines Lebens deine Sachen mit der Hand waschen. Er schleifte den Wäschekorb zu ihr. Sie nahm die feuchten Kleidungsstücke und gab sie in den Korb. Aber ich werde es nicht bügeln. Nein, Ma. Was ist letzten Abend passiert? Das klingt, als wüsstest du es bereits. Sie antwortete nicht, sondern füllte nur den Korb. Nimm den Korb und bring ihn ins Haus. Ich will mit ihr reden. Sie drehte sich um und ging hinaus. Er erkannte diesen aufrechten Gang mit durchgestrecktem Rücken. Er hatte ihn schon lange nicht mehr gesehen. Er wollte nicht mit ihr darüber reden. Scheiße, sagte er leise und hob den Korb hoch. Es fiel feiner Regen. Plötzlich ließ der Wind nach, abgerissen worden war, weil sie in einer Scheußlichkeit wie dieser, einer spanischen Villa im südafrikanischen Stil, nicht wohnen wollte. Sie hatte den Bulldozern bei der Arbeit zugesehen und später erzählt, dass dies eines der angenehmsten Erlebnisse des vergangenen Jahrzehnts gewesen sei. Sie hätte einen kleinen Landbesitz in der Nähe des Bergriver erwerben können, zwischen Pal und Stellenborsch. Sie hatte das Geld dazu, doch stattdessen hatte sie sich für dieses Grundstück entschieden, am flachen Abschnitt hinter dem Blueberg, im Port Jackson Gürtel zwischen dem Meer und der N7, so dass ich immer in die Berge kann, wenn ich sie brauche, was immer sie damit gemeint haben mochte, und hatte ihr Haus errichten lassen mit klaren weißen Linien, großen Fenstern, geräumigen Zimmern und den Stellen. Die in einem der alten ursprünglichen Gebäude, wahrscheinlich dem alten Haus des Pächters, das er auf ihr insistieren hin halbherzig renoviert hatte, nachdem er nicht mehr zum Dienst zurückgekehrt war. Er trug den Korb in die Küche, wo sie bereits ungeduldig auf ihn wartete. Er erblickte das Tablett neben dem Ausguss, leere Kaffeetassen, zwei Stück insgesamt und in einer Schale Mürbe Gebäck. Seine Mutter und Hope Benecke, ganz vertraulich. Sie öffnete die Tür des Trockners, lud die Maschine. Du weißt, Satopek, ich habe nie etwas gesagt. Ma, dass sie seinen vollen Namen gebrauchte, verhieß nichts Gutes. Fünf Jahre lang habe ich nichts gesagt. Sie richtete sich auf, streckte sich, stemmte die Hände in die Hüften, drückte die Knöpfe an der setzte sich. Nimm Platz, Satopek. Er gab einen tiefen Seufzer von sich und ließ sich am Tisch nieder. Der Trockner erhöhte die Geschwindigkeit und sang seine monotone Melodie in den Raum hinein. Ich habe nichts gesagt aus Respekt vor dir, weil ich dich für erwachsen halte und weil ich nicht alles weiß. Ich weiß nicht, was an jenem Abend mit Nachel passiert ist. Ma. Seine Mutter in der Rolle des disziplinierenden Elternteils. Er kannte ihre Manierismen so gut. Aber das war alles schon so viele Jahre her. Er sah sie, wie sie in Stil von Tane gewesen war. Sah die Erosion des Alters. Mitgefühl erfüllte ihn. Sie war plötzlich so alt geworden. Ich muss was tun, Satopek. Ich muss was sagen. Du bist mein Kind. Dein Alter kann nichts daran ändern. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist jetzt fünf Jahre her und du kommst nicht darüber hinweg. Ich bin darüber hinweg gekommen, Ma. Das bist du nicht. Er sagte nichts. Meine Mutter, Satopek, bediente sich in solchen Fällen der emotionalen Erpressung. Sie hätte jetzt vor dir gesessen und dich gefragt, weißt du, dass du deiner Mutter das Herz brichst? Sind dir meine Gefühle denn vollkommen egal? Das habe ich nie mit dir gemacht. Welche Gefühle bei mir hervorgerufen werden, hat nichts mit der Sache zu tun. Und es würde auch nicht helfen, wenn ich dir eine Predigt halte, denn du bist ein intelligenter Mann. Du weißt, es liegt einzig und allein bei dir, welchen Sinn du deinem Leben verleihst, in welchem Maß du als Mensch wächst. Du weißt, dass du wählen kannst, dass dir immer mehrere Möglichkeiten offenstehen. Ja, Ma. Und eine Möglichkeit wäre, einen Psychologen aufzusuchen, Satobek. Er betrachtete seine Hände. Und wie ich von Hope erfahren habe, gibt es eine weitere Möglichkeit, die du heute noch in Anspruch nehmen kannst. Ich werde mich nicht auf diesen dummen Erpressungsversuch einlassen, Ma. Mach das richtige, das Richtige. Ja, mein Kind, das Richtige. Sie sah ihn mit eindringlichem Blick an. Er wich ihr aus. Sie stand auf. Ich werde jetzt ein Bad nehmen. Du hast einiges, worüber du nachdenken musst. Du kommst nicht darüber hinweg. Er lag ausgestreckt auf seinem Bett, hatte die Hände hinter dem Kopf verschränkt, war sich kurz bewusst, dass er in den letzten Jahren 40 bis 50 Prozent seiner Zeit in dieser Position verbracht hatte. Die Worte seiner Mutter im Ohr. Sie hatte die Meute wieder losgelassen. Sie wusste noch nicht einmal, was dieses darüber war. Sie dachte, wie es seine Kollegen und Freunde getan hatten, als es sie noch interessiert hatte, dass er sich in übertriebenem Maß selbst die Schuld an Nagels Tod zuschrieb. Weil er in diesem lebenswichtigen Augenblick das einmal, zweimal getroffen hatte. Nagel, der lautlos zusammensackte, während Blut und Gewebe an die Wand spritzten. Einen Augenblick, der sich für immer seinem Gedächtnis eingeprägt hatte. Und dann traf er das Ziel, aus Angst, nicht aus Rache, aus Angst zu sterben. Und er traf es einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Plötzlich war er zum ersten Mal in seinem Leben ein Top-Schützer. Sah den Killer nach hinten taumeln, fallen, feuerte, bis seine Z-88 leer war. Koch zu Nagel, dem gesichtslosen Nagel, wiegte den zerschmetterten Kopf in Händen. Nagel, der noch atmete, der bei jedem Atemstoß Blut über sein weißes Hemd schwappen ließ. Er sah das Leben aus Nagel sickern und schrie zum Himmel, stieß einen tiefen animalischen laut aus, denn in diesem Augenblick wusste er mit absoluter überwältigender Sicherheit, dass nichts mehr so sein würde wie vorher. Ein Laut, der aus den Tiefen seines Körpers brach, aus seinem innersten Wesen, während er in den Himmel brüllte. So fanden ihn die anderen, auf den Knien, Nagels zerschmetterten Kopf in Händen, Nagels Blut auf seiner Kleidung und die Tränen, die ihm über die Wangen liefen. Und sie dachten, er wein um Nagel und sie trösteten ihn und lösten seine Finger und führten ihn weg und trösteten ihn aus tiefer Bewunderung für seine Treue, seine Liebe zu einem Kameraden, unterstützten ihn in den kommenden Tagen und Wochen und hüllten ihn ein in ihr Verständnis, als er schließlich sagte, er werde nicht mehr zurückkehren. Er sei zu tief verletzt, traumatisiert, sowas passierte, sie verstanden es, sowas passierte, und das war auch gut so, zeigte es doch, dass auch Polizisten Gefühle hegten, er sei ein Beispiel dafür. Er hatte sie alle getäuscht, sie und seine Mutter. Die Wahrheit, die ganze Wahrheit lag tiefer, sehr viel tiefer. Dieser Augenblick war nur die Spitze eines Eisbergs, der aufgedunsene Körper der Täuschung, der unter einem Meer von Lügen verborgen lag. Aber er hatte sich davon erholt, hatte sich hindurch gearbeitet, war zwei, fast drei Jahre später auf der anderen Seite aufgetaucht, als der Schmerz der Wahrheit weggeschlossen und nur noch das Wissen um sich selbst übrig geblieben war. Das Wissen um sich selbst und das, was er daraus ableitete, dass nichts zählte, dass niemand zählte, dass alle Tiere waren, manipulierende, primitive Wesen, die unter der dünnen, künstlichen Schicht der Zivilisation um ihr Überleben kämpften. Es hatte ihn verändert. Das war es, was seine Mutter nicht verstand und was Hope Benecke nicht verstand, was ihm eine Einsicht verlieh, die ihnen fehlte. Jeder war schlecht. Die meisten wussten es nur noch nicht. Und nun wollte seine Mutter, dass er das Richtige tat. Das Richtige war, zu überleben, sicherzustellen, dass sich keiner verscheißerte. Die Ärzte. Nachel hatte im Krankenwagen im Krankenhaus noch gelebt. Sie hatten ihn hinter geschlossenen Türen operiert und waren dann herausgekommen, hatten mit der Schulter gezuckt und gesagt, nein, er habe keine Chance. Hatten seine Verletzungen mit großen Worten erklärt, diesen beschissenen großen Worten, mit denen sie einen vom Menschen zum Patienten reduzierten. Große Worte, mit denen sie den zerschmetterten Kopf und das Loch in der Brust erklärten. Aber sie hatten den Rotbandkiller gerettet, hatten Van Herdens Bleigeschosse aus ihm entfernt, hatten ihn an ihre Maschinen angeschlossen, Flüssigkeiten in ihn hineingepumpt, aufgeschnitten und wieder zugenäht und hatten ihn leben lassen, während Nachel in dem kalten, weiß gefließten Raum starb, während der letzte Funke Leben aus seinen Augen schwand. Und er hatte draußen gestanden, Blut auf seinem Hemd und hatte schreien wollen, weil er sich nun in seinem Wagen setzen und die Spitze des Eisbergs. Und jetzt wollte seine Mutter, dass er das Richtige tat. Das Richtige wäre, Cara Anne Rousseau zu sagen, dass sie sich mit ihrer hübschen Machtdemonstration ins Knie ficken könne. Er lasse sich nicht manipulieren. Und Hope Benneke müsste er sagen, dass ihr guter Kampf sinnlos sei. Die Sache war gestorben und Wilna van S. würde auch ohne die hatten. Nichts, was er tat, würde irgendetwas ändern. Außer vielleicht, wenn er Cara Anne Rousseau in ihre Schranken beißen würde. Sie war nicht die Einzige, die dieses Spiel spielen konnte. Aber wozu? Seine Mutter und Hope Benneke hatten bei Kaffee und Gebäck wahrscheinlich nett über ihn geplaudert. Seltsam, dass sie sich unten auf der Straße so schnell gefunden hatten. Nur ein, zwei Worte am BMW und schon wurde sie eingeladen. Seltsam. Und jetzt wollte seine Mutter etwas von ihm. Die einzige Person, der er wirklich etwas schuldete. Es gab nur eines zu tun. Täuschen. Cara Anne, hier ist Hope, sagte sie am Telefon. Hallo? Ich würde gerne wissen, warum du das getan hast. Am anderen Ende der Leitung war ein Lachen zu hören. Ich glaube nicht, dass du das verstehst, Hope. Ich würde es gern versuchen. Bei allem Respekt, Hope, aber das ist nicht deine Liga. Meine Liga ist Wilna von S. Sie hat mit allem, was zuletzt geschehen ist, nichts zu tun. Das klingt ganz so, als ob du glaubst, dass unser Mike nicht auf das Angebot eingeht. Bitte Cara Anne, ich bin nicht diejenige, die du bitten solltest, mein Engel. Plötzlich wusste sie nicht mehr, was sie sagen sollte. Ich muss Schluss machen, jemand ist an der Tür. Ich wünsche dir einen starken Ellenbogen, Hope. Sie legte auf. Was wollen sie wirklich? Fragte er, als sie die Tür öffnete. Einen Augenblick lang war sie überrascht, dann lächelte sie. Kommen sie rein, sagte Peck von Herden. Welch wunderbare Überraschung. Sie schloss hinter ihm die Tür, zog ihn fest an sich, legte ihm die Hand um den Kopf und küsste ihn auf den Mund. Ihre Finger zogen an seinem Haar, ihr Körper presste ihn mit kleinen drängenden Bewegungen gegen die Tür. Dann schob er sie weg und sagte verpissen sie sich. Und sie stand vor ihm. Ihr Lippenstift war verschmiert und sie keuchte und lachte und er sagte, sie sind krank. Ich wusste, sie würden es verstehen. Und ein schlechter Mensch. Genau wie sie, aber stärker, viel stärker. Ich habe ein Gegenangebot. Schießen sie los. Vergessen sie den Arzt. Meinetwegen soll er Anzeige erstatten. Es geht hier nur um uns beide. Was ist das nur mit ihnen und den Ärzten Satopek? Ich gebe ihnen, was sie wollen. Für die Publicity. Einzig und allein für die Publicity. Aber erst, wenn alles vorbei ist, ja? Ja. Kann ich ihnen trauen? Nein. Und wenn die Geschichte ihres Lebens nicht alles ist, was ich will? Sie wollen, dass ich ihnen Schmerzen zufüge, Karan. Ja. Ich habe sie letzte Nacht gesehen. Ich weiß. Sie brauchen Hilfe. Sie lachte auf, ein einzelner bellender Laut, der die Eingangshalle erfüllte. Und Sie werden mir helfen, Satopek van Herden? Akzeptieren sie mein Gegenangebot? Unter einer Bedingung. Welcher? Wenn sie mich wieder wegschieben? Ja? Dann halten sie sich nicht zurück, van Herden. Lassen sie ihre ganze Wut raus. Irgendwann während der in Routine erstarrten akademischen Jahre nahm ich spätabends an eine dieser sinnlosen Diskussionen teil, die geführt werden, wenn die Leute gerade so viel getrunken haben, dass es ihnen nicht mehr peinlich ist, wenn sie blanken Unsinn erzählen. Die anderen Gesprächsteilnehmer habe ich lange schon vergessen. Derjenige, der die Theorie aufgeworfen hatte, ist mir nur noch schemenhaft in Erinnerung. Doch es drehte sich um das Schicksal und ob es möglich wäre, dass es Parallelwelten gab. Angenommen, so der Ausgangspunkt der Diskussion, die Wirklichkeit teile sich wie eine Straße und das jedes Mal, wenn eine wichtige Entscheidung zu treffen ist. Da einem im Allgemeinen zwei Möglichkeiten offenstehen, würde dies in einer Aufspaltung der Welt resultieren. Man hat jeweils die Wahl zwischen einer breiten und einer schmalen Straße. Und da schwierige Entscheidungen häufig in einem fragilen Gleichgewicht verschiedener Möglichkeiten getroffen werden, kann bereits der unbedeutendste, winzigste Grund die gefährdete Balance zerstören. Und weiter angenommen, du und deine Welt existieren in beiden Wirklichkeiten fort und mit ihnen all die anderen Welten, die man mit seinen Entscheidungen früher bereits geschaffen hat, so lebt man dann in jeder Parallelexistenz mit den Ergebnissen seiner Entscheidungen. Es war ein amüsantes Spiel, eine quasi intellektuelle Übung, die Science Fiction Autoren reichlich Stoff lieferte und mich jahrelang verfolgte. Vor allem nachdem Baby Manewig so plötzlich wieder in mein Bewusstsein gedrungen war. Es begann mit zwei Artikeln in derselben Ausgabe der Law Enforcement über die miteinander verwandten Disziplinen des Profiling und die Signature Erkennung von Serienmörlern in den USA. Einer stammte vom Leiter der FBI-Abteilung für Verhaltensforschung, der andere von einem leitenden Detektiv, der für die Staatsanwaltschaft in Seattle, Washington arbeitete. Beide Verfasser wurden später zu legendären Vertretern ihres Fachs. Unter beruflichen Gesichtspunkten stellten die beiden Artikel inhaltlich eine Revolution dar. Einen großen kriminologischen Wurf, der die Lücke zwischen angewandter Psychologie und praktischer Polizeiarbeit beträchtlich verringerte. Für mich allerdings war die Lektüre weniger eine akademische als vielmehr eine persönliche Erfahrung. Denn die präsentierten Tatsachen, der Modus Operandi, die Beispiele, auf denen beide Artikel ihre Argumente aufbauten, waren eine Blaupause des Mordes an Baby Manewig. Sie ließen unsere tote Nachbarin wieder aus ihrem Grab auferstehen, weckten erneut die Erinnerungen an sie und ließen diese mit großem Pomp und Getöse in meinem Bewusstsein vorbeiziehen und lenkten den vorhersehbaren Pfad meines Lebens in eine überraschende neue Richtung. Und nun bedarf es einiger Erläuterungen, denn in den nachfolgenden Jahren lernte ich, dass die Gefühle, Serienmörder wecken, unter der Bevölkerung zu einer falschen Wahrnehmung und zu Ansichten führen, die mit der Wirklichkeit nur wenig gemein haben. Als erstes ist zwischen Serienmördern und Massenmördern zu unterscheiden. Erstere sind die Ted Bundys dieser Welt. Auf tragische Weise beschädigte Menschen, die auf mehr oder minder die gleiche Art ein Opfer nach dem anderen töten. Es sind ausnahmslos Männer, ihre Opfer gewöhnlich Frauen. Es sei denn, es handelt sich beruht auf ihrer völligen Unfähigkeit, gesellschaftlich in irgendeiner Weise wahrgenommen zu werden. Obwohl ich das nur äußerst zögerlich sage, denn durch Verallgemeinerungen wie diese mache ich mich, ähnlich wie die Massenmedien, schuldig, für ein sehr komplexes Thema eine doch recht eindimensionale Erklärung zu liefern. Massenmörder dagegen sind jene, die in den Glockenturm der Universität hinaufsteigen und wild um sich knallen oder das Gleiche an einer Straßenecke tun, im Gegensatz zum mehrfachen geplanten Aufspüren eines einzelnen hilflosen Opfers, wie dies bei Serienmördern der Fall ist. Massenmörder sind die Shootingstars im hellen Tageslicht. Sie schwingen die Sense des Todes, im Augenblick lodernden Unheils, werden meistens schnell gefasst und lassen letztendlich zahllose Fragen unbeantwortet. Serienmörder sind die verdeckten Kometen des dunklen Firmaments, die immer und immer wieder ihrer Bahn der Zerstörung folgen, heimliche Diebe der Nacht. Ihr Verbrechen ist ein Schaufenster ihre Macht, der vollständigen Herrschaft über das Opfer und dessen Demütigung, der erbärmliche Versuch, sich für den völligen Mangel an normalen, gesunden, sozialen und sexuellen Beziehungen zu rächen. Baby Manowicks Akte war ein klassisches Beispiel. Sie passte perfekt auf die Psyche eines Serienmörders. Wenn die Ansichten und Theorien der beiden Artikel stimmten, hieß dies, dass es möglich war, Baby Manowicks Mörder zu identifizieren. Hatten doch die beiden Verfasser konzeptuelle Modelle für Täter präsentiert, deren Verhalten und deren Lebensweise Ähnlichkeiten aufwiesen. Denn üblicherweise handelt es sich dabei um unverheiratete Männer mit einem Minderwertigkeitskomplex, die noch bei ihrer dominierenden oder promiskuitiven Mutter wohnen und denen nach einer Machtposition verlangt, wie sie von der Polizei oder den Streitkräften geboten werden. Gewöhnlich leben sie allerdings eher am Rand der Low-and-Order-Welt und gehören zum Beispiel einem Sicherheitsdienst an. Sie haben ein Fable für Pornografie, wobei der Schwerpunkt auf Bondage liegt, mit allen möglichen Variationen des Themas. Sie sind vorhersehbar, identifizierbar, unzufassen. Damals bedeutete das auch, dass Baby Manowick nicht das erste oder einzige Opfer ihres Mörders gewesen war. Serienmörder sind, laut den Verfassern der Artikel, wie Unternehmer, die mit jedem Mord an Effizienz gewinnen, selbstbewusster werden, für die sich durch jeden neuen Erfolg neue Perspektiven, die Vianten Verhaltens, der Herrschaft, Kontrolle und Demütigung auftun. Der Manowick-Fall, an dessen Einzelheiten ich mich nur allzu gut erinnerte, zeugte von einem effizienten, hochentwickelten, erfahrenen Täter. Ich las die Artikel unzählige Male, immer wieder, durchlebte erneut meine Scham am Holzzorn, sah meine unbeantworteten Fragen mit einer Deutlichkeit vor mir, die mich überraschte. Die neuen Erkenntnisse fegten mühelos die dünne Staubschicht von meinem Gedächtnis, die sich in den Jahren seit meiner Jugend über den Vorfall gelegt hatte. Ich dachte darüber nach. Wenn ich mich an alles so leicht, so klar erinnern konnte, hieß dies, dass Baby Manowick wie ein psychologisches Bleigewicht an meinem Hals hing, ein Krebsgeschwür in meiner Psyche, das sich unsichtbar in meinem ganzen Körper ausgebreitet hatte. War das der Grund, warum ich keine feste Beziehung eingehen konnte? Oder nur ein Faktor von vielen? Welche anderen Bereiche meines Lebens waren dadurch vergiftet worden? Ich dachte lange darüber nach. Und ich fand berufliche Anreize. Ich analysierte die Auswirkungen auf die praktische Polizeiarbeit, den Einfluss, den dies auf die Ermittlungsmethoden hatte und verwies auf die Pflicht, die wir als Universitätsinstitut besaßen, den ausführenden Arm des Gesetzes von dem neuen Wissensstand in Kenntnis zu setzen. Vorherrschend aber war der Drang zu handeln, die Vergangenheit zu entschleiern, den Schuldigen zu erkennen und ihn bloßzustellen, den Geist zu begraben. Und wenn mir die akademische Welt etwas beigebracht hatte, wie jeder einzelne Schritt mit dem verfügbaren Kenntnisstand abzugleichen war, wie man auf dem festen Boden des Bewiesenen voranschreitet, um nicht im Treibsand wilder Theorien zu versinken. Schritt eins würde sein, mich ganz in das Thema zu vertiefen. Zwei Wochen lang arbeitete ich an einer Schrift, die die Grundzüge meiner Doktorarbeit darstellte und die ich Professor Kobes Tal Jad vorlegte, nachdem ich sie mehrere Male umgeschrieben hatte. Er war ein sehr integerer, sehr besonnener Akademiker. Und ich wusste, dass der Schritt, mit dem ich auf neues Terrain vorstoßen wollte, von mir eingehend begründet werden musste. Doch eröffnete sich dadurch auch die Möglichkeit, dass wir zu pionieren wurden, akademischen Entdeckern aus der rückständigen dritten Welt, die vielleicht, wie Chris Barnard, dem belächelten Flecken Afrikas einen Platz an der Sonne sicherten. In aller Bescheidenheit fanden wir vielleicht Anerkennung auf unserem Gebiet und einen kleinen Platz im kriminologischen Scheinwerfer Licht. Aus diesem Grund brauchte der Professor nicht lange, um der vorgeschlagenen Doktorarbeit zuzustimmen. Und, was noch wichtiger war, dem Forschungsaufenthalt in den USA. Zwei Monate später packte ich meine Koffer und trat die Reise an, die mich, wie ich glaubte, zum Mörder von Baby Mahneweg führen würde. Kapstadt Bei privaten Ermittlungen zu einem kaltblütigen, bereits neun Monate zurückliegenden Mord an einem Geschäftsmann aus Tigerberg wurde nun ein Durchbruch erzielt. Nicht nur weisen die bisherigen Erkenntnisse auf ein weit verzweigtes Verbrechernetz hin, es werden auch erneut Fragen nach der Effizienz der südafrikanischen Polizei laut. Große Summen amerikanischer Dollar, gefälschte Personalausweise, und eine Verbrechensspur, die bis in die 80er Jahre zurückführt, das sind die wichtigsten Hinweise, die von einem ehemaligen Polizeibeamten des Morddezernats in Kapstadt aufgedeckt wurden, der im Mordfall Johannes Jacobus Smith aus der Morletta Street in Durbanville ermittelt. Die Namen der Beteiligten, unter anderem der Täter, werden in absehbarer Zeit den Behörden übergeben. Mr. Smith, Bild rechts, wurde vergangenes Jahr in seiner Wohnung gefoltert und mit einem Schuss aus einem M16-Sturmgewehr exekutiert, nachdem ein nachträglich im Haus installierter Safe geplündert worden war. Über den Inhalt des Safes war zum Zeitpunkt der Tat nichts bekannt. Starke Verdachtsmomente allerdings lassen vermuten, dass es sich dabei wenigstens zum Teil um große Summen fremdländischer Währung gehandelt hatte. Die Privatermittlungen wurden von der Geschäfts- und Lebenspartnerin des Verstorbenen, Mrs. Wilner von S. und deren Anwältin Miss Hope Beneke angestrengt. Es hat sich herausgestellt, dass der Verstorbene in den vergangenen 15 Jahren unter falschem Namen gelebt hat und im Besitz professionell gefälschter Ausweispapiere war, sagte Miss Beneke. Wir haben einige sehr konkrete Verdachtsmomente über die Herkunft der Dollar und verfolgen einige neue Hinweise. Es gibt allen Grund zur Annahme, dass der Mord an Smith mit einem Verbrechen in Verbindung steht, das sich vor etwa 15 Jahren ereignet hat. Die endgültige Bestätigung dessen wird in den nächsten Tagen zu erwarten sein. Wer im Besitz weiterer Informationen zum Mord an Smith oder den vorausgehenden Ereignissen ist, kann unter der folgenden gebührenfreien Telefonnummer anrufen, 0800 35 35 35 55. Mrs. Beneke versichert, dass alle Informationen streng vertraulich behandelt werden und die Anonymität des Anrufers gewahrt bleibt. Mr. Z. Van Herden, ein ehemaliger Captain der SAPS, hielt sich mit Kommentaren zur bisherigen Behandlung des Falls durch die Polizei zurück. Uns standen mehr Zeit und mehr Quellen zur Verfügung, um den Fall aufzuklären. Die Polizei arbeitete unter enormem Druck, man kann die beiden Ermittlungen nicht vergleichen, sagte Van Herden. Er weigerte sich, auf die Fragen einzugehen, warum zum Beispiel unmittelbar nach der Tat das Foto des Ermordeten nicht den Medien übergeben wurde, warum seine Ausweispapiere nicht sorgfältiger überprüft wurden oder den Hinweisen auf die große Summe amerikanischer Dollar nicht nachgegangen worden war. Das Morddezernat der SAPS war bislang nicht zu einer Stellungnahme zu bewegen. Die politischen Seitenhebe gefallen mir trotzdem nicht, sagte Van Herden. Sie verleihen der Geschichte Glaubwürdigkeit, antwortete Grönwald, der Kriminalreporter. Der Nachtredakteur hinter seinem Schreibtisch nickte zustimmend. Und Sie sind fein raus. Sie haben Sie ja noch nicht mal für eine Stellungnahme angerufen. Ach, Sie werden morgen sowieso eine Stellungnahme herausgeben, was dem Knochengerüst der Geschichte ein wenig Fleisch verleiht und Ihnen noch mehr Publicity einbringt. Und sie erscheint auch in der Bild, fragte Hope mit leiser Stimme. Auf Seite 1 haben Sie keinen Platz mehr, dem Premier in Gauteng steht wieder das Wasser bis zum Hals. Aber auf Seite 5 oder 7. Das Volksblatt will uns noch Bescheid geben, aber es sieht so aus, als käme es auf die Titelseite. Im Freistaat passiert Chai, äh, nicht viel. Ich möchte Ihnen für Ihre Hilfe danken, sagte Hope, dem Nachtredakteur. Vielleicht trägt dies ja dazu bei, eine grobe Ungerechtigkeit zu korrigieren. Danken Sie nicht mir, sondern Cara Anne. Sie hat mit Engelszungen geredet. Er lächelte Cara Anne zu, die mit angezogenen Beinen auf einer kleinen Couch an der Wand saß. Sie lächelte zurück. Ich helfe, wo ich kann. Vor allem, wenn es darum geht, das Los einer Frau zu verbessern. Van Herden und Hope gingen schweigend zum Lift. Er bemerkte, dass sie sich verändert hatte. Nachdem er bei Cara Anne gewesen war, hatte er sie von der Redaktion im Ness Pierce Center angerufen und ihm mitgeteilt, dass sie, er und Cara Anne und Grönewald, auf sie warteten, dass die Story am folgenden Tag erscheinen werde, worauf sie lediglich und ohne viel Enthusiasmus geantwortet hatte, sie werde kommen. Er und der Kriminalreporter hatten am Artikel gefeiert, hatten vier, fünf, sechs Versionen erstellt, bevor sie zum Nachtredakteur gegangen waren. Hope hatte mit Telekom die gebührenfreie Rufnummer ausgehandelt. Aber sie war anders, distanziert. Ihre Gesten und Bewegungen hatten etwas Abweisendes. Und sie blickte Cara Anne nicht an. Im Raum herrschte Spannung. Am Eingang des Hochhauses zögerte sie. Es regnete. Dunkle Regenböen fegten draußen über die Straße. Was ist los, Hope? Sie sah ihn verständnislos an. Was ist mit ihnen? Ich denke noch immer, wir hätten eine Belohnung aussetzen sollen. Sie hatten sich vorher darüber unterhalten. Er hatte sich dem Vorschlag widersetzt. Eine Belohnung rief nur die Verrückten auf den Plan, die ihre Ehemänner und Frauen, Schwiegermütter und Stiefväter anklagen wollten. Oh, sagte er. Sie log, das wusste er. Sie wollte nicht zum Joggen. Sie ließ sich auf die Couch fallen. Lauschte dem Regen, der gegen das Fenster schlug. Ihr fröstelte. Was ist mit ihnen? Er hatte seine Seele an Cara Anne verkauft. Wollte sie seine Seele? Nein. Aber sie war nahe dran gewesen, ihn kennenzulernen, die wahre Person zu entdecken, die hinter der Aggression, den sinnlosen Schlägereien und den Flüchen verborgen lag. Und jetzt hatte er sich wieder hinter seinen Mauern verschanzt. Und sie konnte von vorn beginnen. Sie stand auf. Sie musste laufen. Am nächsten Tag würde es losgehen und sie wusste nicht, wann sie wieder Gelegenheit haben würde, etwas für sich und ihren Körper zu tun. Große Lust hatte sie nicht dazu. Im gläsernen Messbecher vermischte er Balsamico-Essig, Olivenöl, Zitronensaft, fein gehackten Knoblauch, wie immer er liebte diesen Geschmack, und Chilis, Kumin, Koriander und ein Norbeerblatt. Darauf den frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer. Pavarotti sang den Rigoletto. Beruhige dich, das Weinen nützt nichts. Jetzt siehst du es selbst, dass er dich belog. Beruhige dich, es wird meine Sorge sein. Die Rache zu beschleunigen. Sie wird schnell sein und unvermeidlich. Ich werde ihn töten. Er hatte Hunger. Und er hatte Lust auf das Essen. Er konnte es bereits auf seinem Gaumen schmecken. Stellte sich die dicke, braune Soße vor. Er hatte frisches Weißbrot gekauft, das er in die Soße tunken konnte, wenn die Hähnchenleber verzehrt war. Er spülte die Leber, löste sorgfältig die Haut ab. Hope und Cara Ann. Er legte die Leber in die Marinade, holte eine Zwiebel aus dem Kühlschrank, schälte und hackte sie. Seine Augen tränten. In »Die gute Hausfrau« hatte er gelesen, dass Zwiebeln, bewahrte man sie im Kühlschrank auf, die Augen nicht tränen ließen. Es funktionierte nicht immer. Hope und Cara Ann. Laurel und Hardy in der Frauenwelt. Cara Ann die Perverse. Sie machte ihn nicht an. Eine Frau wie sie hatte er noch nie. Eine Frau, die Schmerzen leiden wollte. Ihre Intensität, ihre Schönheit. Der Göttersinn für Humor. Gib ihr alles. Einen Körper, Herr dieser Körper. Er hatte ihn gespürt. Nicht zu weich, nicht zu fest. Ihre Brüste an seinem Brustkorb, ihre Hüfte, die sie gegen seine rieb. Bratpfanne auf den Herd, Butter schmelzen lassen. Ein Gesicht, in dem jeder Zug in vollkommener Harmonie zu allem anderen stand. Eine Scheinfassade wie in den Wildwestfilmen. Eine wunderbare optische Illusion. Denn unter der Haut und dem Gewebe und den Muskeln und ihrem dichten Haar, unter den Schädelknochen lag die graue Materie. Die Synapsen, die falsch verkabelt waren. Was war geschehen? Wie hatte sich Kara Ann, das Kind, zu einer Frau entwickelt, die durch körperlichen Schmerz, durch die Prügelei zweier Männer auf höchste ekstatische Ebenen katapultiert wurde? Geld und Schönheit und prominente Eltern und Intelligenz. Das würde schon reichen. Sie würden das Leben erleichtern, aus den einfachen Freuden langweilige Dinge machen, sodass die Reizschwelle ständig erhöht werden musste. Schließlich verlangte sie nach dem Verbotenen, dem Bizarren, dem Abartigen. Aber es machte ihn nicht an. Zwiebel in die Butter die Flamme runterdrehen, sodass sie langsam sortierten. Und Hope, die gute, treue Hope, die die Fackel der Gerechtigkeit vor sich hertrug? Rigoletto, grausamer Gott, sie wurde getroffen. Von der Klinge meiner gerechten Rache. Geliebter Engel, sieh mich an, hör mir zu. Sprich, sprich zu mir, geliebte Tochter. Doch die Fackel loderte nicht mehr so hell und das beunruhigte ihn. Wenn er nur wüsste, warum. Die Hähnchenleber musste noch durchziehen, dann würde er sie mit den Zwiebeln anbräunen. Die Passata, die Worcestersauce, Tabasco und die Marinade hinzugeben, zum Schluss einen Schuss Brandy und Essen. Wann war er zum letzten Mal so hungrig gewesen? Hatte er einen solchen Appetit verspürt? Er würde seiner Mutter eine Schale davon bringen, als Friedensangebot. Er ging zu einem Sessel, setzte sich, schloss die Augen. Lass die kleinen Leberstückchen die Aromen aufnehmen. Er lauschte der Musik. Bald würde er essen. Morgen würde es losgehen. Er gab einen tiefen Seufzer von sich. Montag, 10. Juli. Noch drei Tage. Drei Monate verbrachte ich in Quantico, dem weitläufigen feudalen FBI-Komplex in Virginia, und jeweils zwei Wochen in Seattle und New York. Ich möchte sie nicht mit Beschreibungen des vor Überfluss und Reichtum strotzenden Amerikas langweilen. Ich spare mir die Kommentare zu den gastfreundlichen, oberflächlichen, cleveren, freigiebigen Bewohnern. Ich merke, wie ich als Autor mir zunehmend selbstbewusst werde. Ich werde verführt von der Sinnlichkeit der Wörter, die darum betteln, von mir gebraucht zu werden. Ich genehmige mir reichlich von diesem Bankett der Selbstbeschreibung. Ich denke, es ist ein ganz natürlicher Prozess. Fängt man erst einmal an, über sich selbst zu reden, überwindet man erst einmal den für Afrikaner typischen Widerwillen gegen diese Egozentrik, wird daraus eine außer Rand und Band geratene Maschinerie, ein Monster, das sich selbst ernährt. Erwächst daraus eine unwiderstehliche Verlockung, die der Geschichte mehr und mehr barocken Zirat hinzufügt, bis diese meandrierenden Abschweifungen ein Eigenleben gewinnen. Ich werde mich daher in Selbstdisziplin üben. In Quantico lehrte man mich den Umgang und Gebrauch der Medien. Man zeigte mir, dass Fernsehen, Radio und Zeitungen nicht Gegner der Polizei sind, sondern Instrumente, die es einzusetzen gilt. Dass man dem unstillbaren Hunger der Medien nach Sensationen und Blut ein Zugpferd vorspannen konnte. Und dass es angeraten erschien, sich fest an den Wagen zu klammern, falls das Pferd einen Bissen davon aufschnappen sollte. Man lehrte mich die Kunst des Profilings, wie die Psyche eines Serienmörders dingfest zu machen war und mit erstaunlicher Genauigkeit davon sogar dessen Kleidung, Verkehrsmittel und Alter abgeleitet werden konnten. Ich hatte ein grünes Schulheft mit dabei, meine Kopie der offiziellen Akte und damit eröffnete ich erneut den Fall Baby Manewig, meine private, inoffizielle Version. Meine ersten Zeugen waren die SACs, die Special Agents in Charge, Mitglieder der FBI-Abteilung für Verhaltensforschung und jeder von ihnen untersuchte Serientäter in Amerika. Und dann kehrte ich zurück. Wendy holte mich am Flughafen ab. Warum hast du nicht geschrieben? Dennoch war sie außer sich vor Freude, befand sich ihr unwillig Verlobter, doch auf dem besten Weg zum Doktortitel. Du musst mir alles erzählen. Während meine Gedanken ausschließlich um mein grünes Schulheft kreisten. Eine Woche nach meiner Rückkehr fuhr ich, bewaffnet mit jeweils einem Schreiben meines Professors und des Polizeichefs, sowie allem manipulativen Charme, den ich aufbringen konnte, nach Klerksdorp und bat um die offizielle Akte zum Fall Manewig. Es dauerte zwei weitere Wochen, bis ich die Briefe an die Leiter aller Morddezernate im Land verschickt hatte, denn so lange brauchte ich, bis ich deren Namen und Adressen ausfindig gemacht hatte. Diesen Brief hatte ich fünf bis sechs Mal umgeschrieben. Die Mischung musste stimmen. Es handelte sich um eine akademische Anfrage, getragen von professioneller Neugier, um der Gerechtigkeit zur Geltung zu verhelfen, ohne anzudeuten, dass ich einer von ihnen war. Denn ich kannte ihre Bruderschaft, die einzigartigen Bindungen, die sich im täglichen Kreislauf von Tod und Gewalt und Zorn bilden. Neben den wohl überlegten Eröffnungssätzen enthielt der Brief die wichtigsten Einzelheiten über Baby Manewigs Tod und die Bitte um Informationen über ähnliche Morde, die sich zwischen 1975 und 1985 ereignet hatten. So, wie es in Quantico gelehrt worden war. Und dann setzte ich mich wieder an meine Bücher und Notizen und den theoretischen Ansatz zu meiner Doktorarbeit, damit die Zeit, in der ich auf die Informationen wartete, schneller verging. Was ist mit dir los, Seth? Ich bin mir sicher, dass ich Wendy zumindest andeutungsweise der Bedrohung bewusst war. Ich hatte ihr nicht von meiner und Baby Manewigs Vergangenheit erzählt. Ihrer Meinung nach war ich mit wissenschaftlichen Dingen beschäftigt, die mich, dem Doktortitel und sie, ihrem Traum, einen Schritt näher bringen würden. Professor und Mrs. van Heerden. Wie würden wir unsere Kinder nennen? Ihnen die Vornamen ihres Vaters und ihrer Mutter, Gordon und Shirley, geben? Dazu meinen Afrikans Nachnamen? Ich machte mir darüber keine Gedanken. Ich verliere den Faden. Ist da noch was? Ja, da war noch was. Hinter einem Holzzorn. Jetzt 1,80 Meter tief unter der Erde. Aber wie das erklären? Nein, sei nicht albern. Hallo? Ist das die Verbrechernummer? Ja. Gibt es eine Belohnung? Das kommt auf Ihre Informationen an, Madam. Wie hoch ist die Belohnung? Es gibt offiziell keine Belohnung, Madam. Mein Ex war es. Er ist ein Schwein. Lassen Sie sich das gesagt sein. Warum glauben Sie, dass er es war? Er ist zu allem fähig. Wodurch bringen Sie ihn mit dem Verbrechen in Verbindung? Ich weiß einfach, dass er es war. Er zahlt nie seine Alimente. Besitzt er ein M16-Gewehr, Madam? Ja. Ja, er hat ein Gewehr. Aber welches, das weiß ich nicht. Ein Sturmgewehr, Madam? Eine Maschinenpistole? Er geht damit zum Jagen. Das war der erste Anruf. Es war mein Vater. Wer? Der Mörder. Wodurch bringen Sie ihn mit den Verbrechen in Verbindung? Er ist ein Ungeheuer. Das war der zweite Anruf. Hope hatte morgens um Viertel vor sechs vor dem Gebäude auf ihn gewartet. Hatte das Büro aufgeschlossen und ihm den leeren Raum mit dem Telefon auf dem ebenso leeren Schreibtisch gezeigt. Er hatte um Papier gebeten. Sie hatte es ihm gebracht. Sie hatten nicht viel miteinander gesprochen. Das Telefon klingelte sieben Minuten nach sechs. Hope hörte den ersten zwölf Anrufern zu, stand dann auf, ging hinaus. Er zeichnete Würfel auf das vor ihm liegende Blatt. Hallo? Zum Teufel von Herden, was soll der Scheiß? Oh Grady. Ich habe den Artikel nicht geschrieben, Nougat. Du hast mich reingelegt, du Scheißkerl. Weißt du, wie ich jetzt dastehe? Tut mir leid. Spars dir, du Arschloch. Der Polizeichef will mich feuern. Er ist verdammt stinkig. Ich habe dir vertraut, du. Hast du den ganzen Artikel gelesen, Nougat? Hast du gesehen, was ich gesagt habe? Das spielt doch keine Rolle. Du hättest mit den verdammten Beweisen zu mir kommen sollen, Van Herden. Du kennst keinerlei Loyalität. Komm schon, Nougat. Wir haben nur drei Tage Zeit, um das Testament zu finden. Wenn ich alles dir übergeben hätte. Scheiße, Van Herden. Ich stehe da wie ein Arschloch. Tut mir leid, Nougat. Das war nicht meine Absicht. Ich habe hier nur meinen Job zu machen. Du kannst mich mal. Hope brachte weiteren Kaffee, hörte weiteren Gesprächen zu. Drei, die sich einen Spaß erlaubten, zwei sinnlose Anrufer, die Familienmitglieder beschuldigten. Sie ging wieder. Er wartete geduldig. Er kritzerte auf dem Papier herum. Er hatte gewusst, was auf ihn zukommen würde. Es gab eine Menge kranker Leute da draußen. Aber vielleicht … Um 9.27 Uhr öffnete sie die Tür. In ihren Augen lag ein anderer Ausdruck. Sorgen? Zwei Männer folgten ihr in den Raum. Dunkle Anzüge, kurze Haare, breite Schultern. Der eine ein schwarzer, der andere ein weißer. Der weiße war älter, Ende 40, Anfang 50. Der schwarze etwas größer. Das ist Van Herden, sagte Hope. Kann ich behilflich sein? Wir sind hier, um Ihnen auszurichten, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Wer sind sie? Boten. Von wem? Wollen Sie sich nicht setzen? fragte Hope. Die Falten auf ihrer Stirn waren tiefer geworden. Nein, nein. Van Herden erhob sich. Der Schwarze überragte ihn ein wenig. Diese Ermittlungen werden nicht eingestellt, sagte er. Sein Zorn wuchs. Doch, 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 antwortete der Schwarze, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Schwachsinn, sagte Van Herden. Ganz ruhig, sagte der Weiße. Wir sind in friedlicher Absicht hier. In seiner Stimme lag Ruhe, Autorität. Das Telefon klingelte. Alle starrten zum Apparat. Können Sie sich ausweisen? fragte Hope. Sie meinen, ähm, diese kleinen Plastikkarten? Erwiderte der Schwarze mit einem dünnen Lächeln. Das Telefon klingelte. Ja, sagte Hope. Das brauchen nur Leute im Film, Miss, sagte der Weiße. Sie haben fünf Minuten Zeit, um diesen Raum zu verlassen, sagte Van Herden. Bevor Sie was tun, Junge? Bevor ich die Polizei bitte, Sie wegen Hausfriedensbruch festzunehmen. Das Telefon klingelte. Wir wollen keinen Ärger. Bringen Sie eine richterliche Verfügung. Wir wollten Sie zuerst höflich bitten. Das haben Sie getan und jetzt raus. Er hat Recht, pflichtete Hope unsicher bei. Sie ersparen sich eine Menge Ärger, wenn Sie mit uns kooperieren würden, sagte der Schwarze. Erneut klingelte das Telefon. Van Herden sah auf seine Uhr. Vier Minuten und dreißig Sekunden. Und versuchen Sie nicht, mir zu drohen. Der Weiße seufzte. Sie wissen nicht, worauf Sie sich hier einlassen. Der Schwarze seufzte. Das übersteigt Ihren Horizont. Sie sollten jetzt gehen. Hope nun entschiedener. Van Herden nahm den Hörer ab. Hallo? Schweigen. Hallo? Etwas am anderen Ende der Leitung. Ein Geräusch. Er blickte auf. Der Schwarze und der Weiße standen noch immer da. Er klopfte mit dem Zeigefinger auf seine Uhr und zeigte dann zur Tür. Hallo? Wiederholte er. Es kam es von einer Frauenstimme und nun wusste er, welche Geräusche er gehört hatte. Ein Schluchzen. Eine weinende Frau. Es langsam setzte sich Van Herden. Ich höre, sagte er ruhig. Sein Herz pochte. Es war Schluchzen. Es war mein Sohn. Die Tür ging auf. Marie, die Rezeptionistin, erschien. Hope, das sind Polizisten. An der Rezeption. So schnell, sagte der Weiße zum Schwarzen. Unsere fünf Minuten sind doch noch gar nicht um. Ich höre zu, sprach Van Herden beruhigend in den Hörer. Der Mann auf dem Foto kam es schwach und sehr fern von der weiblichen Stimme. Die Effizienz der südafrikanischen Polizei, da fühlt man sich doch gleich so viel sicherer, sagte der Schwarze. Sie müssen jetzt gehen, sagte Hope mit fester Stimme. Marie, die Polizisten, Hope. Sein Zorn schwoll an, schien ihn zu überwältigen. Er stand auf und legte die Hand über die Sprechmuschel. Verpisst euch alle miteinander, sofort! Marie riss schockiert die Augen auf. Der Schwarze und der Weiße lächelten unbeeindruckt. Bitte, sagte Hope und zupfte am Jackett des Schwarzen. Widerwillig gingen sie hinaus, Hope vorneweg, wie eine Lokomotive, die schwerfällige Waggons hinter sich herzog. Schließlich fiel die Tür ins Schloss. Verzeihen Sie, sprach er den Hörer und bemühte sich, ruhig zu klingen. Ich musste hier erst für Ruhe sorgen. Schluchzen am anderen Ende. Ich, ich will nur wissen, was vor sich geht. Das verstehe ich, Madam. Sind Sie der Detective? Ja, Madam. Van Herden? Ja, Madam. Man hat mir gesagt, er sei tot. Er ist, er suchte nach Worten, er wollte es schonend zum Ausdruck bringen, verstorben, Madam. Nein, sagte sie, 76. Sie sagten mir, er sei schon 76 gestorben. Wer sind Sie? Die Regierung, die Armee. Sie sagten, er sei in Angola gefallen. Man hat mir einen, einen Orden gebracht. Verzeihen Sie, Madam, wenn ich nachfrage, aber sind Sie sich sicher, dass derjenige auf dem Foto wirklich Ihr Sohn ist? Er lauschte den elektronischen Geräuschen, dem Knistern und Sirren, fragte sich, wo sie lebte, woher sie anrief. Ein weiteres, hohes, unendlich trauriges Geräusch. Die Frau weinte. Er ist es. Ich sehe noch immer Roberts Gesicht vor mir. Jeden Tag. In meinem Herzen. Bei mir an der Wand. Ich sehe ihn jeden Tag. Jeden Tag. Er ging zur Rezeption der Anwaltskanzlei. Hope stand dort zusammen mit dem Schwarzen und dem Weißen. Daneben der oberste Polizeichef Bart De Witt, Superintendent Matt Joubert und Inspektor Tony O'Grady vom Morddezernat. Tut mir leid, Colonel, sagte Bart De Witt zu dem Weißen, aber Sie müssen sich an die offizielle Vorgehensweise halten. Das ist unser Fall. Für uns gibt es keine offizielle Vorgehensweise, sagte der Weiße. Der Schwarze nickte zustimmend. Hope, wollen Sie bitte so lange das Telefon übernehmen, ja? sagte Van Herden. Sie sah ihn an, sah zu den Männern, die an ihrer Rezeption herumlungerten, nickte, war erleichtert und verschwand im Gang. Guten Morgen, Van Herden, sagte Bart De Witt. Guten Morgen, Van Herden, sagte Matt Joubert. Nubat O'Grady sagte nichts. Ein Wiedersehen, sagte der Schwarze. Wie reizend. Nett, sagte der Weiße. Sie verfügen über Informationen, die uns bei den Ermittlungen eines laufenden Verfahrens dienlich sein können, Van Herden, begann Bart De Witt und trieb sich das große Muttermal seitlich an seiner enormen Nase. Wir sind hier, um Sie abzuholen, sagte O'Grady. Matt Joubert lächelte. Wie geht es Ihnen, Van Herden? Arrangiert gerade die Deckstühle auf der Titanic, sagte der Weiße. Und weit und breit kann DiCaprio in Sicht, kam es vom Schwarzen. Unsere Freunde vom Militärischen Nachrichtendienst wollten gerade gehen, sagte Van Herden. Ein Schuss ins Blaue hinein, sagte der Schwarze. Wer zu wenig weiß, lebt sehr gefährlich, sagte der Weiße. 76, sagte Van Herden. Fast unmerklich verengten sich die Augen des Weißen. 76 Gründe, warum Sie jetzt gehen sollten. Da standen sie, die beiden großen Männer mit ihrem kurzen Haar, den breiten Schultern, sahen sich an, waren plötzlich stumm und ließen keine witzigen Kommentare mehr ab. Van Herden schritt zur Glastür und hielt sie ihnen auf. Gehen Sie und überreichen Sie jemandem einen Orden, sagte er. Der Mund des Weißen klappte auf und zu. Wir kommen wieder, sagte der Schwarze. Eher als Sie glauben, sagte der Weiße. Dann schritten sie hinaus. Sie haben das Vertrauen des Inspektors missbraucht, Van Herden, sagte der oberste Polizeichef von Kapstadt, Barthe Witt. Du schuldest mir einen großen Gefallen, Van Herden, sagte O'Grady. Nicht zu vergessen, den irreparablen Schaden, den Sie dem guten Namen der südafrikanischen Polizei zugefügt haben, sagte Barthe Witt. Matt Jobeer lächelte. Kommen Sie, sagte Van Herden, mal sehen, ob ich hier einen Raum finden kann, in dem wir uns unterhalten können. Das Telefon klingelte, das schrille Geräusch im stillen Raum ließ Hope aufschrecken. Hallo? meldete sie sich. Einen Augenblick lang war nichts zu hören. Wer ist dran? Eine männliche Stimme. Hope Benneke. Die Anwältin? Ja, kann ich Ihnen helfen? Der Name des Toten lautet Rupert de Jaga. Widerschweigen, als erwarte er eine Reaktion. Ja? sagte sie unsicher. Bevor er sich einen neuen Namen zugelegt hat. Wussten Sie das bereits? Ja, Sir, antwortete sie und sandte ein stummes Gebet zur Decke, dass sie damit die richtige Lüge erzählte, während sie auf dem Blatt vor sich Rupert de Jaga? notierte. Wissen Sie, wer der Mörder ist? Was sollte sie darauf antworten? Tut mir leid, Sir, aber ich kann Ihnen diese Informationen nicht am Telefon mitteilen. Zögern am anderen Ende der Leitung, als müsste er die verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander abwägen. Buschi. Es war Buschi. Buschi, wiederholte sie mechanisch. Schlebusch. Alle nannten ihn Buschi. Ihre rechte Hand zitterte. Buschi Schlebusch. Ja? Auch ihre Stimme zitterte. Ich war dabei. Ich war damals mit Ihnen dabei. Sie sah zur Tür. Wo steckte bloß von Herden? Beim Mord? Nein, nein. Das war Schlebusch. Er allein, denke ich. Ich war 76 mit dabei. Aha. 76. Sollte sie nachfragen? Woher wollen Sie wissen, dass er es war, der die Jager ermordet hat? Die M16. Die gehört ihm. Ah. Sie kennen Buschi nicht. Er ist... Verdammt nochmal, er ist... Er ist verrückt. Sie müssen aufpassen. Warum, Sir? Er ist nicht zu stoppen. Warum sagen Sie das? Wo zum Teufel war von Herden? Weil es Ihnen Spaß macht, Leute umzubringen. Kapieren Sie das endlich. Einen Augenblick lang war sie sprachlos. Wir... Ähm... Würde es Ihnen was ausmachen, hierher zu kommen und mit uns zu reden? Hier? Nein, nein. Wir sichern Ihnen größte Diskretion zu, Sir. Nein, kam es von der männlichen Stimme. Buschi, ich will nicht, dass er mich findet. Wo finden wir Schlebusch, Sir? Ich glaube, Sie kapieren noch immer nicht. Er wird Sie finden. Und dann will ich nicht im Weg stehen. Das Leben, die Menschen, die Ereignisse sind komplex. Vielschichtig. Facettenreich und mit zahllosen Nuancen versehen. Im Gegensatz zu meinen dürftigen Worten. Ja, mehr noch. Alles, was ich Ihnen hier erzähle, besitzt einen gewissen Propagandawert. Alles, was ich auslasse, verzerrt das Bild. Meine Erfahrung als Autor beschränkt sich auf das akademische Umfeld. Und ich bin sehr darum bemüht, dies aus diesen Aufzeichnungen herauszulassen. Meine Worte erscheinen mir schwer. Der Stil gezwungen und wenig geschmeidig. Aber damit müssen Sie leben. Besser kann ich es nicht. Ich muss erklären, welcher Mensch ich im Jahr 1991 gewesen bin, in den Wochen, in denen ich auf die Antworten zu meinen Briefen an die verschiedenen Morddezernate des Landes gewartet hatte. Denn letztendlich ist der Zweck dieser Geschichte abzuwägen. Zu vergleichen, einzuschätzen, wer ich war, welches Potenzial der Mensch besaß, der sich im Alter von 31 Jahren mit wahrer Besessenheit in diese akademischen Mordermittlungen stürzte. Und zu erörtern und zu spekulieren, was ebenfalls hätte geschehen können. Denn es war eine Zeit, in der mir mehrere Möglichkeiten offen standen. Wenn ich an alle Aspekte meines Lebens zurückdenke, ist es äußerst erstaunlich, wie viele winzige Details den Lauf der Ereignisse hätten beeinflussen und dazu hätten führen können, dass ich an einer Weggabelung in eine andere Richtung abbog. Ich stand kurz davor, in eine ganz und gar konventionelle Zukunft zu schreiten. Ich war nur um Haaresbreite davon entfernt. Hätte ich diese beiden Aufsätze nicht gelesen, wäre die Mahnewick-Akte für mich von keinerlei Interesse gewesen. Und ich wäre einem anderen, geradlinigeren Weg gefolgt. Mandy und ich wären heute vielleicht verheiratet, Professor und Mrs. Z. van Heeren mit Wohnsitz an der Watercloof Ridge. In mittleren Jahren die unglücklichen Eltern von zwei oder drei Kindern, die von der Frustration einer unerfüllten Ehe systematisch vergiftet wurden. Trotz allem, was ich bislang über Wendy Bryce gesagt habe, war ich nicht ganz unwillens, den konventionellen Weg einzuschlagen. Verstehen Sie, praktisch gesehen waren wir ein typisches Paar in Pretoria. Unser Freundeskreis war klar definiert und definierte uns. Wir waren Zett und Wendy. Wir wurden eingeladen und luden andere ein. Wir hatten unseren Alltag, unsere Augenblicke, aufflackernden Glücks, unser Zusammensein. Wir bildeten für den jeweils anderen den Bezugsrahmen. Wir passten in die ordentliche Struktur unseres sozialen Milieus. Ich werde nicht abschweifen und über einengende Bindungen philosophieren, aber in einem Freundeskreis, in dem man eingebunden ist, herrscht ein nicht unbeträchtlicher Druck. Individualität, persönliche Ziele gehen unter dem kollektiven Namen Zett und Wendy verloren. Die Umstände schließen sich zusammen und zwingen einen, sich einzuordnen, seinen Platz im größeren Schicksal der Menschheit einzunehmen, sich fortzupflanzen, seine Gene weiterzugeben, eine konservative Rolle zu spielen. Wir waren beliebt. Wir waren in. Wir erregten Aufmerksamkeit. Ich denke, die Leute drehten sich nach uns um, dem athletischen, dunkelhaarigen Mann und der hübschen kleinen Blonden. Das alles zusammen gab uns den Weg vor und bestimmte die Richtung. Ich protestierte kaum. Ich hatte keine klare Vorstellung von einer alternativen Zukunft ohne sie. Ich bereitete mich darauf vor, irgendwann nachzugeben. Sie wie ein Opferlamm zu ehelichen, Kinder zu zeugen, meine akademische Karriere bis zu ihrem folgerichtigen Abschluss voranzutreiben, Golf zu spielen, Rasen zu mähen, mit meinem Sohn zu Rugby spielen zu gehen, vielleicht einen Mercedes zu besitzen und einen Swimmingpool. Ich sehnte mich nicht danach, aber ich sperrte mich auch nicht dagegen. Ich stand an der Grenze zum Konventionellen. Punkt. Wer war ich also? Vor allem glaubte ich an mich selbst. Und deshalb auch an andere. Ich denke, ich habe nie über den Konflikt zwischen dem Guten und dem Bösen in mir und den anderen philosophiert, weil ich mich nicht als Böse gesehen habe. Dieser Glaube färbte den Blick, mit dem ich alles wahrnahm. Das Böse war die Deviation einer Minderheit, die ich durch das Panzerglas der Universität betrachten und studieren konnte. Ein Phänomen wie eine genetische Abweichung, die gemäß den Statistiken der Evolution in einem bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung auftritt. Und meine Aufgabe als Kriminalpsychologe, als Kriminologe und Polizeiwissenschaftler war es, die Zahlen zu erfassen und Schlüsse daraus zu ziehen, Verfahren zu entwickeln, diese zu institutionalisieren und jene zu unterstützen, die sie ausführten. Ich war auf der Seite der Guten. Deshalb war ich gut. Das war der Mensch, der ich war. Trotz meiner Besessenheit im Fall Mahnewig. Vielleicht wegen meiner Besessenheit.